Chuck Palahniuk, Fight Club Wir werden zu einer Legende. Wir werden nicht altern. Ich schiebe die Pistole mit der Zunge in die Backe und sage, Tyler, du denkst an Vampire. Das ist nicht wirklich der Tod, sagt Tyler. Wir werden zu einer Legende. Wir werden nicht altern. Das Gebäude, auf dem wir stehen, wird es in zehn Minuten nicht mehr geben. Du nimmst ein 98-prozentiges Konzentrat aus Salpetersäure und gibst die Säure zur dreifachen Menge Schwefelsäure. Stell das in ein Eisbad. Dann fügst du mit einem Augentropfer Glycerin hinzu, Tropfen für Tropfen, und du hast Nitroglycerin. Ich weiß das, weil Tyler es weiß. Misch das Nitro mit Sägemehl und du hast einen hübschen Plastik-Sprengstoff. Eine Menge Leute mischen ihr Nitro mit Baumwolle und tun Epsamer Bittersalz als Sulfat hinzu. Das geht auch. Manche Leute nehmen Paraffin vermischt mit Nitro. Bei mir hat Paraffin kein einziges Mal funktioniert. Tyler und ich stehen also auf dem Dach des Parker-Morris-Building. Die Pistole steckt in meinem Mund und wir hören, wie Glas splittert. Wir schauen über den Rand. Es ist ein wolkiger Tag, sogar in dieser Höhe. Das hier ist das höchste Gebäude der Welt, und in dieser Höhe ist der Wind immer kalt. Es ist so ruhig hier oben, und du kriegst das Gefühl, dass du einer von diesen Weltraumaffen bist. Du machst den kleinen Job, für den sie dich dressiert haben. Einen Hebel betätigen, auf einen Knopf drücken. Du begreifst nichts davon, und dann stirbst du einfach. 191 Stockwerke hoch schaust du über den Rand des Daches, und die Straße unter dir ist ein bunter Zottelteppich aus Menschen, die dastehen und hinaufschauen. Das splitternde Glas ist ein Fenster, genau unterhalb von uns. Ein Fenster fliegt aus der Gebäudewand, und hinterher kommt ein Aktenschrank, groß wie ein schwarzer Kühlschrank. Genau unter uns fällt ein Aktenschrank mit sechs Schubladen mitten aus der Steilwand des Gebäudes, fällt und überschlägt sich langsam, fällt und wird kleiner, fällt und verschwindet in der dicht gedrängten Menge. Irgendwo in den 191 Stockwerken unter uns wüten die Weltraumaffen vom Ausschuss für Unfug des Projekts Chaos und zerstören jeden Fetzen Geschichte. Der alte Spruch, dass man immer tötet, wen man liebt, wissen Sie, der stimmt in beide Richtungen. Wenn eine Pistole in deinem Mund steckt und der Lauf der Pistole zwischen deinen Zähnen kannst du nur in Vokalen sprechen. Wir sind bei unseren letzten zehn Minuten angelangt. Noch ein Fenster fliegt aus dem Gebäude, und Glas spritzt umher, es funkelt wie eine Schar Tauben, und dann kommt ein Schreibtisch aus dunklem Holz zum Vorschein, angeschoben vom Ausschuss für Unfug. Zentimeter für Zentimeter schiebt sich der Schreibtisch aus der Gebäudewand, bis er überkippt und abrutscht und sich in ein fliegendes Zauberding verwandelt, das sich überschlagend in der Menge verschwindet. In neun Minuten wird es das Parker-Morris-Building nicht mehr geben. Du nimmst genügend Sprenggelatine und packst sie um die Fundamentsäulen von irgendwas. Du kannst jedes Gebäude der Welt zum Einsturz bringen. Wie man sowas macht, steht in keinem Schulbuch. Die drei Möglichkeiten, Napalm herzustellen. Erstens, du mischst zu gleichen Teilen Benzin und gefrorenes Orangensaftkonzentrat. Zweitens, du mischst zu gleichen Teilen Benzin und Diät-Cola. Drittens, du löst zerkrümelte Katzenstreu in Benzin auf, bis die Mischung dickflüssig ist. Fragen Sie mich, wie man Nervengas herstellt. Ach, und all diese irren Autobomben. Neun Minuten. Das Parker-Morris-Building wird einstürzen, alle 191 Stockwerke, langsam wie ein Baum im Wald umfällt. Holz. Du kannst alles zum Einsturz bringen. Es ist schon ein sonderbarer Gedanke, dass die Stelle, an der wir gerade stehen, nur noch ein Punkt am Himmel sein wird. Tyler und ich am Rand des Daches, die Pistole in meinem Mund, und ich frage mich, wie sauber die Pistole ist. Wir vergessen Tylers Mord-Selbstmord-Geschichte völlig, als wir zuschauen, wie ein zweiter Aktenschrank aus dem Gebäude gleitet und die Schubladen in der Luft aufgehen und Massen von weißem Papier vom Aufwind erfasst und vom Wind davongetragen werden. Acht Minuten. Dann der Rauch. Aus den zerbrochenen Fenstern fängt es an zu rauchen. Der Sprengtrupp wird die Hauptladung in etwa acht Minuten zünden. Die Hauptladung wird die Sockelladung zur Explosion bringen. Die Fundamentsäulen werden zerbröckeln und die Fotoserie des Parker-Morris-Building wird in alle Schulbücher eingehen. Die Zeitraffer-Serie aus fünf Bildern. Hier steht das Gebäude noch. Zweites Bild. Das Gebäude neigt sich in einem Winkel von 80 Grad, dann 70 Grad. Auf dem vierten Bild ist das Gebäude in einem 45-Grad-Winkel, als das Stahlskelett nachgibt und der Turm eine leichte Wölbung aufweist. Auf der letzten Aufnahme kracht der Turm alle 191 Stockwerke auf das Nationalmuseum, Tylers eigentliches Ziel. Das ist unsere Welt jetzt, unsere Welt, sagte Tyler, und diese altertümlichen Leute sind tot. Wenn ich wüsste, wie das alles ausgeht, wäre ich überglücklich, auf der Stelle tot und im Himmel zu sein. Sieben Minuten Auf dem Parker-Morris-Building mit Tylers Pistole im Mund Während Schreibtische, Aktenschränke und Computer auf die Menge rund um das Gebäude regnen, während Rauch trichterförmig aus den zerbrochenen Fenstern steigt und drei Blocks weiter der Sprengtrupp auf die Uhr schaut, weiß ich, dass es bei der ganzen Sache, der Pistole, der Anarchie, der Explosion, in Wirklichkeit um Marla Singer geht. Sechs Minuten Wir haben da so eine Art Dreiecksgeschichte laufen. Ich will Tyler, Tyler will Marla, Marla will mich. Ich will Marla nicht, und Tyler will mich nicht um sich haben, nicht mehr. Es geht nicht um Liebe, im Sinne von fürsorglich, es geht um Besitz, im Sinne von Eigentum. Ohne Marla wäre Tyler nichts. Fünf Minuten Vielleicht werden wir zu einer Legende, vielleicht nicht. Nein, sage ich, aber warte mal, wo wäre Jesus, wenn niemand die Evangelien geschrieben hätte? Vier Minuten Ich schiebe den Pistolenlauf in die Back und sage, du willst deine Legende sein, Tyler, ich mach dich zur Legende, Mann. Ich war von Anfang an dabei. Tyler nimmt die Waffe aus meinem Mund. Ich erinnere mich an alles. Drei Minuten Bob hatte seine starken Arme um mich geschlossen, um mich darin zu halten, und ich war in die Dunkelheit zwischen Bobs neuen, schwitzenden Titten gequetscht, die gewaltig dahingen, groß, wie wir uns die von Göttern vorstellen. Wir gingen in dem Kellerraum unter der Kirche umher, der jeden Abend, an dem wir uns trafen, voller Männer war. Das ist Art, das ist Paul, das ist Bob. Bobs dichtes blondes Haar war das, was du kriegst, wenn sich Haarcreme Formschaum nennt, so dicht und blond und der Scheitel sehr gerade. Bob hat die Arme um mich geschlungen und presst mit seiner Hand meinen Kopf gegen die neuen Titten, die aus einer tonnenförmigen Brust sprießen. Alles wird gut, sagt Bob. Wein jetzt ruhig. Von den Knien bis zur Stirn spüre ich chemische Reaktionen in Bobs Körper, der Essen und Sauerstoff verbrennt. Vielleicht haben sie es alle früh genug, sagt Bob. Im Frühstadium hast du eine fast hundertprozentige Überlebenschance. Bob zieht die Schultern mit einem langen Atemzug hoch, dann sinken, 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 sie in stoßweisen schluchzern. Er zieht sie hoch. Sie sinken, sinken, sinken. Seit zwei Jahren komme ich jede Woche hierher und jede Woche schlingt Bob seine Arme um mich und ich weine. Wein nur, sagt Bob. Atmet ein und schluchzt, schluchzt, schluchzt. Mach nur und wein. Das große, nasse Gesicht sinkt auf meinen Kopf und ich verschwinde darunter. Das ist der Punkt, an dem ich normalerweise weine. Weinen ist leicht in der stickigen Dunkelheit in den Armen eines anderen, wenn du siehst, dass alles, was du jemals erreichen kannst, als Abfall enden wird. Alles, worauf du stolz bist, wird auf den Müll wandern und ich verschwinde unter Bob. Seit einer Woche kommt das hier dem Schlaf am nächsten. So habe ich Marla Singer kennengelernt. Bob weint, weil man ihm vor sechs Monaten die Hoden entfernt hat. Dann Hormontherapie. Bob hat Titten, weil seine Testosterondosis zu hoch ist. Wenn du den Testosteronspiegel zu sehr anhebst, erhöht dein Körper den Östrogenausstoß, um ein Gleichgewicht herzustellen. An diesem Punkt weine ich normalerweise, weil sich genau hier dein Leben auf ein Nichts reduziert. Noch nicht einmal ein Nichts. Vergessenheit. Zu viel Östrogen und du kriegst Weiber-Titten. Es ist leicht zu weinen, wenn dir klar wird, dass alle, die du liebst, dich zurückweisen oder sterben werden. Auf einer Zeitskala, die lang genug ist, fällt die Überlebensquote für jeden auf Null. Bob liebt mich, weil er glaubt, dass man mir ebenfalls die Hoden entfernt hat. Mit uns im Kellerraum der Kirche Trinity Episcopal mit seinen Plüschsofas aus dem Wohlfahrtsladen befinden sich vielleicht zwanzig Männer und nur eine Frau, die alle paarweise aneinanderhängen und die meisten weinen. Der Mann mit der einzigen Frau hat seine Ellbogen auf ihre Schultern gestützt, je einen zu beiden Seiten ihres Kopfes, ihren Kopf zwischen den Händen, und er weint an ihrem Hals. Die Frau dreht den Kopf zur Seite und ihre Hand führt eine Zigarette zum Mund. Ich spähe unter Bobs Achselhöhle hervor. Mein ganzes Leben, weint Bob. Warum ich überhaupt noch irgendwas tue, weiß ich auch nicht. Die einzige Frau hier bei »Wir bleiben Männer« der Selbsthilfegruppe für Hodenkrebs, diese Frau raucht ihre Zigarette unter der Last eines Fremden und unsere Blicke treffen sich. Schwindler. Kurzes schwarzes Strubbelhaar, große Augen wie in japanischen Zeichentrickfilmen, Magermilch dünn, blässlich wie Buttermilch, in dem Kleid mit dem Tapetenmuster aus dunklen Rosen. So war diese Frau auch am Freitagabend in meiner Tuberkulose-Gruppe. Sie war in meinem Hautkrebsgesprächskreis am Mittwoch. Montagabend war sie bei »In festem Glauben«, meiner Diskussionsgruppe für Leukämie. Der Scheitel in ihrer Haarmitte ist ein krummer Blitzstrahl weißer Haut. Wenn du dir diese Selbsthilfegruppen ansiehst, haben sie alle unbestimmt optimistische Namen. Meine Gruppe für Blutparasiten am Donnerstagabend nennt sich »Frei und Klar«. Die Gruppe, in die ich wegen Gehirnparasitismus gehe, heißt »Nach oben und weiter«. Und Sonntagnachmittag bei »Wir bleiben Männer« im Keller von Trinity Episcopal ist diese Frau wieder da. Und was noch schlimmer ist, ich kann nicht weinen, wenn sie mich beobachtet. Das wäre jetzt eigentlich meine Lieblingsstelle, von Bob gehalten zu werden und bar jeder Hoffnung, mit ihm zu weinen. Wir arbeiten alle die ganze Zeit so schwer. Das hier ist der einzige Ort, an dem ich mich wirklich entspanne und fallen lasse. Das hier ist mein Urlaub. Zu meiner ersten Selbsthilfegruppe bin ich vor zwei Jahren gegangen, nachdem ich wieder einmal wegen meiner Schlaflosigkeit beim Arzt gewesen war. Seit drei Wochen hatte ich nicht geschlafen. Drei Wochen ohne Schlaf. Da wird alles zu einer Erfahrung außerhalb deines Körpers. Mein Arzt sagte, »Schlaflosigkeit ist nur das Symptom von etwas Tieferliegendem. Finden Sie heraus, was tatsächlich nicht stimmt bei Ihnen. Horchen Sie auf Ihren Körper.« Ich wollte einfach nur schlafen. Ich wollte keine blaue Amital-Sodium-Kapseln, die 200-Milligramm-Packung. Ich wollte rot-blaue Tuinal-Kapseln, Lippenstift-rote Sekonal. Mein Arzt sagte, ich solle Baldrian-Wurzel kauen und mich mehr bewegen. Irgendwann würde ich schon einschlafen. Mein Gesicht war angelaufen und verschrumpelt wie eine alte Frucht. Man hätte mich für tot halten können. Mein Arzt sagte, wenn ich echtes Leid sehen wolle, sollte ich an einem Dienstagabend in der First Eucharist vorbeischauen, mir die Gehirnparasiten ansehen, die degenerativen Knochenerkrankungen, die organischen Gehirnstörungen, mir ansehen, wie die Krebspatienten zurechtkommen. Also ging ich hin. In der ersten Gruppe, in die ich ging, gab es eine Vorstellungsrunde. Das ist Alice, das ist Brenda, das ist Dover. Alle lächeln, während diese unsichtbare Pistole auf ihren Kopf gerichtet ist. Ich gebe in Selbsthilfegruppen nie meinen richtigen Namen an. Das kleine Skelett einer Frau namens Chloe, deren Hosenboden traurig und leer durchhängt. Chloe erzählt mir, das Schlimmste an Gehirnparasiten sei, dass niemand mehr mit ihr schlafen wolle. Da war sie dem Tod so nahe, dass ihre Lebensversicherung 75.000 Dollar ausbezahlt hat und alles, was Chloe wollte, war ein letztes Mal flachgelegt zu werden. Nicht Zärtlichkeit, Sex. Was soll ein Kerl da sagen? Ich meine, was kannst du da sagen? Das ganze Sterben ging damit los, dass Chloe immer ein bisschen müde war und jetzt war Chloe zu gelangweilt, um sich behandeln zu lassen. Pornografische Filme, sie hatte pornografische Filme zu Hause in ihrer Wohnung. Während der Französischen Revolution, erzählte mir Chloe, haben die Frauen im Gefängnis, die Herzoginnen, Baroninnen, Gräfinnen, was immer, jeden Mann gefögelt, der hinaufstieg. Hinaufstieg. Bezahlte, was weiß ich. Vögeln war ein echter Zeitvertreib. La Petit Mare, nannten es die Franzosen. Chloe hatte pornografische Filme, falls es mich interessierte. Amylnitrat, Gleitmittel. Normalerweise würde ich ja locker eine Erektion hinkriegen. Unsere Chloe jedoch ist ein in gelbes Wachs getauchtes Skelett. So wie Chloe aussieht, bin ich ein Nichts. Weniger als das. Trotzdem stößt Chloes Schulter gegen meine, als wir im Kreis auf dem Zottelteppich sitzen. Wir schließen die Augen. Chloe war an der Reihe, uns in der angeleiteten Meditation zu führen, und sie führte uns in den Garten der Heiterkeit. Chloe führte uns den Hügel hinauf zum Palast der sieben Türen. Im Innern des Palastes waren die sieben Türen, die grüne Tür, die gelbe Tür, die orangefarbene Tür, und Chloe ließ uns jede Tür öffnen, die blaue Tür, die rote Tür, die weiße Tür, und herausfinden, was dahinter lag. Mit geschlossenen Augen stellten wir uns unser Leid als eine Kugel aus weißem, heilbringendem Licht vor, das um unsere Füße schwebte, zu unseren Knien hinaufstieg, unserem Leib, unserer Brust. Unsere Chakren öffneten sich, das Herzchakra, das Kopfchakra. Chloe führte uns in Höhlen, wo wir unser energiespendendes Tier trafen. Meines war ein Pinguin. Eis bedeckte den Boden der Höhle, und der Pinguin sagte, gleite. Mühelos glitten wir durch Tunnel und Stollen. Dann war es Zeit für die Umarmung. Öffnet die Augen. Das sei therapeutischer Körperkontakt, sagte Chloe. Wir sollten uns alle einen Partner aussuchen. Chloe warf sich mir um den Hals und weinte. Sie hatte Reizwäsche zu Hause und weinte. Chloe hatte Öle und Handschellen, und sie weinte, während ich zusah, wie der große Zeiger meiner Armbanduhr elf Umdrehungen machte. Ich weinte also nicht bei meiner ersten Selbsthilfegruppe vor zwei Jahren. Ich weinte auch nicht bei meiner zweiten oder dritten Selbsthilfegruppe. Ich weinte nicht bei Blutparasiten, nicht bei Darmkrebs und nicht bei organischer Demenzia. So ist es nämlich bei Schlaflosigkeit. Alles ist so weit weg, die Kopie einer Kopie einer Kopie. Dann kam Bob. Als ich das erste Mal zu Hodenkrebs ging, warf sich Bob, dieser große Elch, das große Käsebrot, auf mich und fing an zu weinen. Der große Elch trottete quer durch den Raum, als Umarmungszeit war, die Arme seitlich herunterhängend. Sein großes Elchkinn ruhte auf der Brust, und seine Augen schwammen bereits in Tränen. Schlurfend, mit zusammengedrückten Knien und unsichtbaren Schritten, glitt Bob über den Kellerboden, um sich auf mich zu schmeißen. Bob landete auf mir wie ein Pfannkuchen. Bobs starke Arme schlangen sich um mich. Big Bob nahm Aufbaupräparate, sagte er. All diese Salattage auf Dianabol und dann das Steroid für Rennpferde, Vistrol. Big Bob besaß sein eigenes Fitnessstudio. Er war dreimal verheiratet gewesen. Er hatte im Fernsehen Reklame gemacht und ob ich ihn mal gesehen hätte. Dieses ganze Programm, wie man seinen Brustumfang vergrößert, sei praktisch seine Erfindung. Bei Fremden mit dieser Art von Offenheit geht mir nicht gerade einer ab, wenn sie wissen, was ich meine. Bob wusste es nicht. Vielleicht war nur eines seiner Eierflöten gegangen und er wusste, das war ein Risikofaktor. Bob erzählte mir von postoperativer Hormontherapie. Scheidung. Scheidung, Scheidung, sagte Bob und zeigte mir ein Foto von sich. Er war riesig und auf den ersten Blick nackt, bei irgendeinem Wettbewerb. Es ist eine idiotische Lebensweise, sagte Bob, »Bob, aber wenn du aufgepumpt und rasiert auf der Bühne stehst, kein Gramm Fett am Leib, bist du blind von den Scheinwerfern und taub von den Rückkopplungen aus der Musikanlage bis zum Kommando des Preisrichters, rechten Quadrizeps ausstrecken, anspannen und halten.« Es ging schnell, sagte Bob mit dem Krebs. Dann war er pleite. Er hatte zwei erwachsene Söhne, die seine Anrufe nicht erwiderten. Die Behandlung bei Weibertitten war, dass der Arzt unten den Brustmuskel aufschnitt und die Flüssigkeit abzog. Das ist alles, woran ich mich erinnere, denn danach schloss Bob seine Arme um mich und sein Kopf klappte herunter, um mich zuzudecken und ich verlor mich in dunkler, stiller und vollkommener Vergessenheit. Und als ich endlich seine weiche Brust verließ, blieb auf seinem Hemd der nasse Abdruck davon zurück, wie ich aussehe, wenn ich weine. Das war vor zwei Jahren an meinem ersten Abend bei »Wir bleiben Männer«. Bei fast jedem Treffen seit damals hat mich Big Bob zum Weinen gebracht. Ich ging nicht wieder zum Arzt. Ich kauerte keine Baldrianwurzel. Das war die Freiheit. Jede Hoffnung zu verlieren war Freiheit. Wenn ich in einer Gruppe nichts sagte, nahmen die Leute das Schlimmste an. Sie weinten noch heftiger. Ich weinte heftiger. Wenn ich nach einer Selbsthilfegruppe nach Hause ging, fühlte ich mich lebendiger als je zuvor. In mir hauste kein Krebs oder Blutparasit. Ich war die kleine, warme Mitte, um die sich die Welt drängte. Und ich schlief. Nicht einmal Babys schlafen so gut. Jeden Abend starb ich und jeden Morgen wurde ich neu geboren. Wieder auferweckt. Bis heute Abend. Zwei erfolgreiche Jahre bis heute Abend, weil ich nicht weinen kann, wenn diese Frau mir zuschaut. Weil ich meinen Tiefpunkt nicht erreiche, kann ich nicht erlöst werden. Ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen. Wenn sie zuschaut, bin ich ein Lügner. Sie ist eine Simulantin, sie ist die Lügnerin. Bei der Vorstellungsrunde heute Abend stellten wir uns vor. Ich bin Bob, ich bin Paul, ich bin Terry, ich bin David. Ich sage nie meinen richtigen Namen. Das ist Krebs hier, richtig, sagte sie. Dann sagte sie, Hallo, ich bin Marla Singer. Niemand klärte Marla darüber auf, welche Art von Krebs. Dann waren wir alle damit beschäftigt, das Kind in uns zu hegen. Der Mann weint immer noch an ihrem Hals und Marla zieht wieder an ihrer Zigarette. Ich beobachte sie zwischen Bobs bebenden Titten hervor. Für Marla bin ich ein Simulant. Seit dem zweiten Abend, an dem ich sie gesehen habe, kann ich nicht mehr schlafen. Aber ich war immerhin der erste Simulant, es sei denn, alle Leute hier schwindeln mit ihren Organschäden, ihrem Husten und ihren Tumoren, sogar Big Bob, der große Elch, das große Käsebrot. Schauen Sie sich nur sein skulpturiertes Haar an. Marla raucht und verdreht die Augen. In diesem Augenblick spiegelt Marlas Lüge meine Lüge wieder und ich sehe nichts als Lügen. Inmitten all der Wahrheit hier. Alle klammern sich aneinander und trauen sich, ihre schlimmsten Ängste mitzuteilen. Und Marla raucht und verdreht die Augen und ich, ich bin unter einem schluchzenden Teppich begraben und plötzlich sind selbst tot und sterben so uninteressant wie Plastikblumen auf Video. Bob, sage ich, du zerdrückst mich. Ich versuche zu flüstern, dann flüstere ich nicht mehr. Bob, ich muss auf den Pott. Ein Spiegel hängt über dem Becken im Waschraum. Wenn das Muster so bleibt, sehe ich Marla bei nach oben und weiter der Gruppe für parasitäre Gehirnschäden. Marla wird da sein. Natürlich wird Marla da sein und was ich tun werde, ich werde mich neben sie setzen. Und nach der Vorstellungsrunde und der angeleiteten Meditation, nachdem wir unsere Chakren geöffnet haben, wenn es Zeit für die Umarmung ist, dann schnappe ich mir das kleine Miststück. Ich werde ihr die Arme fest an ihren Körper pressen und ich werde sagen, Marla, du Riesenschwindlerin, hau ab. Das hier ist das einzig Wahre in meinem Leben und du machst es kaputt. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, werde ich sagen, Marla, ich kann nicht schlafen, wenn du hier bist. Ich brauch das, hau ab. Du erwachst auf Air Harbor International. Bei jedem Start und jeder Landung, wenn sich das Flugzeug zu sehr auf eine Seite legte, betete ich um einen Absturz. Dieser Augenblick, wenn wir hilflos als menschlicher Tabak in den Flugzeugrumpf gestopft sterben könnten, er heilt meine Schlaflosigkeit durch Narkolepsie. So habe ich Tyler Durden kennengelernt. Du erwachst auf O'Hare. Du erwachst auf La Guardia. Du erwachst auf Logan. Tyler arbeitete aushilfsweise als Filmvorführer. Aufgrund seiner Natur konnte Tyler nur nachts arbeiten. Wenn sich ein Filmvorführer krank meldete, rief der Verband Tyler an. Manche Leute sind Nachtmenschen. Manche Leute sind Tagmenschen. Ich kann nur einen Tagesjob machen. Du erwachst auf Dallas. Die Lebensversicherung zahlt das Dreifache, wenn du auf einer Geschäftsreise stirbst. Ich betete um Scherwinde. Beim Starten, wenn das Flugzeug die Rollbahn entlang schoss und die Klappen nach oben schwenkten, dann betete ich um einen Unfall. Du erwachst auf Lovefield. In einer Vorführkabine machte Tyler fliegende Wechsel, wenn das Kino alt genug war. Dabei hast du zwei Projektoren in der Kabine, von denen einer läuft. Ich weiß das, weil Tyler es weiß. In den zweiten Projektor ist die nächste Filmspule eingelegt. Bei den meisten Filmen sind es sechs oder sieben kleine Spulen, die in einer bestimmten Reihenfolge gespielt werden. In neueren Kinos, da kleben sie alle Spulen zu einer 1,50 Spule zusammen. Auf diese Weise muss man nicht zwei Projektoren laufen lassen und fliegende Wechsel machen. Du erwachst auf SeaTag. Ich betrachte die Leute auf der mit Folie überzogenen Sitzbroschüre der Fluglinie. Eine Frau treibt im Ozean, ihr braunes Haar breitet sich hinter ihr aus, das Sitzkissen hat sie an die Brust gedrückt. Ihre Augen sind weit offen, aber die Frau lächelt nicht, noch furcht sie die Stirn. Auf einem anderen Bild greifen Leute, gelassen wie Hindukühe, nach Sauerstoffmasken, die über ihnen aus der Decke gesprungen sind. Das muss ein Notfall sein. Ach. Wir verlieren Kabinendruck. Oh. Du wachst auf und du bist auf Willow Run. Ob altes Kino oder neues Kino, um einen Film zum nächsten Kino verfrachten zu können, muss Tyler den Film wieder in die ursprünglichen sechs oder sieben Rollen zerteilen. Diese kleinen Rollen werden in einen sechseckigen Stahlkoffer gepackt. Jeder Koffer hat oben einen Griff. Wenn du einen hochhebst, kugelst du dir die Schulter aus, so schwer sind sie. Tyler ist Bankettkellner und bedient in einem Hotel in der Innenstadt und Tyler ist Filmvorführer beim Verband der Filmvorführer. Ich weiß nicht, wie lange Tyler schon in all diesen Nächten gearbeitet hat, in denen ich nicht schlafen konnte. In den alten Kinos, die einen Film mit Hilfe von zwei Projektoren zeigen, muss der Vorführer bereitstehen, um genau in der richtigen Sekunde auf den anderen Projektor zu wechseln, sodass das Publikum nie die Schnittstelle sieht, wo eine Spule beginnt und die andere zu Ende ist. Du musst auf die weißen Punkte in der oberen rechten Ecke der Leinwand achten. Das ist das Warnsignal. Schau dir einen Film an und du siehst zwei Punkte am Ende einer Rolle. Brandlöcher heißen sie in der Branche. Der erste weiße Punkt ist das Zwei-Minuten-Signal. Du startest den zweiten Projektor, damit er auf Touren kommt. Der zweite weiße Punkt ist das Fünf-Sekunden-Signal. Große Aufregung. Du stehst zwischen den beiden Projektoren und in der Kabine ist es schweißtreibend heiß von den Xenon-Lampen, von denen du blind wirst, wenn du direkt hineinschaust. Der erste Punkt blitzt auf der Leinwand auf. Der Ton in einem Film kommt aus einem großen Lautsprecher hinter der Leinwand. Die Vorführkabine ist schalldicht. Denn in ihr machen die Transporttrommeln Lärm, die den Film mit zwei Metern in der Sekunde an der Linse vorbeischnellen, 30 Bilder pro Meter, 60 Bilder pro Sekunde rauschen durch, knattern wie Gewehrfeuer. Die zwei Projektoren laufen und du stehst zwischen ihnen und hältst den Verschlusshebel von beiden. Bei sehr alten Projektoren gibt es einen Wecker in der Nabe der Zuführspule. Selbst wenn ein Film schon im Fernsehen läuft, sind die Warnpunkte immer noch da. Sogar auf Filmen, die in Flugzeugen gezeigt werden. Während sich immer mehr Film auf die Aufwickelspule rollt, dreht sich die Aufwickelspule langsamer und die Zuführspule muss sich schneller drehen. Am Ende der Spule dreht sie sich so schnell, dass der Wecker zu Leuten anfängt, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass ein Wechsel bevorsteht. Von den Lampen in den Projektoren ist es heiß in deiner Dunkelheit und der Wecker läutet. Stell dich zwischen die beiden Projektoren, die Hände an den beiden Schaltern und beobachte die Ecke der Leinwand. Der zweite Punkt blitzt auf. Zähl bis fünf. Mach einen Verschluss zu und öffne gleichzeitig den anderen. Fliegender Wechsel. Der Film geht weiter. Niemand im Publikum ahnt irgendwas. Der Wecker ist auf der Zuführspule, damit der Filmvorführer ein Nickerchen machen kann. Ein Filmvorführer tut vieles, was er nicht tun sollte. Nicht jeder Projektor hat einen Wecker dran. Zu Hause wachst du manchmal in deinem dunklen Bett auf und glaubst erschrocken, dass du in der Kabine eingeschlafen bist und einen Wechsel verpasst hast. Das Publikum schimpft auf dich. Sein Kinotraum ist verdorben und der Geschäftsführer ruft den Verband an. Du erwachst auf Chrissy Field. Das Zauberhafte am Reisen ist dieses Miniaturleben, überall wo ich hinkomme. Ich gehe ins Hotel, winzige Seife, winzige Shampoos, Portionsbutter, winziges Mundwasser und eine Einmalzahnbürste. Zwänge dich in einen normalen Flugzeugsitz. Du bist ein Riese. Das Problem ist, dass deine Schultern zu breit sind. Deine Alice im Wunderland Beine sind plötzlich meilenlang so lang, dass sie die Füße der Person vor dir berühren. Das Essen kommt. Ein Miniaturbastelsatz für Hähnchen Cordon Bleu. Eine Art Do-It-Yourself-Aufgabe, damit du beschäftigt bist. Der Pilot hat das Warnlicht für den Sitzgurt eingeschaltet und wir möchten Sie bitten, auf Ihren Plätzen zu bleiben. Du erwachst auf Makesfield. Manchmal wacht Tyler im Dunkeln auf, zu Tode erschrocken darüber, dass er einen Spulenwechsel verpasst hat oder der Film gerissen oder nur so weit in den Projektor eingefädelt ist, dass die Zahnräder eine Lochreihe in die Tonspur stanzen. Wenn ein Film über die Zahnräder gelaufen ist, scheint das Licht der Lampe durch die Tonspur und statt Dialogen dröhnt dir ein Hubschraubergeräusch entgegen. Wop, 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 wop. Jedes Mal, wenn das Licht durch ein Zahnradloch bricht. Was ein Filmvorführer außerdem nicht tun sollte, Tyler macht Diaz aus den besten Einzelbildern in einem Film. Im ersten wirklich freizügigen Film, an den sich alle noch erinnern, kam die nackte Schauspielerin Angie Dickinson vor. Bis eine Kopie dieses Films von den Kinos an der Westküste in die Kinos an der Ostküste kam, war die Nacktszene verschwunden. Ein Filmvorführer nahm ein Bild heraus. Der nächste Filmvorführer nahm ein Bild heraus. Alle wollten sich ein Dia der nackten Angie Dickinson machen. Da kam Pornografie in die Kinos und diese Filmvorführer, von denen bauten sich manche eine geradezu epische Sammlung auf. Du erwachst auf Boeing Field. Du erwachst auf LAX. Du erwachst wieder auf SeaTac. Du bist Filmvorführer und du bist müde und verdrossen, aber hauptsächlich langweilst du dich. Also fängst du an, ein Einzelbild Pornografie zu nehmen, die ein anderer Vorführer gesammelt und in der Kabine gehortet hat. Und du klebst dieses Einzelbild von der Nahaufnahme eines vorstoßenden roten Penis oder einer feucht gähnenden Vagina in einen anderen Spielfilm. Der andere Film ist eines von diesen Haustierabenteuern, bei dem der Hund und die Katze auf einer Reise von der Familie zurückgelassen werden und wieder nach Hause finden müssen. In Spule 3, als der Hund und die Katze die menschliche Stimmen haben und miteinander reden, eben aus einer Mülltonne gefressen haben, blitzt eine Erektion auf. Tyler macht sowas. Du erwachst wieder auf Logan. Es ist eine fürchterliche Art zu reisen. Ich fliege zu Besprechungen, an denen mein Chef nicht teilnehmen will. Ich mache mir Notizen. Ich werde auf sie zurückkommen. Wohin ich auch reise, ich bin da, um das Formular anzuwenden. Ich wahre das Geheimnis. Es ist simple Arithmetik. Es ist eine Textaufgabe. Wenn ein neues Auto, das mein Unternehmen gebaut hat, mit 60 Meilen pro Stunde von Chicago Richtung Westen fährt und das hintere Differenzial klemmt fest und das Auto verunglückt und verbrennt mit allen Insassen, die in ihm eingekeilt sind, leitet mein Unternehmen dann einen Rückruf in die Wege? Man nimmt die Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge A und multipliziert sie mit der wahrscheinlichen Versagensquote B, dann multipliziert man das Ergebnis mit den durchschnittlichen Kosten eines außergerichtlichen Vergleichs C. A mal B mal C gleich X. Das sind die Kosten, wenn wir keinen Rückruf in die Wege leiten. Wenn X größer ist als die Kosten eines Rückrufs, rufen wir die Autos zurück und niemand wird verletzt. Wenn X kleiner ist als die Kosten eines Rückrufs, dann rufen wir sie nicht zurück. Überall, wo ich hinkomme, wartet die ausgebrannte, zusammengequetschte Hülse eines Autos auf mich. Ich weiß, wo all die Skelette sind. Betrachten Sie das als die Sicherheit für meinen Job. Hotelzeit, Restaurantessen. Wo ich hinreise, schließe ich kleine Freundschaften mit den Leuten, die von Logan nach Chrissy nach Willow Run neben mir sitzen. Ich bin Koordinator für Rückrufaktionen, erzähle ich dem Einwegfreund, der neben mir sitzt, aber ich arbeite auf eine Karriere als Tellerwäscher hin. Du erwachst wieder auf O'Hare. Danach hat Tyler überall einen Penis hineingeklebt. Nahaufnahmen normalerweise oder ein Grand Canyon von Vagina, während Cinderella mit ihrem Prinzen tanzt und die Leute haben zugesehen. Niemand hat sich beschwert. Die Leute aßen und tranken, aber der Abend war nicht mehr derselbe. Den Leuten wurde schlecht oder sie fingen an zu weinen, ohne zu wissen, warum. Nur ein Kolibri hätte Tyler überführen können. Du erwachst auf JFK. Ich schmelze und berste im Augenblick der Landung. Wenn ein Rad dumpf auf die Rollbahn aufsetzt, das Flugzeug sich aber zu einer Seite neigt und in der Entscheidung verharrt, sich gerade zu richten oder zu überschlagen. In diesem Augenblick ist alles bedeutungslos. Vor den Fenstern ist es dunkel und die Maschinen dröhnen im Umkehrschub. Die Kabine hängt unter dem Dröhnen der Turbinen in einem falschen Winkel und du wirst nie mehr einen Antrag zur Spesenabrechnung ausfüllen müssen. Rechnung erforderlich für Posten über 25 Dollar. Ein Schlag und das zweite Rad setzt auf die Rollbahn. Das Stakkate von 100 aufschnappenden Gurtschnallen und der Einwegfreund, neben dem du beinahe umgekommen wärst, sagt, ich hoffe, sie kriegen ihren Anschlussflug. Ja, das hoffe ich auch. Und so lange hat dein letzter Augenblick gedauert. Das Leben geht weiter. Und irgendwie, durch Zufall, haben Tyler und ich uns getroffen. Es war Zeit für einen Urlaub. Du erwachst auf LAX. Wieder einmal. Tyler habe ich getroffen, als ich an einem Nacktbadestrand war. Es war schon sehr spät im Sommer und ich schlief. Tyler war nackt und verschwitzt, voller Sand und das Haar hing ihm nass und strähnig ins Gesicht. Tyler war schon sehr lange da gewesen, bevor wir uns trafen. Tyler zog Treibholzstämme aus der Brandung und schleifte sie den Strand hinauf. Er hatte bereits einen Halbkreis aus Baumstämmen so in den nassen Sand gepflanzt, dass sie ein paar Zentimeter auseinanderstanden und ihm bis Augenhöhe reichten. Es waren vier Stämme und als ich aufwachte, beobachtete ich, wie Tyler einen fünften auf den Strand zog. Tyler grub ein Loch unter ein Ende des Baumstamms, dann hob er das andere Ende an, bis der Stamm in das Loch glitt und leicht geneigt dastand. Du erwachst am Strand. Wir waren die einzigen Leute am Strand. Ein paar Meter weiter zog Tyler mit einem Stock eine gerade Linie in den Sand. Er ging zurück, um den Stamm gerade zu richten, indem er Sand rund um den Fuß des Stammes fest stampfte. Ich war der einzige Mensch, der es beobachtete. Tyler rief herüber. Wissen Sie, wie spät es ist? Wo, fragte ich. Hier, sagte Tyler. Hier und jetzt. Es war 16.00 Uhr 6. Nach einer Weile setzte sich Tyler mit überkreuzten Beinen in den Schatten der aufrecht stehenden Baumstämme. Er saß einige Minuten da, dann stand er auf und ging schwimmen, zog ein T-Shirt und ein paar Shorts an und schickte sich an, zu gehen. Ich musste fragen. Ich musste wissen, was Tyler getan hatte, während ich schlief. Wenn ich an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit aufwachen konnte, konnte ich dann auch als ein anderer Mensch aufwachen? Ich fragte, ob Tyler ein Künstler sei. Tyler zuckte mit den Schultern und zeigte mir, wie die fünf stehenden Baumstämme am Fuß breiter waren. Er zeigte mir die Linie, die er in den Sand gezogen hatte und wie er mit ihrer Hilfe den Schatten ausmaß, den jeder Baumstamm warf. Manchmal warst du auf und du musst fragen, wo du bist. Was Tyler geschaffen hatte, war der Schatten einer riesigen Hand. Nur waren die Finger jetzt lang wie bei Nosferatu und der Daumen war zu kurz, aber um genau halb fünf, sagte er, war die Hand vollkommen. Die riesige Schattenhand war eine Minute lang vollkommen und eine vollkommene Minute lang war Tyler in der Handfläche einer Vollkommenheit gesessen, die er selbst geschaffen hatte. Du wachst auf und du bist nirgendwo. Eine Minute sei genug, sagte Tyler. Ein Mensch müsse hart dafür arbeiten, aber eine Minute Vollkommenheit sei die Anstrengung wert. Eine Minute sei das Äußerste, was du an Vollkommenheit erwarten kannst. Du wachst auf und das reicht. Er hieß Tyler Durden, er war Filmvorführer und er war Bankettkellner in einem Hotel in der Innenstadt und er gab mir seine Telefonnummer. Und so haben wir uns kennengelernt. Von den üblichen Gehirnparasiten sind alle da heute Abend. Nach oben und weiter ist immer gut besucht. Das ist Peter. Das ist Aldo. Das ist Marcy. Hallo. Die Vorstellungsrunde. Das ist Marla Singer und sie ist das erste Mal bei uns. Hallo, Marla. Bei Nach oben und weiter beginnen wir mit der Blitzrunde, in der jeder sagt, wie es ihm geht. Die Gruppe nennt sich nicht parasitische Gehirnparasiten. Du hörst nie jemanden von Parasiten reden. Allen geht es ständig schon wieder besser. Ach, diese neue medikamentöse Behandlung. Alle sind ständig gerade über den Berg. Trotzdem schielen alle wie nach fünf Tagen Kopfweh. Eine Frau wischt sich ungewollte Tränen weg. Alle bekommen ein Namensschild und Leute, die du seit einem Jahr jeden Dienstagabend getroffen hast, kommen auf dich zu, die Hand zum Händedruck bereit und den Blick auf dein Namensschild geheftet. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Niemand sagt jemals Parasit. Sie sagen Agens. Sie sagen nicht Heilung. Sie sagen Behandlung. In der Blitzrunde sagt etwa jemand, wie das Agens in seine Wirbelsäule vorgedrungen ist und er plötzlich keine Kontrolle mehr über seine linke Hand hat. Das Agens sagt dann jemand, hat seine Hirnhaut ausgetrocknet, weshalb sich das Gehirn nun von der Innenseite des Schädels zurückzieht, was Anfälle verursacht. Als ich das letzte Mal hier war, hat die Frau namens Chloe die einzige gute Nachricht verkündet, die sie hatte. Chloe stemmt sich an der hölzernen Armlinie ihres Sessels auf die Füße und sagt, sie habe keine Angst mehr vor dem Tod. Heute Abend, nach der Vorstellungsrunde und der Blitzrunde, sagt mir ein unbekanntes Mädchen mit einem Namensschild, auf dem Glenda steht, sie sei Chloe's Schwester und dass Chloe letzten Dienstag um zwei Uhr morgens schließlich gestorben sei. Ach, das könnte so süß sein. Zwei Jahre lang hat Chloe in meinen Armen geweint, wenn es Zeit dafür war. Und jetzt ist sie tot, unter der Erde, in einer Urne, einem Mausoleum, Kolumbarium. Ach, der Beweis, dass du an einem Tag noch denkst und dich durchs Leben schleppst und am nächsten bist du kalter Dünger, ein Buffet für die Würmer. Das ist das unglaubliche Wunder des Todes und es könnte so süß sein, wäre da nichts. Ach, diese eine. Marla. Ach, und Marla sieht mich schon wieder an, einzig mich inmitten all der Gehirnparasiten. Lügner. Schwindler. Marla ist die Schwindlerin. Du bist der Schwindler. Die angeleitete Meditation führt mich heute Abend plötzlich nirgendwohin. Hinter jeder der sieben Palasttüren, der grünen Tür, der orangefarbenen Tür, Marla. Die blaue Tür, Marla steht da. Lügner. Bei der geführten Meditation durch die Höhle meines energiespendenden Tieres ist mein Tier Marla. Marla, die ihre Zigarette raucht. Marla, die die Augen verdreht. Lügner. Schwarzes Haar und ein kissenweicher Kussmund. Lippen wie ein dunkles italienisches Ledersofa. Es gibt keinen drin. Chloe war das Original. Chloe war so, wie Joni Mitchells Skelett aussehen würde, wenn du es zum Lächeln bringen und auf einer Party herumführen würdest, wo sie ganz besonders nett zu allen wäre. Stell dir Chloes allseits beliebtes Skelett in der Größe eines Insekts vor, wie es um zwei Uhr morgens durch die Tunnel und Stollen ihrer Eingeweide läuft. Ihr Puls ist eine Sirene von oben, die verkündet, auf Tod vorbereiten in zehn, neun, acht Sekunden. Tod setzt ein in sieben, sechs. Chloe rennt in der Nacht durch das Labyrinth und ihre eigenen einstürzenden Adern und aufgeplatzten Röhren, aus denen heiße Lymphflüssigkeit strömt. Nerven tauchen als Stolperdrähte im Gewebe auf. Abszesse wuchern im Gewebe um sie herum wie erhitzte weiße Perlen. Die Ankündigung von oben Vorbereiten zur Räumung der Eingeweide in zehn, neun, acht, sieben. Vorbereiten zur Räumung der Seele in zehn, neun, acht. Chloe planscht knöcheltief durch die sich staunde Flüssigkeit aus ihren versagenden Nieren. Tod setzt ein in fünf. Fünf. Vier. Vier. Parasitärer Sprühregen färbt ihr Herz. Vier. Drei. Drei. Zwei. Chloe klettert Hand über Hand an dem geronnenen Belag ihrer eigenen Kehle hinauf. Tod setzt ein in drei. In zwei. Mondlicht scheint durch ihren offenen Mund herein. Auf letzten Atemzug vorbereiten jetzt. Räumen jetzt. Seele hat Körper verlassen jetzt. Tod setzt ein jetzt. Ach, das könnte so süß sein, die Erinnerung an Chloes warmes Gegröse in meinen Armen und Chloe selbst irgendwo und tot. Aber nein, ich werde von Marla beobachtet. Bei der geführten Meditation öffne ich meine Arme, um das Kind in mir zu empfangen und das Kind ist Marla, die ihre Zigarette raucht. Keine heilbringende weiße Lichtkugel, Lügner. Keine Chakren. Stellt euch vor, wie sich eure Chakren wie Blumen öffnen und in der Mitte von jeder gibt es eine Zeitlupenexplosion süßen Lichts. Lügner. Meine Chakren bleiben geschlossen. Als die Meditation zu Ende ist, regeln sich alle, verdrehen die Köpfe und helfen sich gegenseitig auf die Beine, um sich auf den therapeutischen Körperkontakt vorzubereiten. Für die Umarmung gehe ich mit drei Schritten hinüber und stelle mich vor Marla, die zu meinem Gesicht aufblickt, während ich alle anderen beobachte und auf das Stichwort warte. Und nun kommt das Stichwort wollen wir alle jemanden in unserer Nähe umarmen. Meine Arme legen sich ruckartig um Marla. Sag diesem jemand, wie ihr euch fühlt. Marla hat nicht Todenkrebs. Marla hat nicht Tuberkulose. Sie ist nicht dabei zu sterben. Das Stichwort kommt. Teilt euch mit. Na Marla, wie gefällt dir das? Teilt euch vollständig mit. Also Marla, hau ab, hau ab, hau ab. Mach ruhig und weine, wenn du musst. Marla blickt zu mir hinauf. Ihre Ohrläppchen runzeln sich um Löcher für Ohrringe, aber sie trägt keine. Ihre rissigen Lippen Du stirbst auch nicht demnächst, sagt Marla. Um uns herum lehnen sich Paare aneinander und schluchzen. Wenn du mich verpetzt, sagt Marla, verpetze ich dich auch. Dann teilen wir uns die Woche, sage ich. Marla kann Knochenmarksschwund, Gehirnparasiten und Tuberkulose haben. Ich behalte Hodenkrebs, Blutparasiten und organische Gehirnschwäche. Marla sagt, und wie steht's mit fortschreitendem Darmkrebs? Die Kleine hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wir teilen uns Darmkrebs. Sie kriegt ihn jeden ersten und dritten Sonntag im Monat. Nein, sagt Marla. Nein, sie will alles. Den Krebs die Parasiten. Marlas Augen werden schmal. Sie hätte sich nie träumen lassen, dass sie sich so wunderbar fühlen könnte. Nein, sie würde keine Gruppe verlassen. Nicht, um dahin zurückzukehren, wie sich das Leben vorher angefühlt hat, sagt Marla. Ich habe früher in einem Beerdigungsinstitut gearbeitet, um mich gut zu fühlen, nur aufgrund der Tatsache, dass ich atme. Was also, wenn ich keinen Job in meinem Bereich finden könnte? Dann geh zurück zu deinem Beerdigungsinstitut, sage ich. Beerdigungen sind nichts im Vergleich zu dem hier, sagt Marla. Beerdigungen sind eine rein abstrakte Zeremonie. Hier machst du die echte Erfahrung des Todes. Die Paare um uns beide herum trocknen ihre Tränen, schniefen und lassen einander los. Wir können nicht beide herkommen, sage ich zu ihr. Dann komm nicht mehr. Ich brauche das. Dann geh zu Beerdigungen. Alle anderen haben sich voneinander gelöst und fassen sich an den Händen für das Abschlussgebet. Ich lasse Marla los. Wie lange kommst du schon hierher? Das Abschlussgebet. Zwei Jahre. Ein Mann im Gebetskreis nimmt meine Hand. Ein Mann nimmt Marlas Hand. Diese Gebete brauchen nur zu beginnen und schon stockt mir normalerweise der Atem. Oh segne uns. Segne uns in unserem Zorn und unserer Angst. Zwei Jahre? Marla neigt den Kopf und flüstert. Oh segne uns und halte uns. Alle denen nicht in diesen zwei Jahren aufgefallen sein könnte, sind entweder gestorben oder sie sind genesen und nie mehr wieder gekommen. Hilf uns und hilf uns. Okay, sagt Marla. Okay, okay, du kannst den Hodenkrebs behalten. Big Bob, das große Käsebrot, der mich voll heult, danke. Führ uns unserem Geschick entgegen. Gib uns Frieden. Kein Wort davon. So habe ich Marla kennengelernt. Der Sicherheitsbeamte erklärte mir alles. Die Gepäckverlader dürfen einen tickenden Koffer ignorieren. Der Mann von der Sondereinheit für Sicherheit, er nennt die Gepäckverlader Loader. Moderne Bomben ticken nicht, aber bei einem Koffer, der vibriert, müssen die Gepäckverlader, die Loader, die Polizei rufen. Dazu bei Tyler zu wohnen, kam ich, weil die meisten Fluglinien dieses Verfahren hinsichtlich vibrierenden Gepäcks anwenden. Bei meinem Rückflug von Dallas hatte ich alles in dieser einen Tasche. Wenn du viel unterwegs bist, lernst du für jede Reise dasselbe zu packen. Sechs weiße Hemden, zwei schwarze Hosen, das blanke Minimum, das du zum Überleben brauchst, Reisewecker, schnurlose Elektrorasierer, Zahnbürste, sechs Paar Unterhosen, sechs Paar schwarze Socken. Dem Sicherheitsbeamten zufolge stellt sich beim Abflug von Dallas heraus, dass mein Koffer vibriert, also nahm ihn die Polizei aus dem Flieger. Alles war in dieser Tasche. Das Zeug für meine Kontaktlinsen. Eine rote Krawatte mit blauen Streifen, eine blaue Krawatte mit roten Streifen und eine einfarbig rote Krawatte. Eine Liste mit all diesen Sachen hing bei mir zu Hause immer an der Innenseite der Schlafzimmertür. Mein Zuhause war eine Eigentumswohnung im 15. Stock eines Hochhauses, so eine Art Aktenschrank für Witwen und junge Berufstätige. Die Marketingbroschüre versprach 30 cm dicke Böden, Decken und Wände aus Beton zwischen mir und allen angrenzenden Stereoanlagen und voll aufgedrehten Fernsehern. 30 cm Beton und eine Klimaanlage, man konnte die Fenster nicht öffnen, weshalb trotz Ahornparkett und Dimmerschaltern alle 150 luftdichten Quadratmeter immer nach deiner letzten Mahlzeit oder dem letzten Gang ins Badezimmer rochen. Oh ja, und es gab Massivholz Arbeitsflächen und Niederwollt Lichtschienen. Trotzdem sind 30 cm Beton wichtig, wenn deine Nachbarin nebenan die Batterie ihres Hörgeräts leer werden lässt und sich ihre Gameshows bei voller Lautstärke anhören muss. Oder wenn das, was einmal deine Wohnzimmereinrichtung und deine persönliche Habe war, in einer vulkanischen Detonation aus brennendem Gas und Schutt aus deinen raumhohen Fenstern fliegt und lodernd in die Tiefe segelt. Und deine Eigentumswohnung und nur deine ist nur noch ein ausgebranntes verkohltes Betonloch in der Steilwand des Gebäudes. So was kommt vor. Alles einschließlich deines grünen Geschirrs aus handgeblasenem Glas mit den winzigen Bläschen und Unvollkommen halten fliegt durch die Explosion hinaus. Stellen sie sich die raumhohen Vorhänge vor, die herausgesprengt werden und im heißen Wind zu Funken verlodern. 15 Stockwerke über der Stadt regnet dieses Zeug lodernd und prasselnd und splitternd auf sämtliche Autos hinab. Und während ich bei Mach 0.83 oder 900 Kilometern in der Stunde schlafend Richtung Westen fliege, nimmt ein Bombenkommando des FBI auf einer geräumten Rollbahn in Dulles meinen Koffer auseinander. In neun von zehn Fällen, sagt der Sicherheitsbeamte, ist die Vibration ein elektrischer Rasierapparat. Diesmal war es mein schnurloser Rasierer. Beim zehnten Mal ist es ein vibrierender Dildo. Der Sicherheitsbeamte hat mir das erzählt. Da war ich schon an meinem Zielort ohne Koffer und dabei mit dem Taxi nach Hause zu fahren und meine Flanelllaken in Fetzen auf dem Boden vor zu finden. Stellen Sie sich vor, sagt der Sicherheitsbeamte, man muss einer Passagierin bei der Ankunft mitteilen, dass ihr Gepäck wegen eines Dildos an der Ostküste geblieben ist. Manchmal ist es sogar ein Mann. Die Politik der Fluglinie vermeidet es im Fall eines Dildos eine Eigentümerschaft anzudeuten. Man gebrauche den unbestimmten Artikel. Ein Dildo. Es regnete, als ich zum Umsteigen in Stapleton aufwachte. Es regnete, als ich beim letzten Landeanflug für zu Hause aufwachte. Eine Durchsage forderte uns auf, bei dieser Gelegenheit nachzusehen, ob wir etwaiges persönliches Eigentum auf den Sitzen liegen lassen hätten. Dann wurde mein Name durchgesagt. Ich solle mich bitte mit einem Vertreter der Fluggesellschaft treffen, der am Gate auf mich wartete. Ich stellte meine Uhr drei Stunden zurück und es war immer noch nach Mitternacht. Am Gate waren der Vertreter der Fluglinie und der Sicherheitsbeamte, der sagte, ihr aufgegebenes Gepäck ist wegen ihres elektrischen Rasierers in Dallas zurückgeblieben. Der Sicherheitsbeamte nannte die Gepäckverlader Loader. Um zu beweisen, dass alles noch schlimmer sein könnte, sagte er, wenigstens war es kein Dildo. Und dann, vielleicht, weil ich ein Mann bin und er ein Mann ist und es ein Uhr morgens war, vielleicht, um mich zum Lachen zu bringen, sagte er, im Branchenjargon hießen die Stewardessen Weltraumservice oder Luftmatratzen. Der Knabe sah aus, als würde er eine Pilotenuniform tragen, weißes Hemd mit kleinen Epauletten und einer blauen Krawatte. Mein Gepäck sei freigegeben, sagte er, und würde am nächsten Tag eintreffen. Der Sicherheitsbeamte bat mich um Namen, Adresse und Telefonnummer. Ich nahm mit meinen letzten zehn Dollar ein Taxi nach Hause. Die Polizei meines Wohnorts hatte ebenfalls eine Menge Fragen gestellt. Mein Elektrorasierer, der keine Bombe war, war noch immer drei Zeitzonen hinter mir. Etwas, das eine Bombe war, eine große Bombe, hatte meine raffinierten Kaffeetischchen New Runda, die sich in der Form eines limongrünen Yin und eines orangefarben Yang zu einem Kreis fügten, in die Luft gejagt. Sie war nur noch Splitter. Meine Sofagruppe Haranda mit den orangefarbenen Überzügen, die seien von Erika Peccary, sie war nur noch Schrott. Und ich war der einzige Sklave meines Nestbauinstinkts. Meine Bekannten, die früher mit Pornografie im Badezimmer hockten, die hockten hockten, mit ihrem Ikea-Katalog drin. Wir haben alle den gleichen Sessel Johannishof mit dem grünen Streifenmuster Stinne. Meiner fiel brennend fünfzehn Stockwerke tief in einen Brunnen. Wir haben die gleichen Papierlampen, Risslamper Haar, aus Draht- und umweltfreundlich ungebleichtem Papier. Meine sind jetzt Konfetti. Die Straße vor meinem Hochhaus war übersät mit all dem Zeug. Die Steppdeckengarnitur Momala, Design von Thomas Harila, unterhältlich in Orchidee, Fuchsia, Kobaltblau, Schwarz, Tiefschwarz, Eierschalenfarben oder gesprengelt. Ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um mir dieses Zeug zusammen zu kaufen. Du kaufst Möbel. Dann sitzt du in deinem hübschen Nest in der Falle und die Dinge, die du einmal der Portier tritt aus dem Schatten, um mir zu sagen, dass es einen Unfall gegeben hat. Die Polizei war da und hat eine Menge Fragen gestellt. Die Polizei vermutet, dass es Gas war. Vielleicht ist das Kontrolllicht am Herd ausgegangen oder ein Brenner wurde angelassen und das Gas strömte aus und das Gas stieg zur Decke und es füllte jeden Raum in der Wohnung von der Decke bis zum Boden Die Wohnung hatte 150 Quadratmeter und hohe Decken und das Gas muss tagelang ausgeströmt sein, bis alle Räume voll waren. Als die Räume bis zum Boden voll waren, schaltete sich der Kompressor im Sockel des Kühlschranks ein. Explosion. Die raumhohen Fenster in ihren Aluminiumrahmen flogen heraus, die Sofas, die Lampen, das Geschirr und die brennenden Laken, die Jahrbücher der Highschool, die Abschlusszeugnisse und das Telefon, alles knallt in einer Art Sonnensturm aus dem 15. Stock, nicht mein Kühlschrank. Ich hatte fächerweise verschiedene Senfsorten gesammelt, manche auf Stein gemahlen, manche nach englischem Papprezept. Es gab fettarmes Salatdressing in 14 verschiedenen Geschmacksrichtungen und 7 Sorten Kapern. Ich weiß, ich aber niemand dürfe die Wohnung betreten. Polizeiliche Anweisung. Die Polizei hätte gefragt, ob ich eine ehemalige Freundin habe, die das getan haben könnte, oder ob ich mir jemanden zum Feind gemacht habe, der Zugang zu Dynamit hat. Es lohnt sich nicht hinaufzufallen, sagte der Portier, außer dem Betongerippe ist nichts mehr übrig. Die Polizei hatte Brandstiftung nicht ausgeschlossen, niemand hatte Gas gerochen. Der Portier runzelte die Stirn. Der Kerl verbrachte seine Zeit damit, mit den Dienstmädchen und Schwestern zu flirten, die in den großen Wohnungen in der obersten Etage arbeiteten und nach der Arbeit in den Sesseln im Foyer auf ihre öffentlichen Verkehrsmittel warteten. Drei Jahre habe ich hier gewohnt und der Portier saß immer noch jeden Abend da und las in seiner Zeitschrift, während ich Pakete und Taschen von einem Arm in den anderen wechselte, um die Eingangstür aufzusperren und mich selbst herein zu lassen. Ich bat darum, das Telefon in der Lobby benutzen zu dürfen. Ich rief Tyler an. Das Telefon läutete in Tylers gemietetem Haus in der Paper Street. Tyler, bitte erlöse mich und das Telefon läutete. Tyler, bitte rette mich. Erlöse mich von meinen schwedischen Möbeln. Das Telefon läutete und Tyler nahm ab. Erlöse mich Tyler aus Vollkommenheit Bautier bat um eine Nummer, unter der mich die Polizei erreichen könnte. Es regnete noch immer. Mein Audi stand noch auf dem Parkplatz, aber jemand leuchtete mit einer Halogen Stableuchte durch die Windschutzscheibe. Tyler und ich trafen uns und tranken eine Menge Bier und Tyler sagte, ja, ich könne bei ihm einziehen, aber ich müsste ihm einen Gefallen tun. Am nächsten Tag würde mein Koffer mit dem Allernotwendigsten Eintreffen, sechs Hemden, sechs Paar Unterhosen. Dort, betrunken in einer Bar, wo keiner zuschaute und sich niemand darum scherte, fragte ich Tyler, was er von mir wolle. Tyler sagte, ich will, dass du mich so fest schlägst, wie du nur kannst. Nach zwei Bildschirmen meiner Demo für Microsoft schmecke ich Blut und muss schlucken. Mein Chef kennt das Material nicht, aber er lässt mich die Vorführung nicht mit einem Stiche sind aufgegangen und ich spüre sie mit der Zunge an der Innenseite meiner Wange. Stellen sie sich verdröselte Angelschnur am Strand vor. Ich kann sie mir als die schwarzen Stiche bei einem Hund vorstellen, nachdem er etwas abgekriegt hat und ich schlucke weiter Blut. Mein Chef macht die Präsentation von meinem Skript und ich bediene den Laptop-Projektor und sitze abseits auf einer Seite des Raumes im Dunkeln. Als ich versuche das Blut abzuschlecken sind meine Lippen noch klebriger von Blut und wenn das Licht angeht werde ich mich an die Berater Alan Walter Norbert und Linda von Microsoft wenden und sagen Danke dass sie gekommen sind und mein Mund wird vor Blut glänzen und es wird in die Ritzen zwischen meinen Zähnen steigen Morgen ist Fight Regelring schüttelt mir die Hand mit seiner sanften weichen Hand und sagt wir möchten nicht wissen wie der andere Kerl aussieht Regel Nummer eins beim Fight Club lautet man redet nicht darüber ich erzähle Walter dass ich gestürzt bin ich habe mir das selber zugefügt als ich vor der Präsentation meinem Chef gegenüber saß und ihm erklärte wo das Stichwort für jedes Dia im Skript kommt und wann ich den Video Ausschnitt laufen lassen wollte sagte mein Chef was treiben sie da eigentlich jedes Wochenende ich will einfach nicht sterben ohne ein paar Narben zu haben sage ich Regel Nummer zwei beim Fight Club lautet man redet nicht darüber vielleicht kommt beim Mittagessen der Kellner an deinen Tisch und der Kellner hat die zwei blauen Augen eines Riesen Pandas vom Fight Club am letzten Wochenende als du gesehen hast wie sein Kopf zwischen dem Beton Fußboden und dem Knie eines 200 Pfund Burschen eingeklemmt war der mit dumpfen trockenen Geräuschen die man über all das Gebrüll hinweg hörte wieder und wieder seine Faust auf den Nasenrücken des Kellners krachen ließ bis der Kellner genügend Luft bekam und blutverspritzend Stopp sagte du sagst nichts denn der Fight Club existiert nur in den Stunden zwischen dem Beginn des Fight Clubs und seinem Ende der Junge der im Kopierladen arbeitet vor einem Monat hast du diesen Jungen gesehen der sich nicht merken kann dass er einen Auftrag dreimal lochen und farbige Einlegeblätter zwischen die kopierten Stapel legen muss aber für zehn Minuten war dieser Junge ein Gott als er einem Kontakte der zweimal so groß war wie er selbst einen Tritt ist die dritte Regel beim Fight Club wenn jemand Stop sagt oder erschlafft selbst wenn er es nur vortäuscht ist der Kampf vorbei nur zwei Leute in jedem Kampf immer nur ein Kampf gleichzeitig gekämpft wird ohne Hemd und Schuhe die Kämpfe dauern so lange wie sie dauern müssen das sind die anderen Regeln des Fight Clubs im Fight Club ist niemand das was er in der realen Welt spielt sich alles in der realen Welt mit gedämpfter Lautstärke ab nichts kann dich ankotzen dein Wort ist Gesetz und wenn andere dieses Gesetz brechen oder dich infrage stellen nicht einmal das kotzt dich an in der realen Welt bin ich Koordinator für Rückrufaktionen und sitze mit Hemd und Krawatte und dem Mund voller Blut im Dunkeln und wechsle die Overhead Folien und Diaz Der erste Fight Club bestand nur aus Tyler und mir die aufeinander einschlugen Wenn ich früher verärgert nach Hause kam und wusste dass mein Leben nicht meinem persönlichen Fünfjahresplan gehorchte reichte es dass ich meine Eigentumswohnung putzen und mein Auto auseinander nehmen konnte Eines Tages würde ich tot sein ohne eine Narbe und eine wirklich hübsche Eigentumswohnung und ein Auto würden übrig bleiben Wirklich sehr hübsch bis sich der Staub fest setzte oder der nächste Eigentümer Nichts ist statisch Sogar die Mona Lisa zerfällt Seit es den Fight Club gibt kann ich mit der Hälfte der Zähne in meinem Kiefer wackeln Vielleicht ist Selbstverfeinerung nicht die Antwort Tyler hat seinen Vater nie gekannt Vielleicht ist Selbstzerstörung die Antwort Tyler und ich gehen immer noch gemeinsam zum Fight Club Der Fight Club findet jetzt im Keller unter einer Bar statt am Samstag Abend nach Schließung der Bar und jede Woche sind ein paar Leute mehr da wenn du hinkommst Tyler stellt sich unter das einzige Licht in der Mitte des schwarzen betonierten Untergeschosses und er sieht dieses Licht das ihm in hundert Augenpaaren aus dem Dunkel entgegen flackert Das erste was Tyler brüllt ist Regel Nummer eins beim Fight Club lautet man redet nicht darüber Regel Nummer zwei beim Fight Club brüllt Tyler lautet man redet nicht darüber Ich selbst habe meinen Vater sechs Jahre lang gekannt Aber ich kann mich an nichts erinnern Mein Dad fängt ungefähr alle sechs Jahre in einer neuen Stadt eine neue Familie an Das hat nicht viel mit Familie zu tun Es ist eher so als wenn er eine Franchise Firma aufbaute Was du beim Fight Club triffst ist eine Generation von Männern die von Frauen aufgezogen wurde Tyler steht unter dem einzigen Licht in der nach mitternächtlichen Schwärze eines Tiefgeschosses voller Männer und geht die anderen Regeln durch Zwei Männer pro Kampf nur ein Kampf gleichzeitig keine Schuhe keine Hemden die Kämpfe dauern so lange wie sie dauern müssen Und die siebte Regel lautet Wenn heute dein erster Abend im Fight Club ist dann musst du kämpfen Fight Club ist nicht wie Football im Fernsehen Du siehst nicht zu wie ein Haufen Männer die du nicht kennst auf der anderen Seite der Erde live via Satellit mit einer zweiminütigen Verzögung aufeinander eindreschen und alle zehn Minuten preisen der Werbespots Bier an Mein Vater hat nie ein College besucht also war es enorm wichtig dass ich aufs College ging Nach dem College rief ich ihn an und sagte und was jetzt Mein Dad wusste es nicht Als ich einen Job bekam und Ich bin ein dreißigjähriger kleiner Junge und ich frage mich ob schon wieder eine Frau wirklich die Antwort ist die ich brauche Was sich im Fight Club abspielt spielt sich nicht in Worten ab Manche Kerle brauchen jede Woche einen Kampf Diese Woche sagt Tyler sind die ersten 50 dran die zur Tür hereinkommen und das war's keiner mehr Letzte Woche habe ich einen Kerl abgeschlagen und er ich kamen auf die Liste für einen Kampf Der Bursche muss eine schlechte Woche hinter sich gehabt haben Er bekam meine beiden Arme in einem Nelsen hinter den Kopf und rammte mein Gesicht in den Beton Boden Bis ich mir mit den Zähnen die Innenseite der Backe aufbiss Mein Auge zuschwoll und blutete und als ich Stopp gesagt hatte schaute ich auf den kleinen Schlitz meines Auges das vom Boden zu uns herauf starrt und Tyler sagt cool ich schüttle dem Kerl die Hand und sage guter Kampf dieser Kerl sagt wie wär's mit nächster Woche ich versuche gegen die mächtige Schwellung anzulächeln und sage schau mich an wie wär's mit nächsten Monat du bist nirgendwo so lebendig wie beim Fight Club wenn es nur dich und einen anderen Kerl gibt unter diesem einzigen Licht in mitten all der Zuschauer es geht beim Fight Club nicht ums gewinnen oder verlieren beim Fight Club geht es nicht um Worte du siehst einen Kerl zum ersten Mal zum Fight Club kommen mit einem Hintern wie ein Weißbrot Leib du siehst den selben Kerl ein halbes Jahr später und er sieht aus wie aus Holz geschnitzt dieser Kerl traut sich zu mit allem fertig zu werden im Fight Club wird gestöhnt und gelärmt wie im Fitness Center aber es geht beim Fight Club nicht darum gut aus zu sehen nach meinem letzten Kampf wischte der Kerl der gegen mich gekämpft hatte den Boden auf während ich meine Versicherung anrief und einen Besuch in der Notaufnahme vor bestätigte im Krankenhaus erzählte Man redet nicht über den Fight Club weil er außer in den fünf Stunden von zwei bis sieben Uhr am Sonntagmorgen nicht existiert als Tyler und ich den Fight Club erfanden hatte keiner von uns beiden zuvor je gekämpft wenn du nie gekämpft hast stellst du dir Fragen über Verletzungen darüber was du einem anderen Mann antun kannst ich war der Erste den sich Tyler zu fragen niemand darum scherte also sagte Tyler ich möchte dass du mir einen gefallen tust ich möchte dass du mich so fest schlägst wie du nur kannst ich wollte nicht aber Tyler erklärte mir dass er nicht ohne Narben sterben wollte und dass er es satt hatte nur Profis kämpfen zu sehen und dass er mehr über sich selbst erfahren wollte über Selbstzerstörung zu dieser Zeit schien mein Leben gerade zu sehr vollendet und vielleicht müssen wir alles zertrümmern um etwas besseres aus uns zu machen ich schaute umher und sagte okay okay sage ich aber draußen auf dem Parkplatz wir gingen also hinaus und ich fragte Tyler ob er es lieber ins Gesicht oder in den Magen hätte Tyler sagte überrasch mich ich sagte ich hätte noch nie jemanden geschlagen Tyler sagte dann raste mal aus man ich sagte schließt die Augen Tyler sagte nein wie jeder kerl in seiner ersten nacht im fight club holte ich luft und schwang meine faust mit einem wilden schwinger auf tylers kinnlade so wie in den vielen cowboy filmen die wir gesehen haben und meine faust traf ihn seitlich am hals scheiße sagte ich das hat nicht gezählt ich versuch's nochmal Tyler sagte doch es zählt brust und ich fiel nach hinten gegen ein auto wir standen beide da Tyler rieb sich die seite des halses und ich presste meine hand auf die brust und wir wussten beide dass wir irgendwo angelangt waren wo wir nie zuvor gewesen sind Tyler sagte kur schlag mich nochmal sagte ich Tyler sagte nein du schlägst mich also schlug ich ihn mit einem weit ausholenden Schwinger seines Schuhs in den Magen was als nächstes geschah geschah auch später ohne Worte die bar schloss und die Leute kamen heraus und feuerten uns auf dem Parkplatz an anstelle von Tyler hatte schließlich ich das Gefühl alles anpacken zu können was im Leben schief lief meine Wäsche die mit zerbrochenen Kragenknöpfen aus der Reinigung kam meine Bank die behauptete ich sei hunderte von Dollar im Minus mein Job wo sich mein Chef an meinen Computer setzte und mit den DOS Befehlen herumspielte und Marla Singer die mir meine Selbsthilfe Gruppen gestohlen hatte keines von diesen Problemen war gelöst als der Kampf vorbei war aber keines war noch wichtig die erste Nacht in der wir kämpften war eine Sonntagnacht und Tyler hatte sich das ganze Wochenende nicht rasiert weshalb mir die Knöchel hinauf zu dem einzigen Stern der die Straßen Beleuchtung überstrahlte und ich fragte Tyler wogegen er gekämpft hatte gegen seinen Vater sagte Tyler vielleicht brauchen wir keinen Vater um uns zu vollenden es liegt nichts persönliches darin gegen wen du im Fight Club kämpfst du kämpfst um zu kämpfen man soll nicht über den Fight Club reden aber wir redeten und in den nächsten paar Monaten machte und als es kalt wurde bot eine andere Bar das Tiefgeschoss an wo wir uns jetzt treffen wenn Fight Club ist gibt Tyler die Regeln bekannt die er und ich beschlossen haben die meisten von euch brüllt Tyler im Licht Kegel in der Mitte des Kellers voller Männer sind hier weil jemand die Regeln nicht befolgt hat jemand hat euch vom Fight Club erzählt Tyler sagt also entweder ihr hört auf herum zu erzählen oder ihr macht einen neuen Fight Club auf denn nächste Woche tragt ihr euren Namen in eine Liste ein wenn ihr hier ankommt und nur die ersten 50 Namen kommen rein wenn ihr reinkommt macht ihr sofort euren Kampf aus falls ihr einen wollt falls ihr keinen Kampf wollt hier sind Jungs die wollen einen also solltet ihr vielleicht einfach zu Hause bleiben wenn heute eure erste Nacht beim Fight Club ist brüllt Tyler dann müsst ihr kämpfen die meisten Kerle sind beim Fight Club weil sie vor irgendetwas zu viel Angst haben um dagegen zu kämpfen nach ein paar Kämpfen hier fürchtest du dich schon sehr viel weniger heute gehe ich zu Besprechungen und Konferenzen und sehe an den Konferenztischen die Gesichter von Wirtschaftsprüfern mittleren Angestellten oder Anwälten mit gebrochenen Nasen die wie Auberginen unter ihren Verbänden hervorquellen oder sie haben ein paar Stiche unter einem Auge oder einen verdrahteten Kiefer das sind die stillen jungen Männer die zuhören bis es Zeit ist zu entscheiden wir nicken einander zu später fragt mich dann mein Chef wieso ich so viele von diesen Typen kenne meinem Chef zufolge gibt es immer weniger Ehrenmänner im Geschäft und immer mehr Verbrecher die Präsentation geht weiter Walter von Microsoft lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich hier haben wir einen jungen Mann mit vollkommenen Zähnen reiner Haut und der Sorte Job bei dem du es kaum erwarten kannst der ehemaligen Zeitschrift deines College zu schreiben wie du ihn gekriegt hast du weißt er ist zu jung um in irgendeinem Krieg gekämpft zu haben und wenn seine Eltern nicht geschieden sind war sein Vater nie zu Hause und er sieht mich an mit meinem Gesicht das zur Hälfte glatt rasiert ist und zur Hälfte eine boshaft grinsende Quetschung verborgen im Dunkeln Blut glänzt auf meinen Lippen eines morgens schwimmt ein benutztes Kondom wie eine tote Qualle in der Toilette und so lernt Tyler Maler kennen ich stehe auf um pinkeln zu gehen und da ist es über dem höhlenmalerei artigen Kot in der Kloschüssel man fragt sich was sich das Sperma dabei denkt was ist hier los die ganze Nacht hab ich geträumt dass ich mit Maler Singer bumste Maler Singer die ihre Zigarette raucht Maler Singer die Augen verdreht ich wache allein in meinem Bett auf und die Tür zu Teilers Zimmer ist zu die Tür zu Teilers Zimmer ist sonst nie zu es hat die ganze Nacht geregnet die Schindeln auf dem Dach werfen Blasen verziehen und wellen sich und der Regen dringt durch sammelt sich über den Decken verputzt und tropft an den Beleuchtungskörpern hinunter Teilau zur Miete wohnt hat drei Stockwerke und einen Keller wir laufen mit Kerzen herum das Haus hat Vorratskammern und abgeschirmte Schlafveranden und Buntglas Fenster am Treppenabsatz im Wohnzimmer gibt es Erkerfenster mit Fensterbänken die Fußleisten sind geschnitzt und gefirnest und 45 Zentimeter hoch der Regen tröpfelte durch das ganze Haus und alles was aus Holz ist quillt auf und zieht sich wieder zusammen und die Nägel im Holz in den Böden Fußleisten und Fenster futtern die Nägel schieben sich langsam heraus und rosten überall tritt man auf rostige Nägel oder stößt sich den Ellenbogen an ihnen und es gibt nur ein Badezimmer für sieben Schlafräume und in dem schwimmt nun ein benutztes Kondom Das Haus wartet auf irgendwas und dann wird man Zeitendämmerung gab es einen Besitzer der das National Geographic und den Regist Digest sammelte die Sammlung umfasst ein ganzes Lebensalter große schwankende Zeitschriftenstapel die bei jedem Regen höher werden Tyler sagt der letzte Mieter hat immer Kokainbriefchen aus den Hochglanzseiten der Zeitschriften gefaltet an der Eingangstür ist kein Schloss mehr seit die Polizei oder wer immer die Tür eingetreten hat an den Wänden des Tapete auf Blumen unter Streifen unter Blumen unter Vögeln unter China Leinen Im Haus gibt es einen Wandschrank mit 1,50 breiten Walzen zum Aufrollen von Damast Tischdecken so dass man sie nicht zu bügeln braucht Es gibt einen zeder gesäumten kühlbaren Wandschrank für Pelze Die Fliesen im Bad sind mit kleinen Blumen bemalt und hübscher als das Hochzeitsporzellan der meisten Leute und in der Toilette schwimmt ein benutztes Kondom Ich wohne seit einem Monat bei Tyler Tyler kommt mit lauter Knutschflecken am Hals und auf der Brust zum Frühstück und ich lese gerade ein altes Heft von Regis Digest durch Das Haus ist ideal um mit Drogen zu handeln Es gibt keine Nachbarn An der Paper Street liegt sonst nichts außer Lagerhäusern und der Papiermühle Der Furzgeruch des Dampfes aus der Papierfabrik und der Hamsterkäfig Geruch der orangefarbenen Pyramiden aus Holzspänen rund um die Fabrik Das Haus ist ideal um mit Drogen zu handeln weil jeden Tag Legionen von Lastwagen auf der Paper Street verkehren aber nachts sind Tyler und ich auf einer halbe Meile im Umkreis allein Ich habe Stapel über Stapel von Regis Digest im Keller gefunden und jetzt türmen sie sich in jedem Zimmer Menschen wie du und ich Lachen ist die beste Medizin Die Zeitschriften Stapel sind so ungefähr das einzige Immobiliar In den ältesten Heften gibt es eine Artikelserie in der Organe des menschlichen Körpers in der ersten Person von sich sprechen Ich bin Janes Gebärmutter Ich bin Joes Prostata Kein Witz und Tyler kommt an den Küchentisch mit seinen Knutschflecken und ohne Hemd und sagt bla 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 er hat Maler Singer letzte Nacht getroffen und sie haben miteinander geschlafen Als ich das höre bin ich nur noch Joes Gallenblase Das Ganze ist meine Schuld Manchmal tust du etwas und wirst dafür fertig gemacht und manchmal sind es die Dinge die du nicht tust für die du fertig gemacht wirst Gestern Abend rief ich Maler an Wir haben ein System ausgearbeitet Wenn ich zu einer Selbsthilfe Gruppe gehen will kann ich Maler anrufen und sehen ob sie vor hat hinzugehen Gestern Abend war Melanomie und ich fühlte mich ein bisschen niedergeschlagen Maler wohnt im Regent Hotel was nichts weiter ist als braune Ziegel die mit Dreck zusammengehalten werden und wo alle Matratzen in glatte Plastikfolien eingeschweißt sind so viele Leute gehen dort zum Sterben hin Du sitzt auf jedem Bett falsch und du die Laken und die Zudecke rutschen geradewegs auf den Boden Ich rief Maler im Regent Hotel an um zu sehen ob sie zu Melanomie geht Maler antwortete in Zeitlupe Dies sei kein ernst gemeinter Selbstmord Versuch sagte sie aber sie hätte zu viel Xanax genommen Die Vorstellung ins Regent Hotel hinüber zu fahren und Maler dabei zu sehen wie sie sich in ihrem lausigen Zimmer hin und her wirft und sagt ich sterbe ich sterbe ich sterbe das würde stundenlang so gehen Sie blieb also heute Abend zu Hause richtig Sie ziehe die große Todesnummer ab erzählte mir Maler ich solle mich auf die Socken machen wenn ich ihr zuschauen wolle vielen Dank auch sage ich aber ich hätte schon was anderes vor schon gut sagte Maler sie könne ebenso gut sterben und dabei Fernsehen schauen sie hoffe nur dass es etwas gebe was das anschauen wert sei und ich lief zu Melanomie ich kam frühzeitig nach Hause ich schlief und jetzt beim Frühstück am nächsten Morgen sitzt Tyler mit Knutschflecken übersät da und sagt Maler sei eine ganz schön überdrehte Tussi aber er mag das nach Melanomie gestern Abend kam ich nach Hause ging zu Bett und schlief und träumte dass ich Maler Singer bumste während ich heute Morgen Tyler zuhöre tue ich so als würde ich den Reader's Digest lesen überdrehte Tussi das hätte ich dir gleich sagen können ich bin Joes wütender Gallengang was Maler letzte Nacht alles zu ihm gesagt habe sagt Tyler so hätte noch keine waschende Zähne ich bin Joes entzündete geblähte Nasenlöcher nachdem er und Maler es ungefähr zehnmal getrieben hatten sagt Tyler habe Maler gesagt sie wolle schwanger werden Maler sagt sie wolle einen Abgang von Tyler ich bin Joes weiße Fingerknöchel wie sollte Tyler nicht darauf hereinfallen in der Nacht zuvor war er allein wach gesessen und hatte Geschlechtsorgane in Schneewittchen geklebt wie könnte ich um Tylers Aufmerksamkeit Wetteifern ich bin Joes wutentbranntes Gefühl der Zurückweisung alles meine Schuld nachdem ich gestern Abend zu Bett gegangen war erzählte mir Tyler sei er von seiner Schicht als Bankett Kellner nach Hause gekommen und Maler rief wieder vom Regent Hotel an das war sagte Maler der Tunnel das Licht das sie den Tunnel entlang führte die Todeserfahrung war so fantastisch Maler wollte mir beschreiben wie sie ihren Körper verließ und nach oben entschwebte Maler wusste nicht ob ihr Geist das Telefon bedienen konnte aber sie wollte dass zumindest jemand ihren letzten Atemzug hört aber nein Tyler geht ans Telefon und missversteht die ganze Situation sie sind sich nie begegnet deshalb hält es Tyler für eine schlimme Sache dass Maler gerade stirbt es ist nichts der gleichen die Sache geht Tyler nichts die wir alle aus dem Fernsehen kennen ist Tyler nun auf ewig für Maler verantwortlich denn Tyler hat Malers Leben gerettet hätte ich nur ein paar Minuten geopfert und wäre hinüber gefahren um Maler beim Sterben zuzusehen dann wäre das alles nicht passiert Tyler erzählte mir dass stirbt schreiend in einem kugelhagel Tyler kommt an das ende des flurs und bevor er auch nur anklopfen kann schießt ein dünner dünner buttermilch blasser arm aus der tür von 8G packt ihn am handgelenk und zerrt ihn hinein ich vergrabe mich in einem readers digest als Maler ihn ins Zimmer zerrt hört Tyler wie draußen vor dem Regent hotel bremsen quietschen Maler sieht Tyler an der ihren dildo ansieht und sie verdreht die augen und sagt hab keine angst er ist keine bedrohung für dich Maler schiebt Tyler in den flur zurück und sagt es täte ihr leid aber er hätte nicht die Polizei rufen sollen und dass da unten im Treppenhaus sei wahrscheinlich schon die Polizei als sie im Flur sind schließt Maler die Tür von fragen welche Tür wohl 8G sei die Tür am Ende des Flurs sagt Maler Maler ruft der Polizei nach dass das Mädchen das in 8G wohnt früher ein liebenswertes bezauberndes Mädchen war aber jetzt ist sie ein ungeheuerliches Scheusal von Weib das Mädchen ist wie ansteckender menschlicher Müll und sie ist verwirrt und hat Angst sich auf das Falsche einzulassen also lässt sie sich je älter sie wird Maler ruft viel Glück die Polizisten drängen sich vor der verschlossenen Tür von 8G und Maler und Tyler eilen hinunter in die Hotelhalle hinter ihnen schreit ein Polizist durch die Tür Tyler verfrachtete Maler in ein Taxi und er sah wie hoch oben im achten Stock des Hotels Schatten vor den Fenstern von Malers Zimmer hin und her liefen auf dem Freeway sagt Maler zu Tyler er müsse sie die ganze Nacht wach halten wenn sie einschläft stirbt sie eine Menge Leute würden Maler gern tot sehen erzählt sie Tyler diese Leute seien bereits tot und auf der anderen Seite und nachts riefen sie bei ihr an manchmal gehe Maler in Bars und höre den Barkeeper ihren Namen ausrufen und wenn sie das Gespräch annehme sei die Leitung tot Tyler und Maler blieben fast die ganze Nacht im Zimmer neben mir auf als Tyler aufwachte war Maler schon wieder ins Regent Hotel verschwunden ich sage zu Tyler Maler Singer braucht keinen Liebhaber sie braucht einen Sozialarbeiter Tyler sagt sag dazu nicht Liebe langer Rede kurzer Sinn jetzt ist Maler also dabei noch einen Teil meines Lebens zu ruinieren toll nett sage ich Tyler fragt ob es ein Problem für mich ist ich bin Joes krampfende Gedärme nein sage ich ich finde schön setze mir eine Pistole an den Kopf und färbe die Wand mit meinem Hirn einfach großartig sage ich ehrlich mein Chef schickt mich wegen des getrockneten Bluts an meiner Hose wieder nach Hause und ich bin überglücklich das Loch in meiner Wange heilt überhaupt nicht mehr zu ich gehe zur Arbeit und meine Augenhüllen sind zwei aufgequollene schwarze Brötchen um die schmalen Löcher die mir zum Sehen bleiben bis heute hat es mich wirklich angekotzt dass ich zu diesem total in sich ruhenden Zen Meister geworden bin und niemand hat es bemerkt trotzdem spiele ich noch diese Faxspielchen ich schreibe kleine Haiku Sachen und faxe sie überall herum wenn ich bei der Arbeit im Flur Leuten begegne werde ich total Zen mitten in die feindseligen kleinen Gesichter der Leute Arbeitsbienen sind wie Drohnen frei ihr Sklave ist die Königin du gibst alle weltlichen Besitztümer und dein Auto auf und wohnst in einem gemieteten Haus im Giftmüllteil der Stadt wo du spätnachts Maler und Teiler in seinem Zimmer hörst wie sie sich gegenseitig als menschliches Arschpapier bezeichnen nimm es menschliches Arschpapier tu es Arschpapier wirk es runter behalt es unten Baby im Vergleich dazu bin ich einfach der ruhende kleine Mittelpunkt der Welt ich mit meinen aufgeschlagenen Augenhöhlen und den großen schwarzen verkrusteten Blutflecken auf der Hose ich sage zu allen Leuten in der Arbeit Hallo Hallo seht mich an Hallo ich bin so Zen das ist Blut das ist nichts Hallo alles ist nichts und es ist toll erleuchtet zu sein mögt mich seufzt schaut draußen vor dem Fenster ein Vogel mein Chef hat gefragt ob das Blut mein Blut sei der Vogel fliegt mit dem Wind ich schreibe im Kopf ein kleines Haiku ein Vogel ohne Nest ist in der Welt daheim Leben macht dich groß ich zähle an den Fingern fünf sieben fünf gehört das Blut mir ja sag ich ein Teil davon diese Antwort ist falsch als ob das so eine große Sache wäre ich hab nur zwei paar schwarze Hosen sechs weiße Hemden sechs paar Unterhosen das blanke Minimum ich gehe zum Fight Club solche Dinge passieren eben gehen sie nach Hause sagte mein Chef ziehen sie sich um ich frage mich allmählich ob Tyler und Maler nicht ein und dieselbe Person sind nur dass sie jene Nacht in Tylers Zimmer bumsen Tyler und Maler sind nie im selben Raum ich sehe sie nie zusammen andererseits sieht man mich und Jaja Gabor auch nie zusammen was nicht heißt dass wir ein und Maler in der Nähe ist damit ich meine Hose waschen kann muss Tyler mir zeigen wie man Seife macht Tyler ist oben und die ganze Küche riecht nach Nelken und verbranntem Haar Maler sitzt am Küchentisch verbrennt sich die Innenseite ihres Arms mit einer Nelken Zigarette und nennt sich selbst menschliches Arschpapier ich umfange meine eigene eiternde krankhafte Verdorbenheit erzählt Maler dem Kirschrot am Ende ihrer Zigarette Maler dreht die Zigarette in die weiche weiße Beuge ihres Arms Brenne Hexe Brenne Tyler ist oben in meinem Zimmer betrachtet seine Zähne in meinem Spiegel und sagt er hat mir einen Teilzeitjob als Bankettkellner besorgt im Pressman Hotel falls du am Abend arbeiten kannst sagt Tyler der Job wird deinen Klassenhass schüren ja sag ich egal sie lassen dich mit einer schwarzen Fliege herumlaufen sagt Tyler alles was du brauchst um dort arbeiten zu können ist ein weißes Hemd und eine schwarze Hose Seife Tyler sage ich wir brauchen Seife wir müssen etwas Seife machen ich muss meine Hose waschen ich halte Tylers Füße während er 200 Sit-ups macht um Seife zu machen müssen wir zuerst Fett auslassen Tyler steckt voller nützlicher Informationen von ihrer Bumserei abgesehen sind Maler und Tyler nie im selben Raum wenn Tyler da ist ignoriert ihn Maler das ist genau die Art wie meine Eltern füreinander unsichtbar waren dann machte sich mein Vater aus dem Staub um eine neue Firma zu gründen mein Vater sagte immer heirate bevor es beim Sex langweilig wird sonst heiratest du nie meine Mutter sagte kaufe sagten nie etwas dass man sich auf ein Kissen sticken würde Tyler macht 198 Sit-ups 199 200 Tyler trägt eine Art gummihaltigen Flanellbademantel und Trainingshosen schaff Maler aus dem Haus sagt Tyler schick sie in den Laden um eine Dose Lauge zu besorgen die in Flockenform nicht die in Kristallform sie einfach zu dass du sie los wirst ich bin wieder sechs Jahre alt und laufe mit Botschaften zwischen meinen entfremdeten Eltern hin und her ich habe das gehasst als ich sechs war und ich hasse es jetzt Tyler fängt mit Beinschwüngen an und ich gehe hinunter um Maler zu sagen lauge in Flockenform und ich gebe ihr einen Zehn-Dollar-Schein und meine Buskarte während Maler immer noch am Küchentisch sitzt nehme ich ihr die Nelken Zigarette aus den Fingern mit einem gebrochen ist und zu bluten begonnen hat dann zwinge ich ihre Füße in hochhackige Schuhe Maler sieht zu mir hinunter und sie sagt ich bin einfach reingegangen ich habe nicht gedacht dass jemand daheim ist eure Vordertür schließt nicht ich sage nichts weißt du das Kondom ist der gläserner Schuh unserer Generation du ziehst ihn über wenn du einen Fremden kennen lernst du tanzt die ganze Nacht dann schmeißt du ihn weg das Kondom meine ich nicht den Fremden ich rede nicht mit Marla sie kann sich bei den Selbsthilfe Gruppen und bei Tyler einmischen aber auf gar keinen Fall werden wir Freunde ich hab den ganzen Morgen hier auf dich gewartet Blumen blühen sterben der Wind bringt Falter bringt Schnee ein Stein sieht es nicht Marla steht vom Küchentisch auf sie trägt ein ärmelloses blaufarbiges Kleid aus irgendeinem glänzenden Material Marla nimmt den Saum des Kleides zwischen die Fingerspitzen und dreht ihn nach oben um mir die kleinen Punkte einer Stickerei auf der Innenseite zu zeigen sie trägt keine Unterwäsche und sie blinzelt ich wollte dir mein neues Kleid zeigen sagt Marla es ist ein Brautjungferngleid und es ist gänzlich handgenäht gefällt es dir der Goodwill diese winzigen Stiche gemacht nur um dieses oberhässliche Kleid zu nähen sagt Marla kannst du dir das vorstellen das Kleid ist auf einer Seite länger als auf der anderen und seine Taille kreist tief um Marlas Hüften bevor Marla sich auf den Weg zum Laden macht hebt sie das Kleid mit den Fingerspitzen an und vollführt eine Art Tanz um mich und den Küchentisch herum und ihr Hintern fliegt in dem Kleid umher was sie gern mag sagt Marla sind all die Dinge die die Leute innig lieben und dann später weg schmeißen ich will sie einfach nur draußen haben du musst mal ins Tierheim gehen sagt Marla wo all diese Tiere die kleinen Hündchen und Kätzchen die die Leute geliebt und dann weggeworfen haben selbst die alten Tiere herumhüpfen und tanzen um deine Aufmerksamkeit zu gewinnen weil nach drei Tagen kriegen sie eine Spritze mit einer Überdosis Natrium Phenobarbital und dann ab in den großen Haustierofen der große Schlaf eine Art Tal der Hunde und selbst wenn dich jemand genug liebt um dein Leben zu retten kastrieren sie dich immerhin noch Marla sieht mich an als ob ich derjenige wäre der mit und singt dieses gruselige Lied vom Tal der Puppen ich schaue ihr einfach nach wie sie weg geht drehe mich um und Tyler ist aufgetaucht Tyler sagt bist du sie los geworden kein Geräusch kein Geruch Tyler ist einfach so erschienen als erstes sagt Tyler springt von der Küchentür zum Gefrierschrank und wühlt darin als erstes müssen wir Fett auslassen was meinen Chef angeht sagt Tyler wenn er mich wirklich ärgert sollte ich zum Postamt gehen einen Nachsendeantrag ausfüllen und seine gesamte Post nach Rugby North Dakota weiterleiten lassen Tyler fängt an Sandwich Tüten mit gefrorenem weißen Zeug herauszuziehen und in den Ausguss zu werfen meine Aufgabe ist es eine große Pfanne auf den Herd zu stellen und fast bis oben mit Wasser zu füllen bei zu wenig Wasser wird das Fett dunkel wenn es Talg ausscheidet das Fett hier sagt Tyler enthält eine Menge Salz deshalb je mehr Wasser desto besser gib das Fett ins Wasser und bringe das Wasser zum Kochen Tyler drückt die weiße Masse aus den Sandwich Tüten ins Wasser und dann vergräbt Tyler die leeren Tüten ganz unten im Abfall was ich auch noch machen könnte sagt Tyler ich könnte eines Nachts zum Haus von meinem Chef fahren und einen Schlauch an einem Wasserhahn im Freien anschließen dann den Schlauch an eine Handpumpe hängen und eine Ladung Industrie Lauge in die Sanitärinstallation im Haus spritzen rot blau oder grün und dann mal schauen wie mein Chef am nächsten Tag aussieht oder ich könnte einfach in den Büschen hocken und pumpen bis die Rohrleitungen einen Überdruck von 110 Atü haben wenn dann jemand eine Toilettenspülung betätigt explodiert der Spülkasten Wenn bei 150 Atü jemand die Dusche andreht reißt es den Duschkopf weg zieht es die Fasern ab und peng wird der Duschkopf zur Mörser Patrone Tyler sagt das nur um mich aufzumuntern in Wahrheit mag ich meinen Chef Außerdem bin ich jetzt erleuchtet Sie wissen schon nur noch so Buddha Gehabe Chrysanthemen das Diamantsutra Han Rama Sie wissen schon Krishna Krishna erleuchtet Wenn du dir Federn in den Hintern steckst sagt Tyler bist du noch lange kein Huhn Beim Auslassen des Fetts schwimmt der Talg an der Oberfläche des kochenden Wassers Ach sage ich ich stecke mir also Federn in den Hintern Als ob Tyler mit seinen Brandwunden an den Armen eine so besonders weit entwickelte Seele wäre Herr und Frau menschliches Arschpapier Ich setze einen ruhigen Gesichtsausdruck auf und verwandle mich in einen von diesen Hindu Kuhtypen auf dem Merkblatt für Notfälle im Flugzeug Dreh die Hitze unter der Pfanne runter Ich rühre das kochende Wasser um Immer mehr Talg wird nach oben steigen bis das Wasser von einer Perlmutzschicht in den Farben des Regenbogens überzogen ist Schöpfe die Schicht mit einem großen Löffel ab und stelle sie beiseite Und sage ich Wie ist Marla? Tyler sagt Zumindest versucht Marla ganz unten anzukommen Ich rühre im kochenden Wasser Schöpf ab bis kein Talg mehr aufsteigt Das ist Talg was wir vom Wasser abschöpfen guter sauberer Talg Tyler sagt Ich bin noch weit entfernt davon ganz unten anzukommen Und wenn ich nicht ganz tief falle kann ich nicht erlöst werden Jesus hat das mit seiner Kreuzigungsgeschichte getan Ich sollte nicht nur Geld Besitz und Wissen aufgeben Das hier ist kein Einkehr Wochenende Ich sollte mich von der Selbstverfeinerung abwenden und auf die Katastrophe zusteuern Ich kann einfach nicht mehr auf Nummer sicher gehen Das ist kein Seminar hier Wenn du die Nerven verlierst bevor du ganz unten ankommst sagt Tyler wirst du nie wirklich dein Ziel erreichen Erst wenn du alles verloren hast sagt Tyler hast du die Freiheit alles zu tun was du willst Was ich fühle ist vorschnelle Erleuchtung Und rühr weiter sagt Tyler Wenn das Fett so lange gekocht hat dass kein Teig mehr aufsteigt schütte das Wasser weg Wasch den ganz unten anzukommen Da wo du jetzt bist sagt Tyler kannst du dir noch nicht einmal vorstellen wie es ganz unten aussieht Wiederhole den Prozess mit dem abgeschöpften Teig Koche den Teig im Wasser Schöpf ab immer weiter Das Fett das wir benutzen enthält eine Menge Salz sagt Tyler Bei zu viel Salz wird deine Seife nicht fest Kochen und abschöpfen kochen und abschöpfen Maler ist zurück In dem Augenblick in dem Maler die Gittertür öffnet ist Tyler weg verschwunden aus dem Zimmer gerannt Tyler ist nach oben gegangen oder in den Keller hinunter Maler kommt mit einem Kanister Laugenflocken zur Hintertür herein Ich nehme den Kanister mit der Lauge und stelle ihn auf den Tisch Kann ich heute Nacht hier bleiben sagt Maler Ich antworte nicht Ich zähle im Kopf Fünf Silben Sieben Fünf Tiger lächeln und die Schlange sagt sie liebt dich Lügen verdirbt uns Maler sagt Was kochst du da Ich bin Joes Siedepunkt Geh sag ich Geh Hau einfach ab Okay Reicht dir der Brocken von meinem Leben nicht den du sowieso schon hast Maler packt mich am Erbel und zwingt mich so lange still zu halten wie sie braucht um mich auf die Wange zu küssen Bitte ruf mich an sagt sie bitte wir müssen reden ich sage ja 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 in dem Moment in dem Maler aus der Tür ist taucht Tyler wieder im Zimmer auf schnell wie ein Zaubertrick Meine Eltern haben diese Zaubernummer fünf Jahre lang vorgeführt Ich koche und schöpfe ab während Tyler im Kühlschrank Platz schafft Dampfschwaden ziehen durch die Küche und von der Decke tropft Wasser Die 40 Watt Birne hinten im Kühlschrank ein leuchtendes Etwas das ich hinter den leeren Ketchup Flaschen und den Gläsern mit Mix Pickles oder Mayonnaise nicht sehen kann ein winziges Licht aus dem Kühlschrank lässt Tylers Umrisse an den Rändern leuchten kochen und abschöpfen kochen und abschöpfen gieß den abgeschöpften Talg in Milchkartons und lass sie oben offen Tyler hat sich einen Stuhl zum offenen Kühlschrank gezogen und beobachtet wie der Talg abkühlt In der warmen Küche wabern kalte Nebelwolken aus dem Boden des Kühlschranks und sammeln sich um Tylers Füße Während ich die Milchkartons mit Talg fülle stellt Tyler sie in den Kühlschrank Ich knie mich neben Tyler vor den Kühlschrank und Tyler nimmt meine Hände und zeigt sie mir die Lebenslinie die Liebeslinie die Hügel von Venus und Mars Der kalte Nebel bildet Pfützen um unsere Füße Das gedämpfte Licht scheint auf unsere Gesichter Du musst mir noch einen Gefallen tun sagt Tyler Sprecht nicht hinter meinem Rücken über mich Versprichst du es Ich verspreche es Tyler sagt Wenn du mich ihr gegenüber jemals erwähnst siehst du mich nie wieder ich verspreche es versprochen ich verspreche es Tyler sagt denk dran das war jetzt dreimal dass du es versprochen hast eine dickflüssige und undurchsichtige Schicht sammelt sich auf dem Talg im Kühlschrank der Talg sage ich er sondert sich ab keine Angst sagt Tyler die durchsichtige Schicht ist Glycerin man kann das Glycerin wieder darunter mischen wenn man Seife macht oder du kannst Tyler leckt sich die Lippen und dreht meine Hände mit den Handflächen nach unten auf seine Schenkel auf den gummiartigen Flanell Schoß seines Bademantels du kannst das Glycerin mit Salpetersäure mischen um Nitroglycerin herzustellen sagt Tyler mir bleibt der Mund offen ich sage Nitroglycerin Tyler leckt sich die Lippen bis sie feucht sind und glänzen und drückt einen Kuss auf meinen Handrücken du kannst das Nitroglycerin mit Natrium Nitrat und Sägemehl mischen um Dynamit herzustellen sagt Tyler der Kuss glänzt feucht auf meinem weißen Handrücken Dynamit sage ich und kauere mich auf die Fersen Tyler stemmt den Deckel von dem Kanister mit Lauge damit kannst du Brücken sprengen sagt Tyler du kannst das Nitroglycerin mit noch mehr Salpetersäure und mit Paraffin mischen und Gelantinesprengstoff herstellen sagt Tyler du könntest ein Gebäude sprengen leicht sagt Tyler Tyler hält den schräg geneigten Kanister mit Lauge knapp über den feucht glänzenden Kuss auf meinem Handrücken das ist eine chemische Verbrennung sagt Tyler und sie wird schmerzhafter sein als irgendeine Verbrennung die du glänzt auf meinem Handrücken du wirst eine Narbe davon behalten sagt Tyler mit genügend Seife sagt Tyler könntest du die ganze Welt in die Luft jagen jetzt denk an dein Versprechen und Tyler gießt die Lauge aus Tylers Speichel bewirkte zweierlei der feuchte Kuss hielt die Laugenflocken fest während sie brannten das war das eine das andere war dass Laugen nur brennt wenn man sie mit Wasser verbindet oder mit Speichel das ist eine chemische Verbrennung sagte Tyler und sie wird schmerzhafter sein als jede Verbrennung die du je hattest mit Lauge kann man verstopfte Abflüsse freiräumen schließt die Augen eine Paste aus Lauge und Wasser frisst sich durch eine Aluminium Pfanne eine Lösung aus Lauge und Wasser löst einen Holz Löffel auf in Verbindung sich erhitzt brennt sie sich in meinen Handrücken Tyler legt die Finger einer Hand über meine Finger unsere Hände liegen gespreizt in meinem Schoß auf meiner blutverschmierten Hose und Tyler sagt ich soll gut acht geben denn dies ist der größte Augenblick meines Lebens denn alles bis zu diesem Augenblick ist eine Geschichte sagt Tyler und alles von nun an ist eine andere Geschichte dies ist der größte Augenblick unseres Lebens die Lauge die genau in der Form von Tylers Kuss festhängt ist ein Freudenfeuer oder ein Brandeisen oder eine atomare Kernschmelze auf meiner Hand die ich mir meilenweit entfernt am Ende einer langen langen Straße vorstelle Tyler befiehlt mir zurückzukommen und bei ihm zu sein meine Hand entfernt sich winzig klein am Horizont am Ende der Straße die Vorstellung dass das Feuer noch brennt nur ist es jetzt hinter dem Horizont ein Sonnenuntergang kommt zurück zum Schmerz sagt Tyler das ist die Art von geführter Meditation die sie in den Selbsthilfe Gruppen anwenden denk nicht einmal an das Wortschmerz geführte Meditation funktioniert bei Krebs also kann sie auch hier funktionieren sie deine Hand an sagt Tyler sie nicht deine Hand an denk nicht an die Worte versenkt Fleisch Gewebe oder verkohlt hör dich nicht schreien geführte Meditation du bist in Irland schließ die Augen du bist in Irland in dem Sommer nachdem du das College verlassen hast und du trinkst in einem Pub in der Nähe der Burg zu der täglich ganze Busladungen voll englischer und amerikanischer Touristen kommen um den Blarney Stone zu küssen Sperr das hier nicht aus sagt Tyler Seife und Menschenopfer gehen Hand in Hand Du verlässt das Pub in einem Strom von Männern und gehst durch die Stille von Straßen in denen es eben geregnet hat vorbei an nassen Autos aufgereiht wie Perlen Es ist Nacht bis du zur Burg mit dem Blarney Stone kommst Die Böden in der Burg sind weggefault und du steigst die Steinstufen hinauf Die Dunkelheit ringsum wird mit jedem Schritt nach oben tiefer Alle traditionellen kleinen Akt der Rebellion Hör mir zu sagt Tyler Öffne die Augen Im Altertum sagt Tyler fanden Menschenopfer auf einer Anhöhe oberhalb eines Flusses statt Tausende von Menschen Man brachte die Opfer und verbrannte die Leichen auf einem Scheiterhaufen Du darfst weinen sagt Tyler Du darfst zur Spüle gehen und Wasser über deine Hand laufen lassen Aber zuerst musst du wissen dass du dumm bist und sterben wirst sieh mich an eines Tages sagt Tyler wirst du sterben und solange du das nicht weißt bist du nutzlos für mich Du bist in Irland Du darfst weinen sagt Tyler aber jede Träne die in den Laugenflocken auf deiner Haut landet wird eine Brandnarbe wie von einer Zigarette ein brennen geführte Meditation Du bist in Irland im Sommer nachdem du das College verlassen hast und vielleicht hat es dich da zum ersten Mal nach Anarchie verlangt Jahre bevor du Tyler Durden begegnet bist bevor du in deine erste Creme und Glaze gepinkelt hast hast du von kleinen Taten der Rebellion erfahren in Irland Du stehst auf einer Plattform am Ende der Stufen in einer Burg Wir können Essig nehmen um den Brand zu neutralisieren sagt Tyler aber erst musst du aufgeben Nachdem man hunderte von Menschen geopfert und verbrannt hatte sagt Tyler kroch ein dicker weißer Ausfluss vom Altar zum Fluss hinunter Erst musst du ganz unten ankommen Du stehst auf einer Plattform in einer Burg in Irland hinter dem Rand der Plattform herrscht bodenlose Finsternis und vor dir eine Armlänge Finsternis entfernt ist eine Felswand Jahr für Jahr sagt Tyler regnete es auf den niedergebrannten Scheiterhaufen und Jahr für Jahr wurden Menschen verbrannt und der Regen sickerte durch die Asche und wurde zu einer Laugenlösung und die Lauge verband sich mit dem Fett der Opfer und ein irischen Männer ringsum mit ihrem kleinen Akt der Rebellion in der Finsternis sie treten an den Rand der Plattform stehen am Rand der bodenlosen Finsternis und pissen und die Männer sagen mach ruhig pisse deine fantastische amerikanische Pisse deine satte gelbe von zu vielen Vitaminen dies ist der größte Augenblick deines Lebens sagt Tyler und du bist irgendwo anders und verpasst ihn du bist in Irland ach und du tust es ah ja und du riechst das Ammoniak und die tägliche Zufuhr von Vitamin B dort wo nach tausend Jahren Menschenopfer und Regen die Seife im Fluss landete sagt Tyler fanden die Menschen des Altertums heraus dass ihre Kleidung sauberer wurde wenn sie sie an dieser Stelle wuschen ich pisse auf den Blani Stone ich sagt ich pisse in meine schwarze Hose mit den eingetrockneten Blutflecken die mein Chef nicht ertragen kann du bist in einem gemieteten Haus an der Paper Street das hat etwas zu bedeuten sagt Tyler das ist ein Zeichen sagt Tyler Kulturen ohne Seife sagt Tyler verwenden ihren Urin und den Urin ihrer Hunde um Kleider und Haare zu waschen wegen der Harnsäure und des Ammoniaks es riecht nach Essig und das Feuer auf deiner Hand am Ende der langen Straße geht aus es riecht nach Lauge die die Verzweigungen deiner Nebenhöhlen verätzt und nach dem Krankenhaus Kotz gestank von Pisse und Essig es war richtig all diese Menschen zu töten sagt Tyler dein Handrücken ist rot geschwollen und glänzt wie ein paar Lippen in der exakten Form von Tylers Kuss um den Kuss herum sind die Brandlöcher von den Tränen verstreut die jemand geweint hat öffne die Augen sagt Tyler und sein Gesicht glitzert vor Tränen gratuliere sagt Tyler du bist einen Schritt weiter auf deinem Weg ganz nach unten du musst begreifen sagt Tyler dass die erste Seife aus Helden gemacht wurde denk an die Tiere die man zu Tierversuchen verwendet denk an die Affen die in den Weltraum geschossen werden Ohne ihren Tod und ihren Schmerz ohne ihr Opfer sagt Tyler wählen wir nichts Ich halte den Fahrstuhl zwischen zwei Stockwerken an während Tyler seinen Gürtel aufmacht Als der Aufzug stehen bleibt hören die Suppenschalen die auf dem Servierwagen gestapelt sind zu klappern auf und Dampf steigt pilzförmig zur Decke des Fahrstuhls als Tyler den Deckel von der Suppenterrine nimmt Tyler fängt an ihn herauszuholen und sagt Schau nicht her sonst kann ich nicht Die Suppe ist eine süße Tomatencremesuppe mit Zilantro und Muschel Zwischen den beiden wird niemand riechen was wir sonst hineingetan haben Beeil dich sage ich und blicke über die Schulter zu Tyler von dem ein knapper Zentimeter in die Suppe hängt Es sieht wirklich komisch aus als würde ein großer Elefant in weißem Hemd und Kellnerfliege mit seinem kleinen Rüssel Suppe trinken Tyler sagt ich sagte nicht her schauen Die Fahrstuhltür vor mir hat ein kleines Fenster von der Größe eines Gesichts durch das ich auf den Personalflur hinaus blicken kann Da der Aufzug zwischen den Stockwerken steht ist meine Perspektive etwa die einer Küchenschabe auf dem grünen Linoleum und von meinem Küchenschabenniveau aus erstreckt sich der grüne Flur bis zum Fluchtpunkt vorbei an halboffenen Türen hinter denen Titanen und ihre riesenhaften Frauen Fässer voll Champagner trinken Diamanten tragen die größer sind als ich mich fühle und einander anbrüllen Letzte Woche erzähle ich Tyler als die Empire State Anwälte zu ihrer Weihnachtsfeier hier waren habe ich meinen steif gemacht und ihn in ihre Orangen Mousse gesteckt Letzte Woche sagt Tyler hat er den Aufzug angehalten und auf einen ganzen Wagen Bocone Dolce für den Tee der Junior League gefurzt Auf Küchenschabenniveau hören wir den gefangenen Hafenspieler Musik machen während die Titanengabeln mit Lammkotelett zum Mund führen jeder Bissen so groß wie ein ganzes Schwein jeder Mund ein reißendes Stonehenge aus Elfenbein Mach schon sag ich Tyler sagt ich kann nicht Wenn die Suppe kalt wird lassen sie sie zurück gehen Die Riesen schicken auch ohne jeden Grund etwas an die Küche zurück Sie wollen dich nur herumlaufen sehen für ihr Geld Bei einem Essen wie diesem bei diesen Banketten wissen sie dass das Trinkgeld bereits in der Rechnung enthalten ist und sie behandeln dich Parisienne und den Spargel Hollandaise ein bisschen auf dem Teller umher servierst es jemand anderem und auf einmal ist alles bestens Niagara Fälle sage ich der Nil In der Schule dachten wir alle wenn man die Hand von jemand in warmes Wasser legt während er schläft dann nässt er ins Bett Tyler sagt hinter mir sagt Tyler ach ja es kommt ja 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 goldene schwarze und rote Kleider so hoch wie der goldene Samtvorhang im alten Broadway Theater rauschen an den halboffenen Türen zu den Ballsälen hinter dem Personalflur vorbei hier und da sieht man ein paar Cadillac Limousinen in schwarzem Leder mit Schuhbändern wo die Windschutzscheiben sein sollten über den Autos wogt eine ganze City von Bürotürmen mit roten Scherpen nicht zu viel sage ich Tyler und ich wir sind zu Guerillakämpfern des Gastronomie Gewerbes geworden Dinner Party Saboteure das Hotel liefert Speisen und Getränke für Dinner Partys und wenn jemand das Essen will bekommt er das Essen und den Wein das Porzellan die Gläser und die Kellner er kriegt den ganzen Krempel alles auf einer Rechnung und weil sie wissen dass sie dich nicht mit dem Trinkgeld erpressen können bist du nichts als eine Küchenschabe für sie Tyler macht es nun schon seit Jahren aber er sagt zusammen macht alles mehr Spaß hier im Hotel in dem Fahrstuhl den wir zwischen der Küche und den Bankettsälen angehalten haben erzähle ich Tyler wie ich auf die Forelle in Aspik für den Dermatologenkongress genießt habe und wie drei Leute zu mir sagten sie sei zu salzig und einer meinte sie sei köstlich Tyler schüttelt sich über der Suppenterrine aus und sagt es oder wenn die Küchenchefs ein richtig frisches Gazpacho machen unmöglich ist es bei dieser Zwiebelsuppe mit einer Kruste aus geschmolzenem Käse in Auflaufformen falls ich je hier esse werde ich genau das bestellen uns gingen die Ideen aus Tyler und mir irgendwas mit dem Essen anzustellen wurde langweilig fast als gehörte es zur Stellenbeschreibung dann höre ich einen von den Ärzten Anwälten oder sonst was sagen dass ein Hepatitis Virus sechs Monate lang auf rostfreiem Stahl überleben kann da fragt man sich doch wie lange so ein Virus auf einer Creme Charlotte Rüß überlebt oder auf einer Lachspastete ich frage den Arzt wie man an ein paar von diesen Hepatitis Viren rankommt das kommt alles auf die medizinische Sondermüll Kippe sagt er und er ganz unten ankommen mit einer Hand am Fahrstuhl schalter frage ich Tyler ob er fertig ist die Narbe auf meinem Handrücken ist rot geschwollen und glänzt wie ein paar Lippen in der exakten Form von Tylers Kuss eine Sekunde noch sagt Tyler die Tomatensuppe muss noch heiß sein denn das krumme Ding das Tyler zurück in seine Hose stopft ist rosa gekocht wie eine Riesengarnele wir könnten in Südamerika dem Land der Verzauberung in einem Fluss warten wo winzige Fische in Tylers Harnröhre hinauf schwimmen die Fische haben Stacheln mit Widerhacken die sie aufstellen und ein ziehen und sobald die Fische in Tyler hinauf geschwommen sind richten sie sich häuslich ein und bereiten sich darauf vor ihre Eier zu legen in vielerlei Hinsicht könnte es schlimmer sein wie wir den Samstag Abend verbringen es hätte schlimmer sein können sagt Tyler was wir mit Marlas Mutter gemacht haben halt den Mund sag ich Tyler sagt die französische Regierung hätte uns in eine unterirdische Anlage außerhalb von Paris bringen können wo noch nicht einmal Chirurgen sondern nur halb ausgebildete Techniker uns im Rahmen eines Toxizitäts Versuchs mit einem Gerbsäurespray die Augenlider wegrasieren würden solche Sachen passieren sagt Tyler du brauchst nur in die Zeitung zu schauen schlimmer ist dass ich wusste was Tyler mit Marlas Mutter vorhatte aber zum ersten mal seit ich ihn kenne hatte Tyler ein bisschen echtes Spielgeld Nordstrom hatte angerufen und einen Auftrag über 200 Riegel von Tylers Gesichtsseife abgegeben bei 20 Dollar das Stück hatten wir Geld um am Samstagabend auszugehen Geld um das Leck in der Gasleitung zu reparieren tanzen zu gehen ohne die Sorge um Geld könnte ich vielleicht meinen Job aufgeben Tyler nennt sich die Paper Street Soap Company die Leute sagen es sei die beste Seife überhaupt schlimmer wäre es gewesen sagt Tyler wenn du Marlas Mutter aus Versehen gegessen hättest mit dem Mund voller Kung Pao Chicken sage ich er soll verdammt noch mal endlich die Klappe halten an diesem Samstag Abend sitzen wir auf dem Vordersitz eines Impala Baujahr 1968 der mit zwei Plattenreifen in der vordersten Reihe eines Gebraucht Wagen Parks steht Tyler und ich trinken Bier aus Dosen und der Vordersitz des Impala ist größer als das Sofa der meisten Leute bei den Autohändlern in diesem Teil der Ausfallstraße kosten die Wagen alle um die 200 Dollar Die Autos sind die Sorte Öfen wie sie die Kids als ihr erstes Auto in der Highschool fahren Gremlins und Pacers Mavericks und Hornets Dusters und Impalas Autos die man geliebt und dann weggeworfen hat Tiere im Tierheim Brautjungfer Kleider im Goodwill Laden Verbeult und mit Klumpen von Spachtelmasse die nie jemand abgeschmirgelt hat Plastik Holz Plastik Leder und Plastik Chrom im Innenraum Die Scheinwerfer auf der Ausfallstraße leuchten hinter dem Preis vorbei der auf die Cinemascope Windschutzscheibe des Impala gemalt ist Die meisten Autos hier kosten um die 100 Dollar und alle haben einen Kaufvertrag im Fahrerfenster hängen dem zufolge sich der Preis auf den jetzigen Zustand bezieht Wir haben uns den Impala ausgesucht denn wenn wir schon Samstag Nacht in einem Heimgehen können Wir konnten entweder hier schlafen oder die ganze Nacht in einem Tanz Club mit After Hour bleiben Wir gehen aber nicht in Tanz Clubs Wir schlafen heute Nacht in einem Auto weil Marla in unser Haus kam und drohte die Polizei zu rufen und mich verhaften zu lassen weil ich ihre Mutter gekocht habe und dann knallte Marla im Haus herum und schrie ich sei ein Leichenschänder und ein Kannibale und sie trat in die Stapel von Regis Digest und National Geographic und dann ließ ich sie stehen so viel in aller Kürze nach ihrem versehentlich absichtlichen Selbstmordversuch mit Xanax im Regent Hotel kann ich mir zwar nicht vorstellen dass Marla die Polizei ruft aber Tyler hielt es für besser heute Nacht auswärts zu schlafen für alle Fälle Auf der Marla mit seinem kalten harten Backelit Lenkrad das vielleicht einen Meter Durchmesser hat der rissige Kunststoffsitz piekst mich durch die Jeans in meinen Hintern und Tyler sagt also noch mal erzähl mir genau was passiert ist wochenlang habe ich dem Angestellten Marlas Bibliotheks Ausweis gezeigt und den Telegram Auftrag mit Marlas Namen unterschrieben und er hatte gebrüllt jawohl Marla könne manchmal auch ein männlicher Name sein und der Angestellte solle sich gefälligst um seine eigenen Angelegenheiten kümmern als wir das Büro von Western Union verließen sagte Tyler wenn ich ihn liebte würde ich ihm vertrauen das sei eine Sache von der war weniger das Telegram als vielmehr mit Tyler zum Essen zu gehen noch nie wirklich nie hatte Tyler für irgendwas bar bezahlt wenn er Klamotten braucht geht Tyler in Fitness Center und Hotels und reklamiert Kleidung aus den Fundsachen das ist immer noch besser als Marla die in Waschsalons geht Jeans aus den Trocknern klaut und sie für 12 Dollar das Paar an diese Läden verhückert die gebrauchte 15 Pfund Schachtel Pralinen eine andere Möglichkeit wie dieser Samstagabend noch schlimmer sein könnte erzählte mir Tyler im Impala ist die braune Einsiedlerspinne wenn sie dich beißt spritzt sie nicht nur Gift in dich sondern ein Verdauungs Enzym das das Gewebe um den Biss herum auflöst und deinen Arm dein Bein oder dein Gesicht buchstäblich zerfrisst Tyler versteckte sich heute Abend als die ganze Sache anfing Marla tauchte beim Haus auf ohne zu klopfen steckt Marla den Kopf zur Vordertür herein und ruft klopf klopf ich lese in der Küche Regis Digest ich bin total verdurzt Marla schreit Tyler darf ich reinkommen bist du daheim ich brülle Tyler ist nicht da Marla schreit sei nicht gemein inzwischen bin ich Sie Sie nicht anfangen ihren Krempel in diesem Haus aufzubewahren aber ich hab keinen Gefrierschrank im Hotel sagt Marla und du hast gesagt ich darf nein habe ich nicht das letzte was ich will ist dass Marla hier mit einem Scheißdreck nach dem anderen schritt weise einzieht Marla hat ihr Paket auf dem Küchentisch aufgerissen hebt etwas Weißes aus den Styropor Erdnüssen der Verpackung und fuchtelt mit diesem weißen Ding vor meiner Nase herum das ist kein Scheißdreck sagt sie du redest von meiner Mutter also verpiss dich einfach was Marla aus dem Paket holt ist eine von diesen Sandwich Tüten mit dem weißen Zeug das Tyler ausgelassen hat um Talg für Seife zu gewinnen es wäre schlimmer gewesen sagt Tyler wenn du das was in einer von diesen ausgedrückt kalifornische Zwiebelsuppe dazu getan und es als Dip mit Kartoffelchips gegessen hättest oder mit Brokkoli als Marla und ich damals in der Küche standen wünschte ich mir mehr als alles andere auf der Welt dass sie die Tiefkühltruhe nicht aufmachte ich fragte was sie mit dem weißen Zeug vorhatte Kusslippen sagte Marla wenn man älter wird ziehen sich die Lippen in den Mund zurück ich spare auf eine Kollagen Injektion in die Lippen ich habe schon fast 30 Pfund Kollagen in eurer Tiefkühltruhe wie groß sie denn ihre Lippen haben wollte fragte ich Marla sagte die Operation selbst sei das was ihr Angst mache das Zeug in dem Federal Express Paket erzähle ich Tyler in dem Impala war das gleiche Zeug aus dem wir Seife gemacht haben seit sich Silikon als gefährlich herausgestellt hat ist Kollagen der Renner um es sich einspritzen zu lassen wenn man Falten glätten und schmale Lippen oder ein schlaffes Kinn aufblasen will so wie Marla es erklärt hat stammt das meiste Kollagen das man billig bekommt von sterilisiertem und chemisch behandeltem Kuhfett aber diese Sorte billiges Kollagen hält sich nicht sehr lange in deinem Körper wo du es auch hinspritzt sagen wir in die Lippen stößt es der Körper ab ein halbes Jahr später hast du wieder schmale Lippen die beste Sorte Kollagen sagt Marla ist ein eigenes Fett das man aus deinen Oberschenkeln saugt chemisch behandelt und reinigt und dann wieder in deine Lippen spritzt oder sonst wohin das Zeug zu Hause im Kühlschrank das war Marlas Vorrat an Kollagen immer wenn ihre Mom einen Fettüberschuss angesetzt hat ließ sie es sich absaugen und verpacken wenn Marlas Mom das Kollagen nicht selbst braucht schickt sie die Pakete an Marla im Augenblick schmeckt mein Huhn mit Mandeln in seiner warmen sahnigen Soße wie irgendwas das man aus den Oberschenkeln von Marlas Mutter gesaugt hat genau damals als ich mit Marla in der Küche stand wurde mir klar was Tyler getan hatte grässlich verrunzelt und ich wusste warum er Marlas Mutter Süßigkeiten geschickt hatte bitte hilf Marla sage ich ich glaube du solltest lieber nicht in die Tiefkühltruhe schauen Marla sagt was soll ich wir essen kein rotes Fleisch erklärt mir Tyler in dem Impala und er kann kein Hühnerfett benutzen weil die Seife sonst nicht hart wird das Zeug sagt Tyler bringt uns ein Vermögen ein wir haben die Miete bezahlt mit diesem Kollagen du hättest es Marla erzählen sollen sage ich jetzt glaubt sie ich war es verseifung sagt Tyler ist die chemische Reaktion die man braucht um gute Seife zu machen Hühnerfett geht nicht oder ein anderes Fett mit zu viel Salz hör Obst Kuchen ich glaube nicht dass das jetzt noch funktioniert kurz und gut Marla schaute in die Tiefkühltruhe okay vorher gab es noch ein kleines Hand gemenge ich versuche sie aufzuhalten und die Tüte die sie in der Hand hält fällt hinunter und platzt auf dem Linoleum auf und wir rutschen beide in der schmierigen weißen Masse aus und fangen an zu wirken ich habe Marla von hinten um die Mitte gepackt ihre schwarzen Haare peitschen in mein Gesicht ihre Arme sind an den Körper gepresst und ich sage wieder und wieder ich war's nicht ich war's nicht ich habe es nicht getan meine Mutter du schüttest sie überall hin wir mussten Seife machen sage ich das Gesicht hinter ihr Ohr gepresst wir mussten meine Hose waschen die Miete bezahlen das Leck in der Gasleitung reparieren ich war's nicht Tyler war's Marla schreit wovon redest du eigentlich und windet sich aus ihrem Rock ich strample um mit Marlas bedrucktem indischen Baumwollrock im Arm von dem verschmierten Boden hoch zu kommen und Marla reißt das Tiefkühlfach des Kühlschranks auf und da drin ist kein Kollagenvorrat zwei alte Taschenlampen Batterien sind da aber das ist auch alles wo ist sie ich krieche bereits rückwärts weg von Marla und dem Kühlschrank meine Hände und meine Schuhe rutschen auf dem Linoleum und mein Hintern wischt einen sauberen Pfad über den schmutzigen Boden ich halte den Rock in die Höhe damit ich Marlas Gesicht nicht sehen muss als ich es Seife Seife du kochst Fett du mischst es mit Lauge du bekommst Seife als Marla losschreit werfe ich ihr den Rock ins Gesicht und renne ich rutsche aus ich renne immer rund um den ersten Stock Marla hinter mir her wir schleudern um die Ecken stoßen uns von den Fenstereinfassungen ab um Schwung zu kriegen wir rutschen wir hinterlassen schmutzige Hände Abdrücke von Schmiere und Fußbodendreck auf den geblümten Tapeten Marla schreit du hast meine Mutter gekocht Tyler hat ihre Mutter gekocht Marla schreit und sie ist immer einen Hieb mit ihren Fingernägeln hinter mir Tyler hat ihre Mutter gekocht du hast meine Mutter gekocht die Vordertür stand noch offen und dann war ich aus der Tür hinaus und Marla stand schreiend im Eingang hinter mir meine Füße rutschten auf dem betonierten Gehweg nicht aus und ich rannte einfach weiter bis ich Tyler fand oder Tyler mich und ich ihm erzählte was passiert war jeder mit einem Bier machen Tyler und ich uns auf dem Vorder und dem Rücksitz breit wahrscheinlich ist Marla immer noch in unserem Haus schmeißt Zeitschriften an die Wand und schreit was für ein Arschloch Melanomie und fleischfressenden Viren auf so übel bin ich nicht dran wenn ein Mensch vom Blitz getroffen wird sagt Tyler brennt sein Kopf zu einem schwelenden Baseball zusammen und es schweißt seinen Reißverschluss zu ich sage sind wir heute Nacht ganz unten angekommen Tyler legt sich zurück und fragt wenn Marilyn Monroe in diesem Augenblick leben würde was würde sie tun gute Nacht sage ich die Fetzen vom Wagendach herunter und Tyler sagt am Deckel ihres Sages kratzen mein Chef steht zu dicht an meinem Schreibtisch mit seinem dürftigen Lächeln der Schritt seiner Hose an meinem Ellbogen ich blicke von dem Begleitbrief für eine Rückrufaktion auf den ich gerade schreibe wir senden ihnen diese Nachricht in Übereinstimmung mit den Forderungen des Bundesgesetzes über die Sicherheit von Kraftfahrzeugen wir haben festgestellt dass ein Defekt aufgetreten ist diese Woche bin ich das Haftungsformular durchgegangen und ausnahmsweise hat A mal B mal C mehr ergeben als die Kosten eines Rückrufs in dieser Woche ist es die kleine Plastikklammer die das Wischerblatt am Scheibenwischer festhält ein Wegwerfteil nur 200 Fahrzeuge betroffen Arbeitskosten fast null Letzte Woche war schon typischer Letzte Woche drehte es sich um ein Leder das mit einer bekanntermaßen Missbildungen erzeugenden Substanz behandelt war synthetisches Nirrit oder etwas gleichermaßen Verbotenes das in der dritten Welt noch immer zum Gerben benutzt wird etwas das so stark ist dass es angeborene Schäden beim Fötus jeder Frau verursachen kann die damit in Berührung kommt Letzte Woche hat niemand das Verkehrsministerium angerufen niemand hat einen Rückruf veranlasst neues Leder multipliziert mit den Arbeitskosten multipliziert mit den Verwaltungskosten hätte mehr ergeben als unser Gewinn im ersten Quartal selbst wenn jemand unseren Fehler entdeckt können wir immer noch eine ganze Reihe trauender Familien entschädigen bevor wir uns den Kosten für die nachträgliche Innenausstattung von 6500 Fahrzeugen nähern in dieser Woche jedoch machen wir eine Rückrufaktion und in dieser Woche ist die Schlaflosigkeit wieder da Schlaflosigkeit und alle Welt scheint kurz vorbeizuschauen und einen dumpfen Schlag auf mein Grab zu landen mein Chef trägt seine graue Krawatte also muss heute ein Dienstag sein mein Chef kommt mit einem Blatt Papier an meinen Schreibtisch und fragt ob ich etwas vermisse das Blatt hier hat jemand im Kopiergerät liegen lassen sagt er und beginnt zu lesen die erste Regel des Fight Club lautet man redet nicht darüber er kichert Regel Nummer zwei des Fight Club lautet man redet nicht darüber ich höre Teilas Worte aus dem Mund meines Chefs Mr. Chef mit seinem Wohlstandsbauch dem Familienfoto auf seinem Schreibtisch und seinen Träumen von einem vorzeitigen Ruhestand mein Chef mit seinen extra gestärkten Händen und dem stehenden Termin beim Friseur jeden Dienstag nach dem Lunch er sieht mich an und sagt ich hoffe das gehört nicht Ihnen ich bin Joes vor Wut kochendes Blut Tyler bat mich die Fight Club Regeln abzutippen und ihm zehn Kopien zu machen nicht neun nicht elf zehn sagt Tyler aber ich habe die Schlaflosigkeit und kann mich nicht erinnern in den letzten drei Nächten geschlafen zu haben das hier muss das Original sein das ich getippt habe ich habe zehn Kopien gemacht und das Original vergessen der Paparazzi blitz des Kopiergeräts in meinem Gesicht der Abstand der Schlaflosigkeit zu allem eine Kopie einer Kopie einer Kopie mein Chef liest Regel Nummer drei des Fight Club lautet zwei Mann pro Kampf keiner von uns verzieht eine Miene mein Chef liest immer nur ein Kampf gleichzeitig ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen es sei denn ich meine volle Aufmerksamkeit bezahlt und nicht dafür meine Zeit mit kleinen Kriegsspielen zu verplempern er schwenkt das Papier vor meiner Nase was glaube ich fragt er soll er mit einem Angestellten machen der seine Arbeitszeit in irgendeiner kleinen Fantasiewelt verbringt wenn ich an seiner Stelle wäre was würde ich tun was würde ich tun das Loch in meiner Wange die blau schwarze Schwellung um meinem Handrücken eine Kopie einer Kopie einer Kopie Spekulation Warum will Tyler zehn Kopien der Kampftreff regeln Hindu Kuh Was ich tun würde ich wäre sehr vorsichtig mit wem ich über dieses Papier spreche sage ich ich sage es klingt als hätte es irgendein gefährlicher psychopathischer Killer geschrieben und dieser verklemmte Schizofrene kann vermutlich jeden Moment an seinem Arbeitsplatz durchdrehen und mit einer Armalite AR 180 Halbautomatik von Büro zu Büro pirschen Mein Chef schaut mich nur an Der Kerl sage ich ist wahrscheinlich jeden Abend bei sich zu Hause mit einer rattenschwänzigen Pfeile zugange und feilt ein Kreuz in die Spitze von jeder Kugel Wenn er dann nämlich eines morgens zur Arbeit erscheint und eine Kugel in seinen nörgelnden unfähigen wie ein Dumm-Dumm-Geschoss in ihrem Körper aufgeht und eine Hand voll ihrer stinkenden Eingeweide durch ihr Rückgrat bläst Mein Chef nimmt das Papier von meinem Gesicht weg Weiter sage ich Lesen Sie noch ein wenig vor Im Ernst sage ich Es klingt faszinierend Das Werk eines absolut kranken Hirns und ich lächle Die kleinen an ein Arschloch erinnernden Ränder des Lochs in meiner straff gespannte Haut über der Schwellung um meine Augen fühlt sich an als sei sie poliert Mein Chef sieht mich nur an Lassen Sie mich Ihnen helfen sage ich Die vierte Regel des Fight Clubs sage ich lautet nur ein Kampf auf einmal Mein Chef sieht auf die Regeln dann sieht er mich an Die fünfte Regel sage ich lautet kein Hemd keine Schuhe beim Kampf Mein Chef sieht auf die Regeln und sieht mich an Vielleicht sage ich würde dieser total kranke Wichser auch einen Eagle Apache Karabiner benutzen denn ein Apache nimmt ein dreißig schüssiges Magazin auf und wiegt nur neun Pfund Die Armelite nimmt nur ein fünf schüssiges Magazin auf Mit dreißig Schüssen könnte unser völlig durchgeknallter Held die ganze Reihe von Mahagoni Tischen entlang spazieren und alle Vizepräsidenten umlegen und er hätte noch eine Patrone für jeden Direktor übrig Teilers Worte kommen aus meinem Mund und ich war mal so ein netter Mensch ich sehe meinen Chef nur an mein Chef hat blaue blasse Kornblumen blaue Augen der halbautomatische Karabiner J&R 68 nimmt ebenfalls ein dreißig schüssiges Magazin auf und er wiegt nur sieben Pfund mein Chef sieht mich nur an es ist beängstigend sage ich wahrscheinlich ist es jemand den er seit Jahren kennt der Kerl weiß vermutlich alles über ihn wo er wohnt und wo seine Frau arbeitet und wo seine Kinder zur Schule gehen die ganze Sache ist ermüdend und plötzlich sehr sehr langweilig und wieso braucht Tyler zehn Kopien der Fight Club Regeln was ich nicht zu sagen brauche ist dass ich Bescheid weiß über die Leder Innenausstattung die Geburtsfehler verursacht ich weiß Bescheid über die falschen Bremsbeläge die gut genug aussehen um beim Einkäufer durchzugehen die nach 2000 Meilen aber versagen ich weiß Bescheid über den Regelwiderstand in einer Klimaanlage der so heiß wird dass er die Karten im Handschuhfach in Brand setzt ich weiß wie viele Menschen wegen eines Rückschlags der Kraftstoffeinspritzdüse bei lebendigem Leib verbrennen ich habe Brandblech in den Fahrgastraum flog ich war draußen vor Ort und habe die ausgebrannten Autos gesehen und die Berichte in denen unter Fehlerursache unbekannt eingetragen ist nein sage ich das Papier gehört mir nicht ich nehme das Blatt zwischen zwei Finger und ziehe es ihm mit einem Ruck aus der Hand ich zerknülle das Blatt zu einer Kugel und werfe es in den Abfalleimer neben meinem Schreibtisch vielleicht sage ich sollten sie nicht immer mit jedem Scheißdreck den sie irgendwo aufheben zu mir kommen am Sonntagabend gehe ich zu wir bleiben Männer und der Keller der Trinity Episcopal ist fast leer nur Big Bob ist da und ich schleppe mich hinein jeder Muskel innerlich und äußerlich blau geschlagen aber mein Herz rast immer noch und meine Gedanken sind ein Tornado in meinem Kopf das ist Schlaflosigkeit die ganze Nacht denkst du schlafe ich habe ich geschlafen um alles noch schlimmer zu machen ragen Big Bobs Arme Muskel bepackt und so hart dass sie glänzen aus den Ärmeln seines T-Shirts Big Bob lächelt er freut sich so mich zu sehen er dachte ich sei tot ja sag ich ich auch jedenfalls sagt Big Bob hab ich eine gute Nachricht das ist die gute Nachricht sagt Big Bob die Gruppe hat sich aufgelöst ich komme nur hierher runter um es allen zu sagen die vielleicht noch auftauchen die gute Nachricht ist dass es eine neue Gruppe gibt aber Regel Nummer eins dieser neuen Gruppe ist dass man nicht darüber reden soll oh Big Bob sagt und Regel Nummer zwei ist dass man nicht darüber reden soll oh scheiße ich öffne die Augen verflucht die Gruppe nennt sich Fight Club sagt Big Bob und trifft sich jeden Freitag Abend in einer stillgelegten Werkstatt am anderen Ende der Stadt am Donnerstag Abend gibt es noch einen Fight Club in einer Werkstatt die näher liegt ich kenne keinen der beiden Orte Mittwoch Donnerstag und Freitag Abend arbeite Tyler als Filmvorführer ich habe letzte Woche seinen Lohnzettel gesehen Samstag Abend geht Tyler mit mir zum Fight Club Nur zwei Mann pro Kampf Sonntag Morgen kommen wir ziemlich ramponiert nach Hause und schlafen den ganzen Tag immer nur ein Kampf gleichzeitig Sonntag und Montag Abend Kellner Tyler gekämpft wird ohne Hemd und Schuhe Am Dienstag Abend ist Tyler zu Hause macht Seife wickelt sie in Seidenpapier und versendet sie Die Paper Street Soap Company So lange wie sie müssen Diese Regeln stammen von dem Typ der den Fight Club erfunden hat Big Bob fragt Kennst du ihn Ich selbst habe ihn nie gesehen sagt Big Bob Aber er heißt Tyler Durden Die Paper Street Soap Company Ob ich ihn kenne Weiß nicht sage ich Vielleicht Als ich in der Arbeit an und fragte ob ich das Fitness Studio die Bibliothek die Wäscherei oder was immer ich nach der Arbeit vorgehabt hatte ausfallen lassen und stattdessen sie besuchen würde Deshalb hat Marla angerufen denn sie hasst mich Sie verliert kein Wort über ihren Kollagen Vorrat Ob ich ihr einen Gefallen tun würde sagt Marla Marla lag heute Nachmittag im Bett Sie lebt von den Mahlzeiten die Essen auf Rädern an ihre toten Nachbarn liefern Marla nimmt die Mahlzeiten entgegen und sagt die Nachbarn würden gerade schlafen Kurz und gut heute Nachmittag lag Marla gerade im Bett und wartete auf die Lieferung von Essen auf Rädern zwischen zwölf und zwei Uhr Marla hat seit ein paar Jahren keine Krankenversicherung mehr deshalb hatte sie aufgehört nachzusehen Aber heute Morgen sieht sie nach und da schien eine Geschwulst zu sein und die Knötchen unter ihrem Arm nahe der Geschwulst waren gleichzeitig hart und empfindlich und sie kann es niemandem sagen den sie liebt weil sie ihnen keine Angst machen will und sie kann es sich nicht leisten zum Arzt zu gehen wenn es gar nichts ist aber sie musste mit jemandem reden und jemand anderer musste es sich ansehen die Farbe von Malers braunen Augen ist wie die eines Tieres das man in einem Kessel erhitzt und dann in kaltes Wasser geworfen hat man nennt das vulkanisiert oder galvanisiert oder gehärtet Maler sagt sie verzeiht mir die Sache mit dem Kollagen wenn ich ihr helfe nachzusehen ich vermute sie ruft Tyler nicht an weil sie ihm keine Angst einjagen in ihr Zimmer hinauf und Maler erzählt mir dass man in freier wildbahn keine alten Tiere sieht denn sobald sie alt werden sterben Tiere wenn sie krank oder langsamer werden tötet sie ein stärkerer es ist nicht vorgesehen dass Tiere alt werden Maler legt sich auf ihr Bett und löst die Schleife ihres Bademantels sie sagt unsere Kultur hat den Tod zu etwas Unrechtem schwitzt während ich erzähle dass ich auf dem College einmal eine Warze hatte auf dem Penis nur sage ich Schwanz ich ging zur medizinischen Fakultät um sie wegmachen zu lassen die Warze später habe ich es meinem Vater erzählt das war Jahre danach und mein Vater lachte und sagte ich sei ein Idiot denn solche Warzen wären der Pariser mit Noppen von Mutter Natur die Frauen lieben sie und Gott hatte mir einen Gefallen getan ich knie neben Malers Bett und ich befühle Malers kalte Haut immer nur ein wenig auf einmal Zentimeter für Zentimeter reibe ich ein Stückchen Maler zwischen den Fingern und Maler sagt dass Frauen Gebärmutter Krebs bekommen von diesen Warten die Gottes Pariser mit Noppen sind ich saß also auf dem Papierstreifen in einem Untersuchungsraum der medizinischen Fakultät während Studenten zuschauten das kommt dabei raus wenn du keine Krankenversicherung hast und es tut so verdammt weh dass du ihn genauso gut mit Lauge verbrennen könntest darüber lacht Maler bis sie sieht dass meine Finger inne gehalten haben so als hätte ich vielleicht etwas gefunden Maler hört auf zu atmen ihr Bauch hämmert wie eine Trommel und ihr Herz ist wie eine Faust die von innen auf das straffe Fell einer Trommel schlägt aber nein ich habe angehalten weil ich rede und weil eine Minute lang keiner von uns beiden in Marlers Zimmer war wir waren in der medizinischen Fakultät es ist Jahre her ich saß auf dem klebrigen Papier und mein Schwanz brannte wie Feuer von dem Flüssigstickstoff als einer der Medizinstudenten meine nackten Füße sah und den Raum Stoffdose zur Seite ein richtiger Arzt packte meinen nackten Fuß und hielt ihn den anderen richtigen Ärzten vors Gesicht die drei drehten und betasteten den Fuß und machten Polaroid Fotos davon und es war als würde der Rest der Person nur halb bekleidet nicht existieren nur der Fuß und die übrigen Medizinstudenten drängten hinein um ihn zu sehen seit wann fragte ein Arzt aussieht wie ein dunkelrotes Australien mit einem kleinen Neuseeland gleich daneben genau das erzählte ich ihnen und damit war schlagartig die Luft raus aus der Sache mein Schwanz taute langsam wieder auf außer dem Studenten mit dem Stickstoff gingen alle hinaus und ich hatte das Gefühl dass er am liebsten auch gegangen wäre er so enttäuscht dass er mir nicht einmal in die Augen sah als er meinen Schwanz an der Eichel nahm und zu sich hin zog aus der Dose sprühte ein dünner Strahl auf das was von der Warze übrig war Marla sieht auf meine Hand und die Narbe von Tylers Kuss ihr scheint hier nicht sehr oft ein Muttermal zu sehen sagte ich zu den Medizinstudenten das ist es nicht sagte der Student alle dachten das Muttermal sei Krebs sondern dehnt sich aus bis er dich ganz bedeckt und dann stirbst du das war vor vielen vielen Jahren so ist das mit Krebs sage ich zu Marla vielleicht kommt es darauf an nicht den Rest von dir zu vergessen nur weil ein kleiner Teil möglicherweise auf die schiefe Bahn gerät Marla sagt möglicherweise der Student mit dem Stickstoff beendete seine Arbeit und sagte die Warze würde nach ein paar Tagen abfallen neben meinem nackten Arsch lag auf dem klebrigen Papier ein Polaroid Foto von meinem Fuß das keiner wollte ich sagte kann ich das Bild haben das Bild steckt noch immer in der Ecke eines Spiegels in meinem Zimmer jeden Morgen bevor ich zur Arbeit gehe kämme ich mir die Haare und denke daran wie ich einmal für zehn Minuten Krebs hatte mehr als Krebs Ich erzähle Mahler dass heuer das erste Jahr war in dem mein Großvater und ich zu Thanksgiving nicht Schlittschuh laufen gingen obwohl das Eis fast 15 Zentimeter dick war meine Großmutter hat immer diese kleinen runden Pflaster auf der Stirn und den Armen überall wo die Leberflecke die sie ihr ganzes Leben lang hatte nicht gut aussehen sie dehnen sich mit ausgefransten Rändern aus oder wechseln von braun zu blau oder schwarz als meine Großmutter das letzte Mal aus dem Krankenhaus kam trug mein Großvater ihren Koffer und er war so schwer dass er klagte er fühle sich ganz einseitig meine französisch kanadische Großmutter war so schamhaft dass sie sich nie öffentlich im Badeanzug zeigte und sie ließ immer Wasser ins Waschbecken laufen um alle Geräusche unsere liebe Frau von Lourdes und sagt du fühlst dich einseitig für meinen Großvater fasst das die ganze Geschichte zusammen meine Großmutter krebs ihre Ehe das Leben er lacht jedes Mal wenn er die Geschichte erzählt Marla lacht nicht ich möchte sie zum Lachen bringen sie erwärmen damit sie mir wegen des Kollagens vergibt möchte ich Marla sagen dass ich nichts finden kann wenn sie heute hat die Narbe von Tylers Kuss auf dem Handrücken ich möchte Marla zum Lachen bringen deshalb erzähle ich ihr nichts darüber wie ich Chloe zum letzten Mal umarmte Chloe ohne Haare ein in gelbes Wachs getauchtes Skelett mit einem seidenen Kopftuch um ihren kahlen Schädel ich umarmte Chloe ein letztes Mal bevor sie für immer verschwand ich sagte sie sehe aus wie ein Pirat von der Frau in Dear Abbey die einen gut aussehenden erfolgreichen Leichenbestatter geheiratet hatte und in der Hochzeitsnacht musste sie sich in einer Wanne Eiswasser einweichen lassen bis sich ihre Haut eiskalt anfühlte und dann musste sie völlig reglos im Bett liegen während er mit ihrem kalten leblosen Körper Verkehr hatte das komische daran ist dass diese Frau das als neuvermählte gemacht hatte und dann die nächsten zehn Jahre ihrer Ehe und nun schrieb sie an dir Abby ob Abby meinte es hätte etwas zu bedeuten die Selbsthilfe Gruppen liebte ich deshalb so sehr weil die Leute dir ihre ganze Aufmerksamkeit schenkten wenn sie dachten du stirbst bald wenn es das letzte Mal sein konnte dass sie dich sahen sahen sie dich wirklich du hattest ihre volle Aufmerksamkeit die Leute hörten zu anstatt nur darauf zu warten bis sie mit dem reden an der Reihe waren und wenn sie sprachen erzählten sie dir keine Geschichten wenn du mit jemandem geredet hast habt ihr gemeinsam etwas geschaffen und hinterher wart ihr beide anders als zuvor Marla hatte damit angefangen in die Selbsthilfegruppe zu gehen nachdem sie seinerzeit ihren ersten Knoten entdeckt hatte am Morgen nachdem wir ihren zweiten Knoten gefunden hatten hopste Marla mit beiden Beinen in einem Bein ihrer Strumpfhose in die Küche und sagte schau ich bin eine Meerjungfrau Marla sagte das ist nicht so wie wenn die Typen verkehrt herum auf der Toilette sitzen und so tun als wäre es ein Motorrad das ist ein echter Unglücksfall kurz bevor Marla und ich bei wir bleiben Männer trafen war der erste Knoten aufgetaucht und jetzt war ein zweiter da man muss dazu wissen dass Marla immer noch lebt Marlas Lebensphilosophie so hat sie mir erzählt ihres Lebens ist dass sie es nicht tut als Marla den ersten Knoten entdeckte ging sie in eine Klinik wo zusammengesunkene Vogelscheuchen von Müttern auf drei Seiten des Wartezimmers auf Plastikstühlen saßen mit schlaffen Puppenkindern im Schoß oder zu ihren Füßen die Kinder waren eingefallen und hatten dunkle Schatten um die Augen und die Mütter kratzten an Schuppenflechten von außer Kontrolle geratenen Hefepilz Infektionen die Zähne in den schmalen Gesichtern sahen sehr groß aus so dass man sah dass Zähne nichts weiter als Knochenscherben sind die durch die Haut dringen um etwas zu zermahlen das kommt dabei raus wenn du keine Krankenversicherung hast bevor alle miteinander klüger waren wollten eine Menge schwule Kinder haben und nun sind die Kinder krank die Mütter sterben und die Väter sind schon tot und während Marla in dem Krankenhaus Kotzgeruch nach Pisse und Essig sitzt und eine Schwester alle Mütter fragt wie lange sie schon krank sind wie viel Gewicht sie verloren haben und ob die Kinder ein noch lebendes Elternteil oder einen Vormund haben beschließt Marla nein Falls sie bald sterben sollte wollte es Marla nicht wissen Marla dann ging sie zu einem Händler der ihr 15 Dollar pro Stück gab dann kaufte sich Marla eine richtig gute Strumpfhose die Sorte die keine Laufmaschen bekommt nichts ist statisch alles bricht zusammen Marla fing an in die Selbsthilfe Gruppen zu gehen weil es einfacher ist mit anderem menschlichen Arschpapier zusammen zu sein alle haben irgendeinen Fehler und eine Weile wurde ihr Herzschlag ruhiger Bestattungsunternehmen an wo sie im Voraus bezahlte Beerdigungen arrangierte manchmal kamen große dicke Männer meist aber dicke Frauen mit einer Urne von der Größe eines Eierbechers aus dem Ausstellungsraum des Bestattungsunternehmens und Marla saß mit ihrem zusammengebundenen schwarzen Haar ihrer Strumpfhose ihrem Brustknoten und ihrem drohenden Schicksal an ihrem Schreibtisch in der Eingangshalle und sagte Madame machen sie sich nichts vor wir würden nicht einmal ihren verbrannten Kopf in das winzige Ding da kriegen gehen sie zurück und holen sie sich eine Urne von der Größe eines Bowling Balls in Malas Herz sah es aus wie auf meinem Gesicht die Scheiße und der Müll der Welt menschliches Arschpapier nach dem Gebrauch zwischen den Selbsthilfe Gruppen waren diese Leute waren tot und auf der anderen Seite und nachts riefen sie an manchmal ging Marla in Bars und der Barkeeper rief sie aus und wenn sie ans Telefon ging war die Leitung tot damals glaubte sie das hieße ganz unten ankommen mit 24 sagt Marla hast du keine Ahnung wie tief du fallen kannst aber ich lernte schnell als Marla das erste Mal eine Krematoriums ohne einfüllte trug sie keine Gesichtsmaske und später schnäuzte sie sich die Nase und im Taschentuch war ein schwarzer Rest von Mr. So und So wenn im Haus an der Paper Street das Telefon nur einmal läutete und man nahm ab und die Leitung war tot wusste man dass es jemand war der versuchte Marla zu erreichen das kam öfter vor als man an meine Schulter gelehnt und flüsterte mir ins Ohr während ich den Hörer an das andere Ohr hielt und der Detektiv fragte ob ich jemanden kannte der Dynamit selbst herstellen könne die Katastrophe ist ein natürlicher Teil meiner Entwicklung flüsterte Tyler hin zur Tragödie und Auflösung ich sagte dem Detektiv dass der Kühlschrank meine Wohnung in die Luft gejagt hat ich löse meine Verbindung zu physischer Macht und Besitztümern flüsterte Tyler denn nur indem ich mich selbst zerstöre kann ich die größere Macht meines Geistes entdecken das Dynamit sagte der Detektiv enthielt Unreinheiten Rückstände von Ammonium Oxalat und Kalium Perchlorid was bedeuten könnte dass die Bombe selbst gebastelt war und das Sicherheitsschloss an meiner Tür war aufgebrochen ich sagte ich davon erklärte dass jemand eine Dose Freon in das Sicherheitsschloss gesprüht und dann mit einem Schrotmeißel an das Schloss geschlagen hätte um den Zylinder zu zertrümmern der Befreier der mein Eigentum zerstört sagte Tyler kämpft um die Rettung meines Geistes der Lehrer der alle Besitztümer aus meinem Wagen räumt wird mir die Freiheit schenken der Detektiv sagte wer immer das selbst und die Kontrolllampen am Herd ausgemacht haben das Gas war nur der Auslöser das Gas musste Tage gebraucht haben bis es die Wohnung ausfüllte und den Kompressor am Boden des Kühlschranks erreichte und der Elektromotor des Kompressors löste die Explosion aus sag ihm flüsterte Tyler jawohl du warst es du hast alles in die Luft gejagt das will er doch hören nein sage ich zu dem Detektiv ich habe nicht das Gas aufgedreht und dann die Stadt verlassen ich habe mein Leben geliebt ich habe diese Wohnung geliebt ich habe jedes einzelne Möbelstück geliebt das war mein ganzes Leben alles die Lampen die Stühle die Teppiche das war ich das Geschirr in den Schränken das war ich die Pflanzen der Fernseher ich selbst war es der in die Stadt nicht verlassen seine Gnaden der Herr Ortsgruppen Vorstand der hiesigen Ortsgruppe des Nationalen Verbandes der Vereinigten Filmvorführer und unabhängigen Kinobetreiber saß einfach nur da unten hinter und in allem was der Mann als unumstößlich ansah war etwas Entsetzliches gewachsen nichts ist statisch alles bricht zusammen ich weiß dass Walter es weiß drei Jahre lang hatte Tyler für eine Kette von Lichtspielhäusern Filme auf- und abgebaut ein Film ist in sechs oder sieben kleinen Spulen unterwegs die in einem Metallkoffer verpackt sind Tylers Aufgabe war es die kleinen Spulen zu einer einzigen 1,50 Spule zusammen zu kleben die für selbst einfädelnde und rückspulende Projektoren geeignet war nach drei Jahren sieben Kinos mindestens drei Leinwänden pro Kino und einem neuen Film jede Woche waren hunderte von Kopien durch Tylers Hände gegangen zu schade auch aber bei immer mehr selbst einfädelnden und rückspulenden Projektoren brauchte der Verband nicht mehr betrachten sie es nicht als Zurückweisung betrachten sie es als Personalabbau auf seinem fetten Arsch sitzend sagt der Herr Orts Gruppen Vorstand höchst persönlich wir wissen ihren Beitrag zu unserem Erfolg zu schätzen ach das sei kein Problem sagte Tyler und grinste solange der Verband weiter einen Gehalts schick schickte würde er den Mund halten Tyler sagte betrachten sie es als vorzeitigen von Filmkopien waren durch Tylers Hände gegangen Filme waren zurück an den Verleih gegangen Filme waren zur Neuaufführung wieder hinaus gegangen Komödien Liebesfilme Action Abenteuer zusammengeklebt mit Tylers pornografischen Einzelbild Blitzen Sodomie Philatio Kunilingus Fesselungen Tyler hatte nichts zu verlieren Tyler war die Schachfigur der ganzen Welt Jedermanns Müll Genau das übte Tyler mit mir damit ich es dem Manager des Pressman Hotels ebenfalls sagen konnte In Tylers anderem Job im Pressman Hotel war Tyler ein Niemand wie er sagte Niemandem kümmerte es ob er lebte oder starb und das Gefühl beruhte verdammt auf Gegenseitigkeit Und genau das sagte Tyler sollte ich im Büro des Managers sagen während die Wachmänner vor der Tür saßen Nachdem alles vorbei war blieben Tyler und ich lange auf und tauschten Geschichten aus Unmittelbar nachdem er beim Verband der Filmvorführer gewesen war ließ mich Tyler dem Manager des Pressman Hotels gegenüber treten Tyler und ich sahen mehr und mehr wie eineige Zwillinge aus Beide hatten wir aufgeschlagene Wangen Knochen und unsere Haut hatte vergessen wohin sie sich zurückschieben musste wenn wir getroffen wurden Meine blauen Flecken stammten vom Fight Club und Tylers Gesicht hatten die Schläge des Vorstands der Filmvorführer verunstaltet nachdem Tyler aus den Büros des Verbandes gekrochen war suchte ich den Manager des Pressman Hotels auf da saß ich nun ich bin Joes grinsende Rache das erste was der Hotel Manager sagte war dass ich drei Minuten hätte in den ersten 30 Sekunden erzählte ich wie ich in Suppen gepinkelt auf crème brûlée gefurzt und auf geschmorte Endivien genießt hatte und nun solle mir das Hotel jede Woche einen Scheck in Höhe meines durchschnittlichen Wochenlohns plus Trinkgelder schicken im Gegenzug würde ich nicht mehr zur Arbeit kommen und nicht mit einem wirren und tränenreichen Geständnis an die Presse oder zu den Leuten vom Gesundheitsamt gehen die Schlagzeilen verwirrter Kellner gesteht vor Unreinigung von Essen Natürlich sagte ich könnte ich ins Gefängnis kommen sie könnten mich aufhängen mir die Eier abreißen und mich durch die Straßen schleifen sie könnten mir die Haut abziehen und mich mit Lauge verbrennen aber das Pressman Hotel würde für immer als das Hotel bekannt sein in dem die reichsten Leute der Welt Pisse aßen Tylers Worte aus meinem Mund und ich war früher so ein netter Mensch im Büro Vorsitzende des Verbandes geschlagen hatte der eine Schlag hatte Tyler aus dem Stuhl gehauen und Tyler saß an die Wand gelehnt und lachte nur zu sie können mich nicht umbringen lachte Tyler sie blödes Arschloch prügeln sie mir die scheiße aus dem Leib aber sie können mich nicht umbringen sie haben zu viel zu verlieren ich habe nichts sie haben alles nur zu voll in den Bauch noch ein Schlag in mein Gesicht schlagen sie mir die zähne aus aber schicken sie immer schön brav diese Gehalts checks brechen sie mir die rippen aber wenn sie eine woche zu zahlen versäumen gehe ich an die Öffentlichkeit und sie und ihr kleiner verband haben eine klage von allen kinobesitzern und filmverleihern und von jeder mutti deren kleines eventuell einen steifen in Bambi gesehen hat am Hals als ich im Pressman Hotel im Büro saß waren meine Fight Club Lippen noch immer in ungefähr zehn Teile gespalten das Arschloch auf meiner Wange schaute den Manager des Pressman Hotels an und es war alles ziemlich überzeugend nachdem der Verbandsvorsitzende Tyler zu Boden geschlagen hatte nachdem der Herr Vorsitzende sah dass Tyler sich nicht wehrte holte seine Gnaden aus und trat Tyler in die Rippen und Tyler lachte seine Gnaden ließ den Fuß in Tylers Nieren sausen nachdem sich Tyler zu einer Kugel zusammengerollt hatte aber Tyler lachte immer noch lassen sie es raus sagte Tyler glauben sie mir sie fühlen sich dann sehr viel besser sie werden sich großartig fühlen im Büro des Pressman Hotels fragte ich den Hotelmanager ob ich das Telefon benutzen dürfe und wählte die Nummer für die Lokalredaktion der Zeitung unter den Augen des Hotelmanagers sagte ich guten Tag ich habe im Rahmen eines politischen Protests ein schreckliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen mein Protest richtet sich gegen die Ausbeutung von Arbeitskräften in der Gastronomie wenn ich ins Gefängnis kam würde ich nicht einfach nur ein gestörter Arbeitssklave sein der in die Suppe pinkelt die Sache würde auf einem heldenhaften Niveau spielen Robin Hood Kellner tritt für habe nichts ein es würde um sehr viel mehr als nur ein Hotel und einen Kellner gehen der Manager des Pressman Hotels nahm mir sehr sanft den Hörer aus der Hand der Manager sagte er wolle nicht dass ich weiterhin hier arbeite nicht so wie ich zur Zeit aussah ich stehe am Schreibtisch Ende des Managers und sage was ihnen gefällt das hier nicht und ohne mit der Wimper zu zucken den Manager weiter im Blick schwinge ich die Faust am Ende der Zentrifugalkraft meines Arms und schlage frisches Blut aus dem rissigen Schauf in meiner Nase ohne jeden Grund fällt mir die Nacht ein in der Tyler und ich unseren ersten Kampf hatten ich möchte dass du mich so fest schlägst wie du nur kannst der Schlag ist nicht so besonders hart ich bockse mich noch einmal es sieht schon ganz gut aus mit dem vielen Blut aber ich werfe mich noch rückwärts gegen die Wand um einen fürchterlichen Krach zu machen und das Gemälde zu zertrümmern das dort hängt das zerbrochene Glas der Rahmen und das Gemälde mit Blumen und Blut fallen auf den Boden und ich kaspere darin herum ich bin so ein Idiot der Teppich wird voll Blut und ich greife hinauf und hinterlasse die blutigen Abdrücke von Händen eines Monsters auf dem Rand des Schreibtisch und ich sage bitte helfen Sie mir aber ich fange zu kichern an helfen Sie mir bitte bitte schlagen Sie mich nicht mehr ich gleite zurück auf den Boden und ziehe kriechend eine Blutspur über den Teppich das erste Wort das ich sagen werde ist bitte also halte ich die Lippen geschlossen das Monster schleppt sich über die hübschen Bukette und Girlanden des orientalischen Teppichs das Blut tropft mir aus der Nase und rinnt mir heiß die Kehle hinunter und in den Mund das Monster kriecht über den Teppich und nimmt die Fusseln und den Staub auf die an dem Blut an seinen Klauen festkleben und es kriecht nahe genug heran um den Manager des Pressman Hotels um die Nadelstreifen Knöchel zu packen und es zu sagen bitte nochmal bitte kommt in einer Blutblase heraus nochmal bitte und die Blase verspritzt überall Blut und auf diese Weise verschaffe ich Tyler den Freiraum jede Nacht der Woche einen Fight Club aufzumachen danach gab es erst sieben Fight Clubs dann 15 und dann 23 und Tyler wollte noch mehr es kam immer Geld herein bitte sage ich zum Manager des Pressman Hotels geben Sie mir das Geld und ich kichere wieder Sie haben so viel und ich habe nichts und ich fange an mein Blut die Nadelstreifen zurücklehnt die Hände auf dem Fensterbrett hinter ihm und sogar seine schmalen Lippen ziehen sich von den Zähnen zurück das Monster hakt seine blutige Klau in den Hosenbund des Managers und zieht sich hinauf um das gestärkte weiße Hemd zu greifen und ich umklammere mit meinen blutigen Händen die weichen Handgelenke des Managers bitte ich lächle so breit dass meine Lippen aufplatzen als der Manager schreit und versucht seine Hände von mir meinem Blut und meiner zermanschten Nase wegzubekommen gibt es einen Kampf der Schmutz klebt an dem Blut auf uns beiden und genau in diesem Augenblick unserem großartigsten Augenblick beschließen die Wachmänner herein zu Südseite des Gebäudes mit einer grinsenden fünf Stockwerke hohen Maske bemalt und Feuer gelegt hat so dass die Fenster im Mittelpunkt der riesigen Augen gewaltig lebendig und unentrinnbar in die Morgendämmerung über der Stadt loderten Das Bild auf der Titelseite der Zeitung zeigt das Gesicht als einen zornigen Kürbis einen japanischen Dämon einen Drachen der Habsucht am Himmel und der Rauch ist wie die Augenbrauen einer Hexe oder die Hörner eines Teufels und die Leute schrien und hatten die Köpfe in den Nacken geworfen was bedeutete es und wer tut so etwas und auch nachdem die Feuer gelöscht waren war das Gesicht immer noch da und es war noch schlimmer die leeren Augen schienen alle Leute auf der Straße zu beobachten waren aber gleichzeitig tot solches ob es zum Projekt Chaos gehörte in der Zeitung steht die Polizei habe keine echte Spur egal ob es Jugendbanden oder fremde Wesen aus dem All waren sie hätten umkommen können als sie auf Simsen entlang krochen und mit Dosen schwarzer Sprühfarbe von Fensterbänken baumelten war es der Ausschuss für Unfug oder der Ausschuss für Brandstiftung das riesige Gesicht war vermutlich ihre Hausaufgabe von letzter Woche Tyler wüsste es aber die erste Regel des Projekts Chaos ist dass du keine Fragen über das Projekt Chaos stellst im Ausschuss für Überfälle sagt Tyler hat er diese Woche mit allen besprochen was nötig ist um eine Pistole abzufeuern alles was eine Pistole tut ist eine Explosion in eine bestimmte Richtung zu lenken zum letzten Treffen des Ausschusses für Überfälle brachte Tyler eine Pistole und die gelben Seiten des Telefon Buchs mit sie trafen sich in dem Keller in dem der Fight Club am Samstag Abend zusammen kommt jeder Ausschuss trifft sich an einem anderen Abend Brandstiftung am Montag Überfälle am Dienstag Unfug am Mittwoch und Desinformation am Donnerstag organisiertes Chaos die Bürokratie der Anarchie sie wissen schon Selbsthilfe Gruppen gewissermaßen Dienstagabend also schlug der Ausschuss für Überfälle Aktionen für die kommende Woche vor und Tyler las die Vorschläge und gab dem Ausschuss seine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche musste jeder im Ausschuss für Überfälle eine Schlägerei vom Zaun brechen aus der er nicht als Held hervor ging und nicht im Fight Club das ist schwieriger als es sich anhört der durchschnittliche Mann von der Straße tut alles um sich nicht schlagen zu müssen die Idee sich irgendeinen Heinz von der Straße zu schnappen der noch nie gekämpft hat und ihn zu rekrutieren lass ihn zum ersten Mal in seinem Leben erfahren was es heißt zu gewinnen bring ihn zum explodieren gib ihm die Erlaubnis die Scheiße aus dir zu prügeln du hältst es aus wenn du gewinnst hast du es vermasselt was wir tun müssen Leute erklärte Tyler dem Ausschuss ist diese Typen daran zu erinnern welches Potenzial sie immer noch haben das ist Tylers kleine Anfeuerungsrede dann öffnete er die zusammengefalteten Papierbögen in dem Karton vor ihm jeder Ausschuss macht seine Vorschläge für die kommende Woche folgendermaßen schreib die Aktion auf den Block für den Ausschuss reiß die Seite heraus falte sie und leg sie in den Karton Tyler prüft die Vorschläge und schmeißt alle schlechten Ideen raus für jede Idee die er rausschmeißt legt Tyler ein zusammengefaltetes leeres Blatt in den Karton dann ziehen alle Ausschussmitglieder ein Papier aus dem Karton so wie Tyler mir das Verfahren erklärt hat muss jeder der ein leeres Blatt zieht in dieser Woche nur seine Hausaufgabe machen wenn du einen Vorschlag ziehst dann musst du am Wochenende zum Bierfest gehen und in einer chemischen musst die Modenschau im Atrium des Einkaufszentrums besuchen und Erdbeergelee vom Zwischengeschoss werfen wenn du verhaftet wirst bist du raus aus dem Ausschuss für Überfälle wenn du lachst bist du ebenfalls draußen niemand weiß wer einen Vorschlag zieht und niemand außer Tyler weiß welche Vorschläge es gibt welche angenommen werden und welche er zum Abfall schmeißt später in der Woche liest du in der Zeitung dann etwa von einem nicht identifizierten Mann der mitten in der Stadt den Fahrer eines Jaguar Cabriolets angesprungen und den Wagen in einen Brunnen gesteuert hat und du fragst dich war das ein Ausschuss Vorschlag den du hättest ziehen können am folgenden Dienstagabend siehst du beim Ausschuss Treffen unter der einzigen Lampe in dem schwarzen Fight Club Keller in die Runde und du fragst dich immer noch wer den Jaguar in den Brunnen buxiert hat wer stieg auf das Dach des Kunstmuseums und schoss Farbkugeln auf den Empfang im Skulpturenhof wer malte die lodernde Teufelsmaske auf den Hain Tower in der Nacht mit dem Hain Tower Auftrag kannst du dir vorstellen wie eine Mannschaft von Anwalts gehilfen Buchhaltern oder Boten sich in Büros schlich in denen sie jeden und sie benutzten Nachschlüssel wo sie konnten und verwendeten Sprühdosen mit Freon um die Zylinder von Schlössern zu zerstören damit sie an der Ziegelfassade des Turms herabbaumeln sich abseilen konnten einander trauend die Taue zu halten schwingend und einen plötzlichen Tod in Büros riskierend in denen sie jeden Tag das Gefühl hatten dass ihr Leben jede Stunde einmal zu Ende ging Am nächsten Morgen würden dieselben Angestellten und Handelsvertreter in der Menschenmenge gestanden haben den ordentlich gekämmten Kopf in den Nacken geworfen mit einem komischen Gefühl weil sie nicht geschlafen hatten aber nüchtern und sie würden Krawatten getragen und gehört haben wie die Menge ringsum sich fragte wer das getan haben könnte und wie die Polizisten riefen alle sollten nun zurückgehen als Wasser aus dem zerbrochenen rauchenden Mittelpunkt von jedem der riesigen Augen ran Tyler erzählte mir im Vertrauen dass es nie mehr als vier gute Vorschläge bei einem Treffen gibt sodass deine Aussichten tatsächlich einen Vorschlag und nicht nur ein leeres Blatt zu ziehen ungefähr vier zu zehn stehen einschließlich Tyler sind 25 Leute im Ausschuss für Überfälle alle bekommen ihre Hausaufgabe eine Schlägerei in der Öffentlichkeit zu verlieren und jedes Mitglied zieht einen Vorschlag diese Woche befahl ihn Tyler zieht los und kauft eine Pistole Tyler gab einem von ihnen die gelben Seiten des Telefonbuchs und sagte er solle eine Anzeige herausreißen dann das Buch weiterreichen keine zwei Leute sollten in dem selben Laden kaufen oder Probe schießen das hier sagte Tyler und holte sollte jeder von euch eine Pistole in etwa dieser Größe haben und zum Treffen mitbringen besser ihr bezahlt sie bar sagte Tyler beim nächsten Treffen tauscht ihr die Pistolen untereinander und meldet die Pistole die ihr gekauft habt als gestohlen niemand stellte Fragen keine Fragen zu stellen ist die erste Regel beim Projekt Chaos Tyler reichte die Pistole herum sie war sehr schwer für etwas das so klein ist als wäre etwas riesiges wie ein Berg oder eine Sonne in sich zusammengestürzt und zu dem Ding hier eingeschmolzen die Jungs im Ausschuss hielten sie mit zwei Fingern alle wollten fragen ob sie geladen ist aber die zweite Regel des Projekts Chaos lautete dass du keine Fragen stellst vielleicht war sie geladen vielleicht war sie es nicht vielleicht sollten wir immer das schlimmste annehmen eine Pistole sagte Tyler ist einfach und vollkommen du ziehst einfach den Abzug die dritte Regel im Projekt Chaos heißt keine Ausreden der Abzug sagte Tyler setzt den Hahn frei und der Hahn zündet das Pulver die vierte Regel heißt keine Lügen die Explosion sprengt eine Metallkugel aus dem offenen Ende der Patrone und der Pistolen Lauf lenkt das explodierende Pulver und die Kugel Wie ein Mensch aus einer Kanone Wie eine Rakete aus einem Silo Wie euer Sperma Als Tyler das Projekt Chaos erfand sagte er das Ziel des Projekts habe nichts mit anderen Menschen zu tun Es war Tyler egal ob andere Menschen verletzt wurden oder nicht Das Ziel bestand darin jedem Mann in dem Projekt beizubringen dass er die Macht hatte den Lauf der Geschichte zu beherrschen Wir Jeder von uns können die Welt beherrschen Es war beim Fight Club wo Tyler das Projekt Chaos erfand Eines Nachts klatschte ich beim Fight Club ein Neuling ab In dieser Samstagnacht kam ein junger Kerl mit einem Gesicht wie ein Engel zu seinem ersten Fight Club und ich klatschte ihn für einen Kampf ab Das ist die Regel Wenn es deine erste Nacht dem Fight Club ist musst du kämpfen Ich wusste das also klatschte ich ihn ab denn meine Schlaflosigkeit war wieder da und ich war in der Stimmung etwas Schönes zu zerstören Da der größte Teil meines Gesichts nie die Chance bekommt zu verheilen habe ich in der Abteilung gutes Aussehen nichts verloren In der Arbeit fragte mich mein Chef was ich gegen das Loch in meiner Wange unternehme das nie zu gibt einen Gewinnergriff der jemandem gerade so viel Luft lässt dass er nicht ohnmächtig wird und in jener Nacht im Fight Club drosch ich auf unsere Neuling auf dieses wunderschöne Engelsgesicht ein zuerst mit den harten Knöcheln meiner Faust wie ein malender Backenzahn dann mit dem stumpfen Ende der Faust als meine Knöchel von den Zähnen die durch seine Lippen ragten wundgeschlagen waren dann sagte der Junge durch meine Arme Tyler sagte später er habe mich noch nie etwas so gründlich zerstören sehen in dieser Nacht wusste Tyler dass er den Fight Club eine Stufe höher schrauben oder ihn einstellen musste beim Frühstück am nächsten Morgen sagte Tyler du hast wie ein Wahnsinniger ausgesehen mein Junge wie ein Psychopath was war los ich sagte ich fühlte mich wie scheiße und überhaupt nicht entspannt es hat mich überhaupt nicht angetörnt vielleicht habe ich mich zu sehr daran gewöhnt man kann eine Toleranz für Kämpfe entwickeln und vielleicht musste ich zu etwas größerem übergehen an diesem Morgen erfand Tyler das Projekt Chaos Tyler fragte wogegen ich in Wirklichkeit kämpfte was Tyler darüber sagte dass wir die Scheiße und die Sklaven der Geschichte sein das ist genau das was ich empfand ich wollte all das schöne zerstören das ich nie haben würde die Regenwälder am Amazonas niederbrennen fckw in die Atmosphäre pumpen um das Ozon zu killen die Klappen von Supertankern öffnen und Ölquellen vor der Küste entstöpseln ich wollte all die Fische töten die ich mir nicht leisten konnte und die französischen Strände verunreinigen die ich nie sehen würde ich wollte dass die ganze Welt ganz unten ankommt als ich auf diesen jungen einschlug wollte ich in Wirklichkeit jedem vom Aussterben bedrohten Panda der nicht rammeln wollte um seine Art zu retten eine Kugel verpassen und jedem Wal oder Delfin der Aufgabe und sich an Land warf betrachten sie es nicht als auslöschen betrachten sie es als Personalabbau tausende von Jahren haben Menschen diesen Planeten kaputt gemacht und versaut und jetzt erwartet die Geschichte von mir dass ich hinter ihnen sauber mache ich muss meine Suppendosen auswaschen und platt machen und über jeden Tropfen Motoröl Rechenschaft ablegen den ich verbrauche und ich muss die Zeche bezahlen für Atommüll vergrabene Benzintanks und Giftschlamm der Kopf von Engels Gesicht wie ein Baby oder ein Football in der Armbeuge und drosch mit den Knöcheln auf ihn ein bis seine Zähne durch die Lippen brachen danach drosch ich mit dem Ellbogen auf ihn ein bis er durch meinen Arm sackte und vor meine Füße fiel bis die Haut über seinen Wangenknochen dünn geklopft war und sich schwarz verfärbte ich wollte Rauch speien Vögel und Hirsche sind ein kindischer Luxus und alle Fische sollten mit dem Bauch nach oben treiben ich wollte den Louvre niederbrennen ich wollte die Elgin Marbles mit einem Vorschlag haben bearbeiten und mir mit der Mona Lisa den Arsch abwischen das ist jetzt meine Welt das ist meine Welt meine Welt und diese uralten Leute sind tot beim Frühstück an diesem Morgen erfand Tyler das Projekt Chaos wir wollten die Welt frei von Geschichte bomben wir saßen im Haus an der Paper Street beim Frühstück und Tyler sagte stell dir vor wie du am fünfzehnten Loch eines vergessenen Golfplatzes Rettiche pflanzt und Kartoffeln säst du jagst Elche durch die feuchten Wälder in den Schluchten rund um das Rockefeller Center und gräbst nach Muscheln beim Skelett der Space Needle die in einem Winkel von 45 Grad Masken und Kobold Gottheiten und jeden Abend zieht sich das was von der Menschheit übrig ist in leere Zoos zurück und sperrt sich in Käfige zum Schutz gegen Bären Raubkatzen und Wölfe die nachts vor den Käfigstäben auf und ablaufen und uns beobachten Recycling und Geschwindigkeitsbegrenzungen sind Quatsch sagte Tyler das ist wie wenn jemand auf dem Totenbett das Rauchen aufgibt Nur das Projekt Chaos wird die Welt retten eine kulturelle Eiszeit ein vorzeitig herbeigeführtes dunkles Zeitalter das Projekt Chaos wird die Menschheit zwingen so lange untätig zu sein bis sich die Erde erholt hat du rechtfertigst Anarchie sagt Tyler du kapierst so wie es der Fight Club mit den Angestellten und Kassierern tut wird das Projekt Chaos die Zivilisation zerschlagen damit wir etwas Besseres aus dieser Welt machen können stell dir vor sagte hinter Elchen herpirschen vorbei an Kaufhausschau Fenstern an stinkenden Regalen voll wunderschöner vor sich hin faulender Kleider und Taxidohüten an Haken du trägst Lederkleidung die für den Rest deines Lebens hält und du kletterst an den armdicken Kuhzuranken hoch die den Sears Tower überwuchern du kletterst durch das tropfende Blätterdach des Waldes und die Luft ist so klar dass du die winzigen Gestalten erkennst die Mais dreschen und Streifen von Wildbrett auf der leeren rechten Spur eines verlassenen Superhighways zum Trocknen Auslegen eines Highways der sich acht Spuren breit 1000 Meilen weit in der August Hitze erstreckt das sei das Ziel des Projekts Chaos sagte Tyler die vollständige und sofortige Zerstörung der Zivilisation was beim Projekt Chaos als nächstes kommt weiß niemand außer Tyler die zweite Regel ist dass du keine Fragen stellst pass auf dass ihr keine Kugel abkriegt sagte Tyler im Ausschuss für Überfälle und nur damit ihr euch nicht lange den Kopf darüber zerbrecht ja ihr werdet jemanden umbringen müssen Brandstiftung Überfälle Unfug und Fehlinformationen keine Fragen keine Fragen keine Ausreden und Lügen die fünfte Regel des Projekts Chaos lautet du musst Tyler vertrauen mein Chef bringt mir ein neues Blatt Papier an den Schreibtisch und legt es neben meinen Ellbogen ich trage nicht einmal mehr eine Krawatte mein Chef hat seine blaue Krawatte um es muss also ein Donnerstag sein die Tür zum Büro meines Chefs ist jetzt immer geschlossen und wir haben höchstens noch zwei Worte am Tag gewechselt seit er die Fight Club Regeln im Kopierer gefunden hat und ich durchblicken ließ ich könnte ihn möglicherweise mit einer Ladung Blei durchlöchern jetzt arbeite ich wieder allein oder ich rufe vielleicht mal im Transportministerium an es gibt eine Vordersitzhalterung die nie die Aufpralltests durchlaufen hat bevor sie in Produktion ging wenn du weißt wo du nachschauen musst findest du überall Leichen im Keller morgen sage ich er sagt morgen an meinem ellbogen liegt ein weiteres nur für mich bestimmtes wichtiges geheimdokument das ich für Tyler abtippen und kopieren sollte vor einer Woche schritt Tyler die Maße des Kellers im Haus an der paper street ab er ist 65 schuhlängen lang und 40 schuhlängen breit Tyler dachte laut nach er fragte mich wie viel ist sechs mal sieben 42 und 42 mal drei 126 Tyler gab mir eine handgeschriebene liste mit notizen und sagte ich solle sie tippen und 72 kopien machen warum genauso viele weil sagte Tyler dass die anzahl der leute ist die im keller schlafen können wenn wir sie in dreistöckige bunker betten aus überschüssigen armee beständen legen und was ist mit ihrem zeug fragte ich Tyler sagte sie werden nur das mitbringen was auf der liste steht und das müsste alles unter eine matratze passen auf der liste die mein chef im kopiergerät findet das zählwerk steht noch auf 72 steht die mitnahme der erforderlichen gegenstände garantiert noch keine zulassung zum training aber kein bewerber wird berücksichtigt wenn er nicht mit den folgenden dingen und genau 500 dollar in bar für seine persönlichen beerdigungskosten ausgestattet ist es kostet mindestens 300 dollar eine mittellose leiche verbrennen zu lassen erzählt mir teiler und der preis stieg wenn jemand mit weniger als dieser summe stirbt geht seine leiche an ein autopsie seminar die lehrgangsteilnehmer müssen dieses geld immer im schuh tragen damit sie im todesfall keine belastung für das projekt chaos sind außerdem müssen zwei schwarze hosen ein paar schwere schwarze schuhe zwei paar schwarze socken und zwei paar ein farbige unterhosen ein schwerer schwarzer mantel darin inbegriffen ist die kleidung die der bewerber am leib trägt ein weißes handtuch eine feldbett matratze aus armee beständen eine weiße rührschüssel aus plastik mein chef steht immer noch an meinem schreibtisch ich nehme die originalliste und sage danke mein chef geht in sein büro und ich mache mich an die arbeit und spiele solitär auf meinem computer nach der arbeit gebe ich teiler die kopien die tage vergehen ich gehe zur arbeit ich komme nach hause und da steht ein kerl auf unserer veranda er steht an der vordertür das zweite schwarze hemd und die Hose hat er in einer der veranda abgelegt aus einem fenster im oberen stock spähen teiler und ich auf den burschen hinunter und teiler sagt ich soll ihn weg schicken er ist zu jung sagt teiler der kerl auf der veranda ist engelsgesicht den ich in der nacht in der teiler das projekt chaos erfand vernichten wollte selbst mit den zwei blauen augen und dem blonden bürstenschnitt erkennt man noch engelsgesicht steht einfach da mit den zähnen an der eingangstür blickt einfach stur gerade aus auf das absplitternde holz die hände an der seite und er trägt schwarze schuhe schwarzes hemd und schwarze hose sieh zu dass du ihn los wirst sagt teiler er ist zu jung ich frage wie jung zu jung ist das spielt keine Rolle sagt teiler wenn der bewerber jung auf diese weise sagt teiler haben buddhistische tempel vor ewigkeiten bewerber getestet du forderst den bewerber auf wieder weg zu gehen und wenn sein entschluss so stark ist dass er drei tage ohne nahrung ohne schutz oder ermutigung am eingang wartet dann und nur dann darf er eintreten und das training beginnen also sage ich engelsgesicht er sei zu jung aber zur Mittagszeit ist er immer noch da nach dem essen gehe ich hinaus schlage ihn mit einem besen und kicke seine tüte auf die straße hinaus vom oberen stockwerk aus beobachte teiler wie ich den jungen mit dem besen bearbeite der junge steht einfach nur da und dann trete ich sein zeug in den rindstein und schreie verschwinde schreie ich hast du nicht gehört du bist zu jung du wirst es nie schaffen schreie ich komm in ein paar jahren wieder und bewirb dich nochmal hau ab geh endlich von meiner veranda runter am nächsten tag ist der junge immer noch da und teiler geht hinaus und zieht die weiche tour ab teiler sagt es täte ihm leid dass er dem jungen vom training erzählt habe aber er sei wirklich noch zu jung und ob good cop und sagt es täte ihm leid aber es bleibe beim nein der junge müsse gehen teiler sagt er ruft die polizei wenn er nicht geht und der junge bleibt und seine kleidung liegt immer noch im rindstein der wind weht die zerrissene papiertüte davon und der junge bleibt am dritten tag ist ein zweiter bewerber an der tür engels gesicht ist immer noch da und teiler geht hinunter und sagt zu engels gesicht komm rein hol dein zeug von der straße und komm rein zu dem neuen sagt teiler es täte ihm leid aber es würde sich um ein irrtum handeln der neue sei zu alt um hier zu trainieren und ob er wieder gehen würde ich gehe jeden tag zur arbeit ich komme nach Hause und jeden Tag warten ein oder zwei Kerle auf der Veranda die neuen schauen sich untereinander nicht an ich schließe die tür und lasse sie auf der Veranda stehen eine zeit lang ist es jeden tag das gleiche manchmal gehen die bewerber wieder aber meistens halten sie bis zum dritten tag aus bis die mehrzahl der 72 etagen betten die teiler und ich gekauft und im Keller aufgestellt haben belegt sind eines tages gibt mir teiler 500 dollar in bar und sagt ich soll sie ständig in meinem schuh tragen mein beerdigungsgeld noch so eine sache aus den alten buddhisten klöstern wenn ich jetzt von der arbeit nach hause komme ist das haus voller fremder die teiler aufgenommen hat alle arbeiten der ganze erste stock verwandelt sich in eine küche und eine seifen fabrik das badezimmer mastiktüten voll dünnem wässrigem fett zurück eines abends kommt teiler nach oben als ich mich gerade in meinem zimmer verkrieche und sagt störe sie nicht sie wissen alle was sie zu tun haben es gehört zum projekt chaos keiner von den jungs versteht den ganzen plan aber jeder einzelne ist darauf trainiert eine einfache aufgabe perfekt zu erfüllen du musst teiler vertrauen so ist die manche gruppen des projekts chaos lassen den ganzen tag fett aus ich schlafe nicht die ganze nacht höre ich wie andere gruppen die lauge mischen die seifenstücke schneiden und auf backfolie hart werden lassen dann wickeln sie jedes stück seife in seidenpapier und versiegeln es mit dem etikett der paper street soap company alle außer mir scheinen zu wissen was zu tun ist und Tyler ist nie zu hause ich gehe die wände hoch ich bin eine maus gefangen in diesem uhrwerk aus schweigenden männern mit der energie von dressierten affen die in gruppen kochen arbeiten und schlafen einen hebel betätigen auf einen knopf drücken eine gruppe weltraumaffen bereitet den ganzen tag über mahlzeiten zu und den ganzen tag essen gruppen von weltraum affen aus den plastik schüsseln die sie mitgebracht haben als ich eines morgens zur arbeit aufbreche steht big bob auf der veranda er trägt schwarze schuhe schwarzes hemd und schwarze hose ich frage ob er tyler kürzlich gesehen hat ob tyler ihn hergeschickt hat die erste regel im projekt chaos sagt big bob die hacken zusammengeschlagen und den rücken stock steif heißt du stellst keine fragen über das projekt chaos welche hirnlose kleine ehre ihm tyler denn zugedacht habe frage ich es gibt jungs deren aufgabe ist es den ganzen tag nur reis zu kochen oder ess schüsseln auszuwaschen oder das scheißhaus zu säubern den ganzen tag hat tyler big bob die big bob sagt nichts ich gehe zur arbeit ich komme nach hause und big bob steht immer noch auf der veranda ich schlafe die ganze nacht nicht und am nächsten morgen ist big bob draußen bei der garten arbeit bevor ich zur arbeit gehe frage ich big bob wer ihn hereingelassen hat wer hat ihm seine aufgabe angewiesen hat er teiler getroffen war teiler letzte nacht hier big bob sagt die erste regel beim projekt chaos heißt ich schneide ihm das wort ab ja sage ich ja 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 und während ich in der arbeit bin graben gruppen von weltraum affen den morastigen rasen rund um das haus um und vermengen die erde mit epsom salz um den säuregehalt zu verringern sie streuen rinderdung aus den vierhöfen und tüten mit abgeschnittenen haaren aus friseurläden darunter um maulwürfe und mäuse abzuwehren und den proteingehalt im boden zu erhöhen zu jeder nachtstunde kommen weltraum affen von irgendeinem schlachthof zurück mit blutmehl um den eisengehalt im boden zu erhöhen und mit knochenmehl um den phosphorgehalt zu erhöhen gruppen von weltraum affen pflanzen basilikum thymian und salat haselnuss eukalyptus falschen jasmin und minze in einem kaleidoskopisch verschlungenen muster eine fenster rosette in allen schattierungen von grün andere gruppen gehen nachts hinaus und bringen im kerzenlicht die schnecken um und wieder eine andere gruppe weltraum affen pflückt nur die ausgesuchtesten blätter und wacholder beeren um einen natürlichen farbstoff daraus zu gewinnen schwarzwurz weil es ein natürliches desinfektionsmittel ist feilchenblätter weil sie kopfschmerzen heilen und waldmeister weil er der seife den geruch von frisch gemähtem gras verleiht in der küche stehen flaschen mit 80 prozentigem vodka für die durchsichtige rosengeranien und brauner zuckerseife und für die patchouli seife ich klaue mir eine flasche vodka und gebe mein begräbnis geld für zigaretten aus maler kommt wir reden über die pflanzen maler und ich spazieren auf gehackten kieswegen durch das grüne kaleidoskop muster des gartens und trinken und rauchen wir reden über ihre brüste wir reden über alles mögliche nur nicht über tyler durden und eines tages steht in der zeitung wie eine gruppe männer in schwarz durch ein besseres viertel und eine autohandlung für luxuswagen gestürmt ist und mit Baseballschlägern an die vorderen stoßstangen von autos gehauen hat sodass die airbags im wageninneren in einem pudrigen durcheinander explodierten und die alarmanlagen schrillten in der paper street soap company zupften andere gruppen die blütenblätter von rosen anemonen und lavendel und packten sie zusammen mit einem riegel reinem talg der ihren duft aufnehmen wird in schachteln um seife mit blütenduft herzustellen marler erzählte mir von den pflanzen die rose sagt marler ist ein natürliches astringenz einige der pflanzen haben toten namen iris basilikum gartenraute rosmarin und verbenien andere wie mäde süß und himmels schlüssel kaimus und traubige aralie sind wie die namen von shakespearschen elfen falsche vanille mit ihrem suesslichen vanille geruch zaubernuss ein weiteres natürliches astringenz feilchenwurzel die wilde spanische iris marler und ich gehen jede nacht im garten spazieren bis ich sicher bin dass tyler in dieser nacht nicht nach hause kommt hinter uns trabt immer ein weltraum affe her und hebt die knäuel melisse gartenraute oder minze auf die marler unter meiner nase zerdrückt eine weggeworfene zigaretten kippe der weltraum affe hakt den pfad hinter uns um alle spuren unserer anwesenheit zu beseitigen und eines nachts goss eine andere gruppe von männern in einem kleinen park im oberen teil der stadt benzin um alle bäume und von einem baum zum anderen und legte einen tadellosen kleinen waldbrand in der Zeitung stand dass die fenster von stadthäusern auf der gegenüberliegenden straßenseite durch das feuer schmolzen und geparkte autos furzten und sich auf platt geschmolzenen reifen niederließen tylers haus an der paper street ist ein lebendiges gebilde und es ist innen feucht vom schweiß und atem so vieler menschen in dem haus bewegen sich so viele menschen dass sich das ganze haus bewegt in einer weiteren nacht in der tyler nicht nach hause kam bohrte jemand bankautomaten und münztelefone an schraubte schmiernippel in die löcher und pumpte mit einer schmierpresse achsenfett oder vanillepudding in die automaten und tyler war nie zu hause aber nach einem monat hatten einige von den weltraumaffen tylers kuss in den handrücken gebrannt dann waren diese weltraumaffen ebenfalls verschwunden und neue standen auf der veranda um sie zu ersetzen und jeden tag gingen und kamen die gruppen in anderen autos nie sah man denselben wagen zweimal eines abends hörte ich wie marler vorn auf der veranda zu einem weltraumaffen sagt ich bin hier um tyler zu besuchen tyler durden er wohnt hier ich bin seine freundin der weltraumaffe sagt es tut mir leid aber sie sind zu erhält inne zu jung um hier zu trainieren marler sagt fick dich ins knie abgesehen davon sagt der weltraumaffe haben sie die erforderliche ausrüstung nicht mitgebracht zwei schwarze hemden zwei schwarze hosen marler brüllt tyler ein paar schwere schwarze schuhe tyler zwei paar schwarze socken und zwei paar glatte unterhosen tyler und ich höre wie die haustür zugeknallt wird marler wartet nicht die drei tage wenn ich nach der arbeit nach hause komme mache ich mir meistens ein sandwich mit erdnuss butter wenn ich nach hause komme liest ein weltraumaffe seinen versammelten kollegen vor die über den ganzen ersten stock verteilt sitzen du bist nicht eine wunderschöne und einzigartige schneeflocke du bist aus dem selben verwesenden organischen stoff wie alle anderen wir sind alle teil desselben komposthaufens der weltraumaffe fährt fort unsere kultur hat uns alle gleich gemacht niemand ist mehr wirklich weiß oder schwarz oder reich wir wollen alle dasselbe als Individuen sind wir nichts der vorlesende unterbricht als ich hereinkomme um ein Sandwich zu machen und alle Weltraumaffen sitzen so still als wäre ich allein lasst euch nicht stören sage ich ich habe es schon gelesen ich habe es getippt sogar mein chef hat es wahrscheinlich gelesen wir wir sind wir sind alle nur ein großer scheißhaufen sage ich macht weiter spielt euer kleines spiel kümmert euch nicht um mich die Weltraumaffen schweigend bis ich mein Sandwich gemacht und mir noch eine Flasche Wodka genommen habe und nach oben gegangen bin hinter mir höre ich du bist keine wunderschöne und einzigartige Schneeflocke ich bin Joes gebrochenes Herz weil Tyler mich sitzen lassen hat weil mein Vater mich sitzen lassen hat ach ich könnte ewig sofort fahren an manchen abenden gehe ich nach der Arbeit zu einem anderen Fight Club im Keller einer Bar oder einer Garage und frage ob jemand Tyler Dörden gesehen hat in jedem neuen Fight Club steht jemand den ich noch nie gesehen habe von Männern umringt unter dem einzigen Licht inmitten der Dunkelheit und liest Tylers Worte vor Regel Nummer eins beim Fight Club lautet man redet nicht darüber wenn die Kämpfe beginnen nehme ich den Leiter zur Seite und frage ihn ob er Tyler gesehen hat ich wohne bei Tyler sage ich und er war seit einiger Zeit nicht mehr zu Hause der Typ kriegt große Augen und fragt ob ich tatsächlich Tyler Dörden kenne so ist es in den meisten der neuen Fight Clubs ja sage ich Tyler und ich sind gute Kumpel dann wollen sie mir plötzlich alle die Hand schütteln die neuen starren auf das Arschloch in meiner Wange und auf die schwarze Haut in meinem Gesicht die an den Rändern gelb und grün ist und sie sagen Sir zu mir nein Sir wohl kaum Sir niemand den sie kennen ist Tyler Dörden je begegnet Freunde von Freunden haben Tyler Dörden kennengelernt und sie haben diese Ortsgruppe des Fight Clubs gegründet Sir dann blinzeln sie mir zu niemand den sie kennen hat Tyler Dörden je gesehen Sir stimmt es fragen alle baut Tyler Dörden eine Armee auf man erzählt es sich schläft Tyler Dörden wirklich nur eine Stunde pro Nacht dem Gerücht zufolge ist Tyler unterwegs und gründet überall im Land Fight Clubs was kommt als nächstes wollen alle Projekts Chaos sind in größere Keller verlegt worden weil alle Ausschüsse Brandstiftung Überfälle Unfug und Desinformation größer werden je mehr Leute aus dem Fight Club in das Projekt aufsteigen jeder Ausschuss hat einen Leiter und nicht einmal die Leiter wissen worauf Tyler hinaus will Tyler ruft sie jede Woche an alle beim Projekt Chaos wollen wissen was als nächstes kommt wo steuern wir hin worauf können wir uns durch den Garten und mit jedem Schritt wirbeln wir den Duft von Salbei Zitronen Verbenen und Rosen Geranien auf schwarze Hemden und schwarze Hosen kauern ringsum mit Kerzen in der Hand und heben die Blätter von Pflanzen an um Schnecken zu töten was geht hier vor fragt Marla Haarbüschel kommen zwischen den Erdplumpen zum Vorschein Haare und Scheiße Knochenmehl und Blutmehl Die Pflanzen wachsen schneller als die Weltraum Affen sie zurückschneiden können Marla fragt Was wirst du tun Wie heißt die Losung In der Erde glänzt etwas golden und ich knie mich nieder um nachzusehen Ich weiß nicht was als nächstes passieren wird sage ich zu Marla Sieht aus als hätte man uns beide sitzen lassen Aus den Augen Winkeln sehe ich die Weltraum Affen in Schwarz herum laufen Der kleine goldene Punkt in der Erde ist ein Backenzahn mit Gold Füllung gleich daneben ragen zwei weitere Backenzähne mit silbriger Amalgam Füllung aus dem Boden Es ist ein Kiefer Nein sage ich ich kann nicht sagen was als nächstes passieren wird und ich drücke die eins zwei drei Backenzähne in die Erde und das Haar die Scheiße und die Gesicht und den verschränkten Armen auf der Schreibtisch Platte Aufwache läutet das Telefon und alle anderen sind schon weg In meinem Traum hat ein Telefon geläutet und es ist nicht klar ob die Wirklichkeit in meinen Traum gerutscht oder mein Traum in die Wirklichkeit hinüber geglitten ist Ich nehme ab Bewilligung und Haftung Das ist meine Abteilung Bewilligung und Haftung Die Sonne geht gerade unter und Sturm Wolken die sich zur Größe von Wyoming und Japan Türmen sind auf dem Weg zu uns Es ist nicht so dass ich an meinem Arbeitsplatz ein Fenster hätte Die Außenwände bestehen vom Boden bis zur Decke aus Glas Überall sind vertikale Jalousien Überall ist grauer Industrie Velour gesprenkelt mit kleinen Grab Monumenten wo die PCs ins Netz gestöpselt werden Alles ist ein Labyrinth aus abgeteilten Räumen die mit Wänden aus gepolstertem Sperrholz umgrenzt sind Irgendwo brummt ein Staubsauger Mein Chef ist im Urlaub Er hat mir eine E-Mail geschickt und ist verschwunden Ich soll mich auf eine formale Beurteilung in zwei Wochen vorbereiten einen Besprechungsraum reservieren meine sieben Sachen zusammen haben meinen Lebenslauf auf den neuesten Stand bringen solche Dinge eben sie wollen mir etwas anhängen Ich bin Joes völliger Mangel an Erstaunen Ich habe mich erbärmlich benommen Ich nehme das Telefon ab und es ist Tyler der sagt geh nach draußen auf dem Parkplatz warten ein paar Jungs auf dich Ich frage wer sie sind sie warten sagt Tyler Ich rieche Benzin an meinen Händen Tyler sagt mach dich auf den Weg sie haben einen Wagen draußen einen Cadillac Ich schlafe immer noch Ich bin mir nicht sicher ob ich Tyler träume oder ob Tyler mich träumt Ich schnüffle an dem Benzin an meinen Händen Sonst ist niemand da und ich stehe auf und gehe auf den Parkplatz hinaus Einer von den Kerlen im Fight Club repariert Autos und so parkt er in dem schwarzen Kornisch von irgendjemandem alles an ihm ist schwarz und golden ein riesiges Tigaretten Etui das darauf wartet mich irgendwo hinzubringen Dieser Mechaniker der aus dem Wagen steigt sagt ich soll mir keine Sorgen machen er hat den Nummernschilder mit einem anderen Wagen auf dem Langzeit Parkplatz am Flughafen vertauscht Unser Mechaniker sagt er kann alles starten Zwei Drähte winden sich aus der Lenkrats Säule Wenn du die Drähte in Berührung bringst schließt du den Stromkreis für die Zylinderspule im Starter und du hast ein Auto für eine kleine Spritztour Entweder das oder du knackst den Schlüsselcode in einer Autohandlung Drei Weltraumaffen sitzen mit ihren schwarzen Hemden und Hosen auf dem Rücksitz Nichts Böses sehen Nichts Böses Hören Nichts Böses Reden Und wo ist Tyler frage ich Der Mechaniker aus dem Fight Club hält die Tür des Cadillac wie ein Chauffeur für mich auf Der Mechaniker ist groß und aus lauter Knochen Seine Schultern erinnern an die Querstangen von Telefonmasten Werden wir Tyler treffen frage ich In der Mitte des Vordersitzes wartet eine Geburtstagstorte mit Kerzen auf mich Ich steige ein Wir fahren los Selbst noch eine Woche nach dem Fight Club hast du kein Problem damit die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten Du kackst vielleicht zwei Tage lang schwarze Scheiße innere Verletzung aber du bist so cool Andere Fahrzeuge überholen dich Autos scheren aus und ein Du kriegst den Stinkefinger von anderen Fahrern Völlig fremde Leute hassen dich Es ist absolut nichts Persönliches Nach dem Fight Club bist du so entspannt dass es dich einfach nichts angehen kann Du schaltest nicht einmal das Radio ein Vielleicht stechen deine Rippen bei jedem Atemzug wegen einer Haarriss Fraktur Die Autos hinter dir blenden auf Die Sonne geht unter Gold und Orange Farben Der Mechaniker ist da und fährt Die Geburtstagstorte steht auf dem Sitz zwischen uns Es ist verdammt beängstigend Typen wie unserem Mechaniker im Fight Club zuzusehen Knochige Typen wie er werden nie Schlaf Sie kämpfen bis sie Hackfleisch sind Weiße Jungs wie in Wachs getauchte Skelette schwarze Kerle wie getrocknetes Fleisch hängen diese Typen normalerweise beieinander so wie du sie dir bei den anonymen Drogensüchtigen vorstellen kannst Sie sagen nie Stopp Es ist als bestünden sie nur aus Energie diese Kerle die gerade von irgendwas runter kommen und sie zittern so heftig dass sie an den Rändern verschwimmen Als bliebe ihnen nur noch Diese Typen können nur gegeneinander kämpfen Niemand sonst klatscht sie für einen Kampf ab und sie können niemanden als einen anderen zuckenden Dürren der nur aus Knochen und Kampf besteht abklatschen weil sich keiner meldet um gegen sie zu kämpfen Die Zuschauer johlen nicht mal wenn Typen wie unser Mechaniker aufeinander losgehen Alles was man hört ist wie die Kämpfer durch die geschlossenen Zähne atmen wie Hände auf der Suche nach einem Griff aufklatschen das Pfeifen und den Aufschlag wenn Fäuste wieder und wieder im engen Klinsch auf hohle Rippen hämmern Man sieht Sehnen Muskeln und Adern unter der Haut dieser Kerle hervorschnellen ihre Haut glänzt schweißfeucht und gestreift unter dem einzigen Licht Zehn 15 Minuten vergehen die Kerle schwitzen und ihr Geruch erinnert an gebratene Hähnchen 20 Minuten Fight Club sind vorüber schließlich geht einer von den Kerlen zu Boden Nach einem Kampf bleiben zwei solche Typen auf Drogen Entwöhnung für den Rest der Nacht zusammen fix und fertig lächelnd weil sie so hart gekämpft haben Seit dem Fight Club hängt dieser Mechaniker dauernd im Haus in der Paper Street herum Mal will er dass ich mir das Lied anhöre zeigte mir ein Foto von irgendeinem Mädchen und fragte mich ob sie hübsch genug sei um sie zu heiraten der Typ sitzt auf dem Vordersitz des Cornish und sagt haben sie diese Torte gesehen die ich für sie gebacken habe die habe ich gebacken ich habe nicht Geburtstag er hat ein wenig Öl verloren sagt der Mechaniker aber ich habe das Öl und den Luftfilter gewechselt ich habe die Ventile und die Einstellung überprüft heute Abend soll es regnen deshalb habe ich die Wischerblätter ausgetauscht ich frage was Tyler vorhat der Mechaniker macht den Aschenbecher auf und drückt den Zigarettenanzünder ein er sagt ist das ein Test testen sie uns wo ist Tyler die erste Regel beim Fight Club lautet man redet nicht darüber sagt der Mechaniker und die letzte was kann er mir also sagen er sagt was sie verstehen müssen ist dass ihr Vater ihr Modell für Gott war hinter uns werden mein Job und mein Büro kleiner und kleiner bis sie verschwunden sind ich schnüffle an dem Benzin an meinen Händen der Mechaniker sagt wenn du weiß bist und christlich und in Amerika lebst ist dein Vater dein Modell für Gott und wenn du deinen Vater nie gekannt hast wenn sich dein Vater aus dem Staub macht oder stirbt oder nie zu Hause ist was glaubst du dann über Gott das alles sind Tyler Dördensche Dogmen auf Papierfetzen gekritzelt während ich schlief und mir zum Abtippen und Fotokopieren in die Arbeit mitgegeben ich habe es alles gelesen selbst mein Chef hat wahrscheinlich alles gelesen und schließlich führt alles dazu sagt der Mechaniker dass du dein ganzes Leben lang einen Vater und Gott suchst was man berücksichtigen muss sagt er ist die Möglichkeit dass Gott dich nicht mag könnte sein dass Gott uns hasst das ist nicht das schlechteste was passieren kann nach Teilers Ansicht war es besser Gottes Aufmerksamkeit zu erhalten weil man schlecht war als überhaupt keine Aufmerksamkeit zu erhalten vielleicht ist Gottes Hass besser als seine Gleichgültigkeit wenn du entweder Gottes schlimmster Feind oder ein Nichts sein könntest wofür würdest du dich entscheiden nach Tyler Dörden sind wir Gottes mittlere Kinder ohne einen besonderen Platz in der Geschichte und ohne besondere Aufmerksamkeit wenn wir Gottes Aufmerksamkeit nicht gewinnen gibt es keine Hoffnung auf Verdammnis oder Erlösung für uns was ist schlimmer die Hölle oder das Nichts nur wenn wir erwischt und bestraft werden können wir gerettet werden zünd den Louvre an sagt der Mechaniker und wisch dir den Arsch mit der Mona Lisa ab auf diese Weise kennt Gott wenigstens unseren Namen je tiefer du fällst desto höher wirst du fliegen je weiter du fließt desto mehr will Gott dich zurück haben wenn der verlorene Sohn nie Es reicht nicht bei den Sandkörnern am Strand und den Sternen am Himmel mitgezählt zu werden Der Mechaniker fädelt den schwarzen Kornisch in die alte Umgehungsstraße ohne Überholspur ein und bereits jetzt hat sich eine Lkw-Schlange hinter uns gebildet weil wir nur mit der erlaubten Geschwindigkeit fahren Der Kornisch wird von den Scheinwerfern hinter uns durchflutet und wir achten nicht darauf Wir reden und spiegeln uns auf der Windschutzscheibe wieder Wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung so schnell wie es das Gesetz erlaubt Gesetz ist Gesetz würde Tyler sagen Zu schnell fahren war das gleiche wie ein Feuer zu legen das gleiche wie eine Bombe zu legen das gleiche wie einen Menschen zu erschießen Ein Verbrecher ist ein Verbrecher ist ein Verbrecher Letzte Woche hätten wir vier weitere Fightclubs voll machen können sagt der Mechaniker vielleicht kann Big Bob die nächste Ortsgruppe übernehmen wenn wir eine Bar finden Nächste Woche wird er deshalb mit Big Bob die Regeln durchsprechen und ihm einen eigenen Fightclub geben Wenn von nun an ein Leiter einen neuen Fightclub aufmacht wenn alle um das Licht in der Mitte des Kellers herumstehen und warten soll der Leiter im Dunkeln außen um die Menge herum gehen Ich frage wer sich die neuen Regeln ausgedacht hat Tyler Der Mechaniker lächelt und sagt Sie wissen wer sich die Regeln ausdenkt Bei der neuen Regel geht es darum dass niemand der Mittelpunkt des Fightclubs sein soll sagt er Niemand ist der Mittelpunkt außer den beiden Männern die kämpfen Die Stimme des Leiters wird während er langsam um die Versammlung herum geht in die Dunkelheit hinausschreien Die Männer werden andere Männer auf der gegenüberliegenden Seite der leeren Raummitte ansehen So wird es in allen Fightclubs sein Eine Bar oder eine Garage zu finden die einen neuen Fightclub aufnimmt ist nicht schwierig Die erste Bar in der sich der ursprüngliche Fightclub noch immer trifft bringt die monatliche Pacht an nur einem Samstagabend mit dem Fightclub herein Eine weitere neue Fightclub Regel nach Aussage des Mechanikers ist dass der Fightclub immer umsonst sein wird Es wird nie etwas kosten mit zu machen Der Mechaniker schreit aus dem Fahrerfenster in den Gegenverkehr und den Nachtwind der an der Wagenseite entlang strömt Wir wollen dich nicht dein Geld Der Mechaniker schreit aus dem Fenster Solange du im Fightclub bist weißt du nicht wie viel Geld du auf der Bank hast Du bist nicht dein Job Du bist nicht deine Familie und du bist nicht der als den du dich bezeichnest Der Mechaniker schreit in den Wind Du bist nicht dein Name Ein Weltraumaffe auf dem Rücksitz greift es auf Du bist nicht deine Probleme Der Mechaniker schreit Du bist nicht deine Probleme Ein Weltraumaffe ruft Du bist nicht dein Alter Der Mechaniker schreit Du bist nicht dein Alter In diesem Augenblick reißt der Mechaniker den Wagen auf die Gegenfahrbahn lässig wie ein kurzer Haken und Scheinwerfer Licht flutet durch die Windschutzscheibe Ein Auto und dann ein zweites kommt mit schrillem Hupen frontal auf uns zu und der Mechaniker weicht gerade rechtzeitig aus um sie zu verfehlen Scheinwerfer kommen auf uns zu sie werden größer und größer Hupen tönen schrill und der Mechaniker reckt den Hals in das gleißende Licht und das getöse und schreit Du bist nicht deine Hoffnungen Niemand greift den Schrei auf Diesmal weicht das entgegenkommende Auto rechtzeitig aus um uns zu retten Das nächste Auto kommt heran die Scheinwerfer blenden auf und ab auf und ab Die Hupe plärrt und der Mechaniker schreit Du wirst nicht gerettet werden Der Mechaniker weicht nicht aus aber das entgegenkommende Auto weicht aus Noch ein Wagen und der Mechaniker schreit Eines Tages sterben wir alle Diesmal weicht das entgegenkommende Auto aus aber der Mechaniker schwenkt in dessen Spur zurück Das Auto weicht wieder aus und der Mechaniker geht erneut auf Frontalkurs In diesem Augenblick schrumpfst du zu einem Nichts Nichts spielt in diesem Moment eine Rolle Schau hinauf zu den Sternen und du bist weg Nicht dein Gepäck Nichts ist wichtig Nicht ein schlechter Atem Hinter den Fenstern ist dunkel und die Hupen plärren ringsum Die Scheinwerfer blenden auf und ab in dein Gesicht und du musst nie wieder zur Arbeit gehen Du musst dir nie mehr die Haare schneiden lassen Schnell sagt der Mechaniker Das Auto weicht wieder aus und der Mechaniker schwenkt in dessen Spur zurück Was sagt er Hättet ihr vor eurem Tod gerne noch getan Während das entgegenkommende Auto hupt ist der Mechaniker so lässig dass er sogar weg schaut und mich auf dem Beifahrersitz ansieht und er sagt Zehn Sekunden bis zum Zusammenprall Neun Acht Sieben Sechs Mein Job sage ich Ich wünschte ich hätte meinen Job aufgegeben Das Schrillen der Hupe rauscht vorbei als das Auto ausweicht und der Mechaniker das Steuer nicht herumreißt um es zu treffen Weitere Lichter kommen unmittelbar auf uns zu und der Mechaniker dreht sich zu den drei Affen auf dem Rücksitz um Hey Weltraumaffen sagt er ihr seht wie das Spiel geht rückt schon raus damit oder wir sind alle tot Ein Wagen überholt uns rechts auf einem Aufkleber steht Ich fahre besser wenn ich betrunken bin In der Zeitung war zu lesen dass tausende von diesen Aufklebern eines Morgens einfach an Autos auftauchten Auf anderen Aufklebern stehen Einsätze wie Betrunkene Fahrer gegen Mütter Recycling für Tiere Als ich die Zeitung las wusste ich dass der Ausschuss für Desinformation dahinter steckte oder der Ausschuss für Unfug Neben mir sagt unser sauberer und nüchterner Fight Club Mechaniker Ja die Aufkleber gehören zum Projekt Chaos Die drei Weltraumaffen auf dem Rücksitz sind still Der Ausschuss für Unfug druckt Sitzbroschüren für Fluglinien in denen Passagiere um Sauerstoffmasken raufen während ihr Düsenflugzeug mit 1000 Meilen in der Stunde brennend auf die felsige Erde zurast Die Ausschüsse für Unfug und Desinformation wetteifern darum einen Computervirus zu entwickeln der Bankautomaten so krank macht dass sie massenhaft 10 und 20 Dollar Scheine ausspucken Der Zigarettenanzünder im Armaturenbrett springt glühend heraus und der Mechaniker sagt ich soll die Kerzen auf der Geburtstagstorte anzünden Ich zünde die Kerzen an und die Torte schimmert unter einem kleinen Feuerring Was hättet ihr gerne noch getan bevor ihr sterbt fragt der Mechaniker und schwenkt in die Spur eines entgegenkommenden Lastwagens Der Lastwagenfahrer drückt die Außenhupe und lässt einen langen Signalton nach dem anderen ertönen während die Scheinwerfer des Lastwagens wie ein Sonnenaufgang heller und heller Sagt eure Wünsche schnell sagt er in den Rückspiegel zu den drei Weltraum Affen auf dem Rücksitz Wir haben noch fünf Sekunden bevor wir der Vergessenheit angehören Eins sagt er Zwei Vor uns ist alles Lastwagen blendend hell und dröhnend laut Drei Ein Pferdreiten kommt es vom Rücksitz Ein Haus bauen kommt eine zweite Stimme Eine Tätowierung machen lassen Der Mechaniker sagt Glaubt an mich und ihr werdet Der Lastwagen weicht aus und der Mechaniker weicht aus aber das Hinterteil unseres Corniche schlingert gegen das Ende der vorderen Stoßstange des Lastwagens Nicht dass mir das in diesem Augenblick bewusst ist Ich sehe nur die Lichte die Scheinwerfer des Lastwagens in die Dunkelheit blinken und ich werde zunächst gegen die Beifahrertür und dann auf die Geburtstagstorte und den Mechaniker hinter dem Lenkrad geschleudert Der Mechaniker klammert sich über das Lenkrad um es gerade zu halten und die Geburtstagskerzen erlöschen Eine vollkommene Sekunde lang gibt es kein Licht in dem warmen schwarzen leder gepolsterten Auto und unsere Schreie treffen alle den gleichen tiefen Ton den gleichen tiefen Klagelaut der Lastwagen Hupe und wir haben keine Kontrolle mehr keine Wahl keine Richtung und keine Möglichkeit zu entrinnen und wir sind tot Es ist in diesem Augenblick mein Wunsch zu sterben Ich bin nichts in dieser Welt verglichen mit Tyler Ich bin hilflos Ich bin dumm und alles was ich tue ist Dinge zu wollen und zu brauchen Mein winziges Leben Mein kleiner Scheißjob Meine schwedischen Möbel Ich habe es noch keinem Menschen erzählt Aber bevor ich Tyler kennenlernte hatte ich vor mir einen Hund zu kaufen und ihn Gefolge zu nennen So weit kann es mit einem kommen Töte mich Ich packe das Lenkrad und kurble uns in den Verkehr zurück Jetzt Auf Räumung der Seele vorbereiten Jetzt Der Mechaniker reißt das Lenkrad Richtung Straßengraben und ich kämpfe darum verdammt noch mal zu sterben Jetzt Das unglaubliche Wunder des Todes wenn du in der einen Sekunde noch auf Erden wandelst und in der nächsten bist du ein lebloses Objekt Ich bin nichts und nicht einmal das kalt unsichtbar Ich rieche Leder Mein Sicherheitsgurt ist wie eine Zwangsjacke um mich gewickelt und als ich versuche mich aufzusetzen stoße ich mit dem Kopf an das Lenkrad was heftiger wehtut als es sollte Mein Kopf ruht im Schoß des Mechanikers und als ich hinaufschaue sehe ich das Gesicht des Mechanikers hoch über mir Er lächelt und fährt und ich sehe Sterne durch das Fenster auf der Fahrer Seite Meine Hände und mein Gesicht sind von irgendetwas klebrig Blut Buttercreme Glasur Der Mechaniker blickt zu mir herunter Happy Birthday Ich rieche Rauch und erinnere mich an die Geburtstagstorte Nur die Nachtluft und der Geruch von Rauch die Sterne und der Mechaniker der Lächelnd fährt meinen Kopf in seinem Schoß Plötzlich habe ich nicht mehr das Verlangen mich aufzusetzen Wo ist die Torte Der Mechaniker sagt Auf den Boden Nur die Nachtluft und der Geruch nach Rauch wird stärker Ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen? Hoch über mir sehe ich die Umrisse des lächelnden Gesichts vor den Sternen im Fenster Die Geburtstagskerzen sagt er sind von der Sorte die nie ausgeht Im Licht der Sterne passen sich meine Augen so weit an dass ich den Rauch von kleinen Feuern überall im Teppich aufsteigen sehe Der Mechaniker aus dem Fight Club steht auf dem Gas und wütet auf seine ruhige Art hinter dem Lenkrad und wir haben heute Abend noch etwas Wichtiges zu erledigen Eine Sache die ich vor dem Ende der Zivilisation noch lernen muss ist wie ich anhand der Sterne meine Richtung bestimme alles ist so ruhig als würden wir im Cadillac durch den Weltraum fahren wir müssen den Freeway verlassen haben die drei Jungs auf dem Rücksitz sind ohnmächtig oder schlafen sie waren dem Leben nahe sagt der Mechaniker er löst eine Hand vom Lenkrad und befühlt die lang gestreckte Beule auf meiner Stirn wo ich gegen das Lenkrad geprallt bin meine Stirn schwillt so stark an dass ich die Augen nicht mehr öffnen kann und der Mechaniker streicht mit seiner kühlen Fingerspitze über die ganze Länge der Schwellung Der Corniche fährt in ein Schlagloch und der Schmerz scheint über meine Augen vorzuspringen wie der Schirm einer Mütze Unser verbogenes Hinterteil klappert und die Stoßstange klafft und knarrt in der Stille unserer schnellen Fahrt über die nächtliche Straße Der Mechaniker sagt dass die hintere Stoßstange des Corniche nur noch an den Bändern hängt dass sie fast heruntergerissen worden wäre als sie an der vorderen Stoßstange des Lastwagens hängen blieb Ich frage ob der heutige Abend zu seiner Hausaufgabe für das Projekt Chaos gehört Er gehört dazu sagt er Ich musste vier Menschenopfer bringen und ich muss Der Mechaniker fängt an zu reden und es ist Tyler Dörden in Rheinkultur Ich sehe die stärksten und klügsten Menschen die je gelebt haben sagt er und sein Gesicht hebt sich vor den Sternen im Fahrerfenster ab und diese Menschen zapfen Benzin oder servieren Essen Seine steile Stirn seine Braue die Schräge seiner Nase seine Wimpern und die Linie seiner Augen das plastische Profil seines Mundes das alles hebt sich schwarz vor dem Sternenhimmel ab wenn wir diese Menschen in Ausbildungslager stecken und ihre Erziehung vollenden könnten Eine Pistole macht nichts weiter als eine Explosion in eine Richtung zu lenken Wir haben eine Klasse von starken jungen Männern und Frauen und sie wollen ihr Leben für etwas hingeben Die Werbung lässt diese Menschen nach Autos und Kleidern jagen die sie nicht brauchen Ganze Generationen haben bis heute in Jobs gearbeitet die sie hassen nur damit sie kaufen können was sie gar nicht wirklich brauchen Wir haben in unserer Generation keinen Krieg oder eine große Depression Was wir aber haben ist ein großer Krieg des Geistes Wir haben eine große Revolution gegen die Kultur Die große diesen Männern und Frauen die Freiheit zeigen indem wir sie versklaven und ihnen Mut vor Augen führen indem wir ihnen Angst machen Napoleon hat damit geprahlt er könne Männer darauf dressieren ihr Leben für einen fetzen Ordensband zu opfern Stellt euch vor wir rufen einen Streik aus und alle Leute verweigern die Arbeit bis wir den Reichtum der Welt neu verteilt haben Stellt euch vor in den feuchten Wäldern der Schluchten rund um die Ruinen des Rockefeller Center Elche zu jagen was sie über ihren Job gesagt haben sagt der Mechaniker haben sie das ernst gemeint ja ich habe es so gemeint deshalb sind wir heute Nacht unterwegs sagte er wir sind eine Jagdgesellschaft und wir jagen nach Fett wir fahren zur Sondermüll Kippe für Arzneimittel wir fahren zur Verbrennungsanlage und Wundverbänden zwischen Tumoren von zehnjährigen intravenösen Schläuchen und weggeworfenen Nadeln schauriges Zeug wirklich schauriges Zeug zwischen den Blutproben und amputierten Leckerbissen werden wir mehr Geld finden als wir in einer Nacht wegschaffen können selbst wenn wir einen Kipper fahren würden wir werden genug Geld finden um den Kornisch bis zum Achsenanschlag zu beladen Fett sagt der Mechaniker abgesaugtes Fett aus den reichsten Schenkeln Amerikas den reichsten fettesten Schenkeln der Welt unser Ziel sind die großen roten Tüten mit abgesaugtem Fett das wir in die Paper Street schaffen auslassen und mit Lauge und Rosmarin mischen werden um es dann wieder genau den Leuten zu verkaufen die dafür bezahlt haben es sich absaugen zu lassen bei 20 Dollar das Stück sind das die einzigen Leute die es sich leisten können das üppigste cremigste Fett in der Welt das Fett des Landes sagt er das gibt der Sache heute Abend einen Hauch von Robin Hood die kleinen Wachsfeuer zischen im Teppich und wenn wir schon hier sind sagt er sollen wir auch noch nach diesen Hepatitis Viren Ausschau halten die Tränen flossen jetzt aber reichlich und ein dicker Streifen wälzte sich am Lauf der Pistole entlang und auf den Ring um den Abzug hinunter um an meinem Zeigefinger zu zerplatzen Raymond Hessel schloss beide Augen und so drückte ich die Pistole hart an seine Schläfe damit er für immer spüren würde wie sie genau an dieser Stelle drückte und ich war neben billig gewesen und ich fragte mich ob das Salz sie vielleicht ruinieren konnte alles war so leicht gegangen wunderte ich mich ich hatte alles getan was der Mechaniker gesagt hatte das hier war der Grund dafür gewesen warum wir eine Pistole kaufen mussten das hier war meine Hausaufgabe jeder von uns musste Tyler zwölf Führerscheine bringen als Beweis dafür dass jeder von uns zwölf Menschenopfer gebracht hatte ich parkte heute Abend und wartete einen Block weiter bis Raymond Hassel seine Schicht in dem 24 Stunden Supermarkt beendet hatte und gegen Mitternacht wartete er auf einen Lumpensammlerbus als ich schließlich auf ihn zuging und guten Tag sagte Raymond Hassel Raymond sagte nichts wahrscheinlich dachte er dass ich auf sein Geld aus war seinen Mindestlohn die 14 Dollar in seiner Brieftasche ach Raymond Hassel mit Deinen 23 Jahren als du zu weinen anfingst als die Tränen am Lauf meiner Pistole hinunter liefen die ich an deiner Schläfe gedrückt hatte nein da ging es nicht um Geld nicht alles dreht sich um Geld du sagtest nicht einmal guten Tag du bist nicht deine armselige kleine Brieftasche angenehme Nacht heute sagte ich kalt und klar du sagtest nicht einmal guten Tag ich sagte lauf nicht davon sonst muss ich dir in den Rücken schießen ich hatte die Pistole rausgeholt und ich trug einen Gummihandschuh damit für den Fall dass die Pistole einmal Beweisstück A sein würde nichts anderes auf ihr zu sehen wäre als die getrockneten Tränen von Raymond Hassel weißer europäischer Abstammung 23 Jahre keine besonderen Kennzeichen da war mir deine Aufmerksamkeit sicher deine Augen wurden so groß dass ich selbst im Licht der Straßenlampen sehen konnte dass sie Frostschutz mittelgrün waren du hast einen Satz nach hinten gemacht immer noch ein Stückchen weiter wenn die Pistole dein Gesicht berührte als wäre der Lauf zu heiß oder zu kalt bis ich sagte weich nicht zurück und du hast dich von der Pistole berühren lassen aber auch dann hast du noch den Kopf nach oben und vom Lauf weggedreht du gabst mir deine Brieftasche wie ich es verlangte der Name in deinem Führerschein war Raymond K. Hassel du wohnst in 1320 S. Benning Apartment A das musste eine Kellerwohnung sein Kellerwohnungen geben sie normalerweise Buchstaben statt Nummern Raymond K. nach oben und von der Pistole weg und du sagtest ja du wohnst im Keller du hattest auch ein paar Fotos in deiner Brieftasche da war deine Mutter das war hart für dich du musstest die Augen öffnen und das Bild ansehen auf dem Mom und Dad lächeln und gleichzeitig musstest du die Pistole ansehen aber du hast es getan und dann hast du die Augen geschlossen und nur noch ein Objekt und Mom und Dad würden den alten Doktor Sohn so aufsuchen und sich die zahnmedizinischen Aufzeichnungen geben lassen müssen denn von deinem Gesicht würde nicht mehr viel übrig sein und Mom und Dad sie hatten immer so große Erwartungen in dich gesetzt nein das Leben war nicht fair und jetzt das 14 Dollar das sagte ich ist deine Mom ja du hast geweint geschnieft du hattest einen Ausweis von einem Videoverleih eine Sozialversicherungskarte 14 Dollar Bargeld ich wollte den Bus Ausweis nehmen aber der Mechaniker hatte gesagt wir dürfen nur den Führerschein nehmen ein abgelaufener College Ausweis du hast früher irgendwas studiert in diesem Augenblick hast du einen ziemlich durchdringenden Schrei losgelassen deshalb presste ich die Pistole ein bisschen fester an deine Wange und du fingst an zurückzuweichen bis ich sagte bleib stehen oder du bist auf der Stelle tot also was hast du studiert wo auf dem College sage ich du hast einen Studentenausweis ach so Schluchz Schluck Schnief Biologie hör mir jetzt gut zu Raymond KKK Hassel du wirst heute Nacht sterben du kannst in einer Minute sterben oder in einer Stunde das entscheidest du also lüg mir was vor erzähl mir das Erste was dir in den Sinn kommt erfinde irgendwas ist mir scheißegal ich habe die Pistole schließlich hast du zugehört und bist aus der kleinen Tragödie in deinem Kopf herausgekommen bitte ausfüllen was will Raymond Hassel werden wenn er groß ist nach Hause gehen sagtest du du möchtest einfach nur nach Hause gehen bitte scheiße nein sagte ich nachher wie wolltest du dein Leben verbringen wenn du alles tun könntest erfinde irgendwas du wusstest es nicht dann bist du auf der Stelle tot sagte ich dreh jetzt den Kopf tot setzt ein in zehn neun acht tierarzt sagtest du du wolltest tierarzt werden also Tiere dafür muss man in die Schule gehen dafür muss man zu lange in die Schule gehen sagtest du du kannst in die Schule gehen Raymond Hassel und wie verrückt büffeln oder du kannst tot sein du hast die Wahl ich stopfte deine Brieftasche in die Gesäßtasche deiner Jeans du wolltest also ernsthaft Tierarzt werden ich nahm die vom salzwasser nasse mündung der Pistole von der einen Wange und drückte sie an die andere wolltest du das immer werden Dr. Raymond K. 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 Hassel Tierarzt ja kein Scheiß nein nein du meintest ja kein Scheiß ja also gut sagte ich und drückte die feuchte mündung an deine Kinnspitze dann an deine Nasenspitze und überall wo ich die mündung aufdrückte hinterließ sie einen feucht glänzenden Ring von deinen Tränen dann geh wieder zur Schule sagte ich wenn du morgen früh aufwachst wirst du einen Weg suchen wieder zur Schule zu gehen ich drückte das feuchte Ende der Pistole auf beide Wangen auf dein Kinn dann an deine Stirn und dort ließ ich die Mündung du könntest genauso gut auf der Stelle tot sein sagte ich ich habe deinen Führerschein ich weiß wer du bist ich weiß wo du wohnst ich behalte deinen Führerschein und ich werde dich überprüfen Mr. Raymond K. Hassel in drei Monaten in sechs Monaten in einem Hau jetzt ab und leb dein kleines Leben aber vergiss nicht dass ich dich im Auge behalte Raymond Hassel und ich würde dich eher umbringen als zuzusehen wie du in irgendeinem Scheiß Job arbeitest und gerade genug verdienst um dir Käse zu kaufen und Fernsehen zu schauen ich werde jetzt weggehen also dreh dich nicht um das ist es es was Tyler von mir verlangt es ich bin Tylers Mund ich bin Tylers Hände jeder einzelne im Projekt Chaos ist ein Teil von Tyler Durden und umgekehrt Raymond K.K. Hassel dein Abendessen wird heute besser schmecken als irgendeine Mahlzeit zuvor und morgen wird der schönste Tag deines ganzen Lebens sein du erwachst auf Sky Harbor International stell deine Uhr zwei Stunden zurück der Shuttlebus bringt mich in die Innenstadt von Phoenix und in jeder Bar in die ich gehe sind diese Kerle mit Stichen um die Augen Höhlen wo ein satter Schlag ihre Gesichtshaut gegen den Knochenrand gequetscht hat manche Kerle haben schiefe Nasen und diese Jungs in der Bar sehen mich mit einem runzligen Loch in der Wange und wir sind augenblicklich wie eine Familie Tyler war einige Zeit nicht mehr zu Hause ich mache meinen kleinen Job ich und sehe mir Autos an in denen Menschen gestorben sind der Zauber des Reisens Miniatur Leben Miniatur Seife die Miniatur Sitze in den Flugzeugen überall wo ich hinkomme frage ich nach Tyler für den Fall dass ich ihn finde habe ich die Führerscheine meiner zwölf Menschen Opfer in der Tasche in jeder Bar in die ich gehe in verdammt jeder sehe ich grün und blau geschlagene Typen in jeder Bar legen sie den Arm um mich und wollen mir ein Bier spendieren es ist als wüsste ich bereits welche Bars die Fight Club Bars sind ich frage ob sie einen Typen namens Tyler Dörden gesehen haben es ist idiotisch zu fragen ob sie über den Fight Bescheid wissen die erste Regel lautet man redet nicht über den Fight Club aber ob sie Tyler Dörden gesehen haben nie von ihm gehört sagen sie aber vielleicht finden sie ihn in Chicago es muss das Loch in meiner Wange sein alle sagen Sir zu mir und sie zwinkern mit den Augen du erwachst auf O'Hare und nimmst den Shuttlebus nach Chicago stell deine Uhr eine Stunde vor wenn du an einem anderen Ort aufwachen kannst wenn du zu einer anderen Zeit aufwachen kannst warum kannst du nicht als ein anderer Mensch aufwachen in jeder Bar in die du gehst wollen dir zusammengeschlagene Typen ein Bier spendieren und nein Sir sie sind diesem Tyler Dörden nie begegnet und sie zwinkern mit den Augen sie haben den Namen noch nie gehört Sir ich frage nach dem Fight Club gibt es heute Nacht hier einen Fight Club nein Sir die zweite Regel im Fight Club lautet man redet nicht darüber die zusammengeschlagenen Typen an der Bar schütteln den Kopf nie davon gehört Sir aber vielleicht finden sie diesen Fight Club in Seattle Sir du erwachst auf Makesfield und rufst Mahler an um zu hören was sich in der Paper Street tut Mahler sagt die Weltraumaffen rasieren sich elektrischer Rasierer läuft heiß und das ganze Haus riecht nach versenkten Haaren die Weltraumaffen ätzen sich mit Lauge ihre Fingerabdrücke weg du erwachst auf Sea-Tag stell deine Uhr zwei Stunden zurück der Shuttle bringt dich in die Innenstadt von Seattle und in der ersten bar in die du gehst trägt der Barkeeper eine Halskrause die seinen Kopf so weit nach hinten drückt dass er an der purpur farbenen zermanschten Aubergine seiner Nase entlang schauen muss um dich anzugrinsen die Bar ist leer und der Barkeeper sagt schön dass sie wieder hier sind sir ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in dieser bar ich frage ob ihm der name Tyler Durden bekannt ist der Barkeeper grinst sein Kinn ragt über den Rand der weißen Halskrause und er fragt ist das ein Test ja sage ich es ist ein Test ist der je Tyler Durden begegnet Sie sagte er wissen Sie das nicht mehr Tyler war hier Sie waren hier Sir ich war bis heute Abend noch nie in dieser Bar wenn Sie meinen Sir sagte Barkeeper aber Donnerstag Abend kamen sie herein um zu fragen wie ehrlich es die Polizei damit hat uns zu schließen letzten Donnerstag war ich die ganze Nacht wegen meiner Schlaflosigkeit wach und fragte mich ob ich wach war oder schlief zu haben doch Sir sagt der Barkeeper Donnerstag Abend standen sie genau da wo sie jetzt auch stehen und fragten mich über das harte Durchgreifen der Polizei aus und sie wollten wissen wie viele Leute wir beim Fight Club am Mittwoch weg schicken mussten Der Barkeeper verdreht die Schultern und den Hals in der Krause um sich in der leeren Bar um zu sehen und sagt Es ist niemand da der es hören könnte Mr. Durden Sir letzte Nacht mussten wir 27 Leute abweisen am Abend nach dem Fight Club ist es hier immer leer in jeder Bar in die ich diese Woche gegangen bin haben sie Sir zu mir gesagt in jeder Bar in die ich gehe fangen die ramponierten Jungs aus dem Fight Club an alle gleich aus zu sehen Wie kann ein Fremder wissen wer ich bin Sie haben ein Muttermal Mr. Durden sagt der Barkeeper auf ihrem Fuß Es hat die Form eines kleinen dunkelroten Australiens mit Neuseeland gleich daneben Nur Marla weiß das Marla und mein Vater Nicht einmal Tyler weiß es Wenn ich am Strand bin habe ich den Fuß immer unter geschlagen Der Krebs den ich nicht habe ist jetzt weit verbreitet Beim Projekt Chaos wissen es alle Mr. Durden Der Barkeeper hält mir die Hand mit dem Handrücken nach oben hin Auf dem Handrücken ist ein Kuss eingebrannt Mein Kuss Tylers Kuss Alle wissen von dem Muttermal sagt der Barkeeper Es ist Teil der Legende Sie werden zu einer Gottverdammten Legende Mann Ich rufe Marla von meinem Hotelzimmer in Seattle aus an und frage ob wir es je gemacht haben Du weißt gemacht miteinander geschlafen Was hatte ich je du weißt schon Sex mit ihr Himmel Und und sagt sie Hatten wir je Sex Du bist so ein beschissenes Arschloch Hatten wir Sex Ich könnte dich umbringen Heißt das Ja oder Nein Ich wusste dass sowas kommt sagt Marla Du bist so ein Spinner Du liebst mich du ignorierst mich Erst rettest du mir das Leben dann machst du Seife Ich kneife mich Ich frage Marla wie wir uns kennengelernt haben Bei dieser Hodenkrebs Geschichte sagt Marla Dann hast du mir das Leben gerettet Ich habe ihr das Leben gerettet Du hast mir das Leben gerettet Tyler hat ihr das Leben gerettet Du hast mir das Leben gerettet Ich stecke einen Finger durch das Lach in meiner Wange und wackele mit dem Finger darin herum Das müsste für einen solchen Höllenschmerz sorgen dass ich aufwache Marla sagt Du hast mir das Leben gerettet im Regent Hotel Ich hatte aus Versehen einen Selbstmord Versuch gemacht Weißt du noch Oh In dieser Nacht sagt Marla sagte ich ich wollte einen Abgang von dir Der Kabinendruck ist soeben gefallen Ich frage Marla wie ich heiße Wir werden alle sterben Marla sagt Tyler Dörden Du heißt Tyler Dörden Du wohnst 51 23 N.E. Paper Street wo es zur Zeit von deinen kleinen Jüngern wimmelt die sich den Schädel kahl rasieren und die Haut mit Lauge wegetzen Ich muss ein bisschen Schlaf kriegen Du musst deinen Arsch hierher bewegen brüllt Marla durch das Telefon bevor diese kleinen Kobolde Seife aus mir machen Ich muss Tyler finden Die Narbe auf ihrer Hand Frage ich Marla Wo hat sie die her Von dir sagt Marla Du hast meine Hand geküsst Ich muss Tyler finden Ich muss ein bisschen Schlaf kriegen Ich muss schlafen Ich muss schlafen gehen Ich sage gute Nacht zu Marla und ihr Geschrei wird kleiner und kleiner und ist verschwunden als ich den Hörer auflege Die ganze Nacht sind deine Gedanken auf Sendung Schlafe ich Habe ich überhaupt geschlafen Das ist die Schlaflosigkeit Du versuchst dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr zu entspannen aber dein Herz rast dennoch und in deinem Kopf wirbeln die Gedanken Nichts funktioniert Auch nicht geführte Meditation Du bist in Irland Und du zählst nicht die Schafe Du zählst die Tage Stunden Minuten Seit du deiner Erinnerung nach das letzte Mal eingeschlafen bist Dein Doktor hat gelacht Noch nie ist jemand an Schlafmangel gestorben Deinem Gesicht nach das wie eine alte verschrumpelte Frucht aussieht könnte man meinen du wärst schon tot Nach drei Uhr morgens in einem Hotel Bett in Seattle ist es zu spät eine Krebs Selbsthilfe Gruppe zu suchen Zu spät für ein paar kleine blaue Amital Natrium Pillen oder Lippenstift rote Sekurals Nach drei Uhr morgens kommst du auch in keinen Fight Club mehr Du musst Tyler finden Du musst ein bisschen Schlaf kriegen Dann bist du wach und Tyler steht im Dunkeln neben deinem Bett Du wachst auf Als du einschliefst stand Tyler im selben Augenblick neben dir und sagte Wach auf Wir haben das Problem mit der Polizei hier in Seattle gelöst Wach auf Der Polizeichef wollte gegen unsere bandenartigen Aktivitäten und Boxclubs während der Sperrzeit scharf vorgehen Aber keine Sorge sagt Tyler Der Herr Polizeichef sollte kein Problem mehr sein Wir haben ihn am Sack Ich frage ob Tyler mir gefolgt ist Komisch sagt Tyler Das gleiche wollte ich dich fragen Du hast mit anderen Leuten über mich gesprochen du kleiner Scheißer Du hast dein Versprechen gebrochen Tyler wunderte sich wann ich endlich dahinter kommen würde Jedes Mal wenn du einschläfst sagt Tyler ziehe ich los und mache etwas Abenteuerliches etwas völlig Verrücktes Tyler kniet sich neben das Bett und flüstert Letzten Donnerstag bist du eingeschlafen und ich habe ein Flugzeug nach Seattle genommen um mich ein bisschen in den Fight Clubs umzusehen um nachzusehen wie viele Leute wir inzwischen wegschicken müssen solche Sachen eben nach neuen Talenten Ausschau halten das Projekt Chaos läuft auch in Seattle Tylers Fingerspitze fährt über die Schwellung an meinen Augenbrauen wir haben das Projekt Chaos in Los Angeles und Detroit laufen ein großes Projekt Chaos in Washington DC in New York in Chicago läuft ein Projekt Chaos das dir die Augen übergehen Tyler sagt ich kann einfach nicht glauben dass du dein Versprechen gebrochen hast die erste Regel lautet man redet nicht über den Fight Club er war letzte Woche in Seattle als ein Barkeeper mit einer Halskrause ihm erzählt hat dass die Polizei bald scharf gegen die Fight Clubs vorgehen würde vor allem der Polizeichef persönlich setzte sich dafür ein es ist aber so sagt Tyler dass auch Polizisten zu unseren Fight Clubs kommen und sie sind begeistert wir haben Zeitungsreporter Justizangestellte und Anwälte und wir wissen alles immer schon vorher wir sollten geschlossen werden jedenfalls in Seattle sagt Tyler ich frage was Tyler dagegen unternommen hat was wir dagegen unternommen haben sagt Tyler wir haben den Ausschuss für Überfälle einberufen es gibt keine Trennung mehr zwischen mir und dir sagt Tyler ich denke das hast du schon kapiert wir benutzen beide denselben Körper nur zu verschiedenen Zeiten wir ließen eine spezielle Hausaufgabe sagt Tyler wir sagten bringt mir die dampfenden Hoden seiner geschätzten Gnaden Polizeichef so und so ich träume nicht doch sagt Tyler du träumst wir stellten ein Team von 14 Weltraumaffen zusammen von denen fünf Polizisten waren und außer uns war niemand in dem Park in dem seine Gnaden am Abend den Hund spazieren führt keine Angst sagt Tyler dem Hund geht es gut der ganze Angriff blieb drei Minuten unter der Zeit unseres besten Probelaufs wir hatten zwölf Minuten veranschlagt unser bester Probelauf dauerte neun Minuten fünf Weltraumaffen halten ihn am Boden fest Tyler erzählt mir das zwar aber irgendwie weiß ich es bereits drei Weltraumaffen standen Schmiere einer hatte das Äther ein Weltraumaffe zog ihm die verehrte Trainingshose runter der Hund ist ein Spaniel und er bellt und bellt bellt und bellt bellt und bellt ein Weltraumaffe wickelt das Gummiband dreimal um den geschätzten Sack seiner Gnaden bis es fest sitzt ein Affe ist mit dem Messer zwischen seinen Beinen flüstert Tyler mit seinem ramponierten Gesicht an meinem Ohr und ich flüsterte in sein hoch geschätztes Polizeichef Ohr dass er lieber aufhören sollte gegen den Fight Club vorzugehen sonst würden wir ausposaunen dass seine geschätzten Gnaden keine Eier hat Tyler flüstert was glauben sie wie weit sie kommen euer Gnaden das Gummiband tötet jedes Gefühl da unten ab was glauben sie wie weit sie in der Politik kommen wenn ihre Wähler wissen dass sie keine Eier haben inzwischen hat seine Gnaden jegliches Gefühl verloren Mann seine Eier sind eiskalt wenn auch nur ein Fight Club schließen muss schicken wir seine Eier nach Osten und Westen eines geht an die New York Times und ein anderes an die Los Angeles Times an jede Zeitung eines eine Art Presse Verlautbarung der Weltraum Affe nahm den äther getränkten Lappen von seinem Mund und der Polizeichef sagte tut's nicht und Tyler sagte wir haben nichts zu verlieren außer dem Fight Club der Polizeichef alles uns blieb nur die Scheiße und der Müll dieser Welt Tyler machte dem Weltraum Affen mit dem Messer zwischen den Beinen des Polizeichefs ein Zeichen Tyler sagte stellen sie sich vor wie sie für den Rest ihres Lebens nichts mehr in der Hose haben der Polizeichef sagte nein tut es nicht aufhören bitte oh Gott hilf mir hilf nein mir Gott mir halt sie auf und der Weltraum Affe setzt das Messer an und schneidet nur das Gummiband durch sechs Minuten insgesamt dann waren wir fertig denken sie dran sagt Tyler sie wollen uns treten aber wir sind die Leute von die ihre Wäsche waschen ihr Essen kochen und sie bei Tisch bedienen wir machen ihr Bett wir beschützen sie wenn sie schlafen wir fahren die Krankenwagen wir leiten ihre Anrufe weiter wir sind Köche und Taxifahrer und wir wissen alles über sie wir bearbeiten ihre Versicherungsansprüche und ihre Kreditkartenrechnungen wir kontrollieren jede Einzelheit ihres Lebens wir sind die mittleren Kinder der Geschichte und das aber das werden wir nicht sein und wir sind gerade dabei diese Tatsache zu begreifen sagte Tyler also legen sie sich nicht mit uns an der Weltraumaffe musste den Äther fest auf den schluchzenden Polizeichef pressen bis er bewusstlos war eine andere Gruppe zog ihn wieder an und brachte ihn und seinen Hund nach Hause nein wir rechneten nicht mehr mit einem harten durchgreifen gegen den Fight Club seine Gnaden kehrte zu Tode erschrocken aber unversehrt nach Hause zurück jedes mal wenn wir diese kleinen Hausaufgaben aufgeben sagt Tyler sind die Männer im Fight Club die nichts zu verlieren haben ein bisschen stärker im Projekt Chaos verankert neben meinem Bett kniend sagt Tyler schließ die Augen und gib mir deine Hand ich schließe die Augen und Tyler nimmt wenn du hinter meinem Rücken über mich redest siehst du mich nie wieder sagt Tyler wir sind nicht zwei verschiedene Menschen um es kurz zu machen solange du wach bist hast du das Kommando und kannst dich nennen wie du willst aber in der Sekunde in der du einschläfst bin ich am Zug und du wirst zu Tyler Dörden aber wir haben gekämpft sage ich in der Nacht in der wir den Fight Club erfanden du hast in Wirklichkeit nicht gegen mich gekämpft sagt Tyler du hast es selbst gesagt du hast gegen alles gekämpft was du an deinem Leben hast aber ich kann dich sehen du schläfst aber du hast ein Haus gemietet du hast einen Job zwei Jobs Tyler sagt lass dir von deiner Bank die stornierten Schecks geben ich habe das Haus auf deinen Namen gemietet Tyler hat mein Geld ausgegeben kein Wunder dass mein Konto dauernd überzogen ist und die Jobs was glaubst du wohl warum du immer so müde bist das ist nicht Schlaflosigkeit sobald du einschläfst übernehme ich und gehe zur Arbeit zum Fight Club oder sonst wohin du kannst froh sein dass ich keinen Job als Schlangenbändiger bekommen habe aber was ist mit Marla Marla liebt dich mir euch kennengelernt habt hast du einen falschen Namen angegeben du hast bei einer Selbsthilfe Gruppe nie deinen richtigen Namen gesagt du unaufrichtiger Scheißer seit ich ihr das Leben gerettet habe glaubt Marla dein Name ist Tyler Dörden und wird Tyler jetzt da ich über ihn Bescheid weiß einfach verschwinden nein sagt Tyler und hält immer noch meine Hand ich wäre überhaupt nicht hier wenn du nicht nicht gewollt hättest ich werde weiter mein Leben führen während du schläfst aber wenn du mich verarschen willst wenn du dich nachts am Bett festkettest oder große Mengen Schlaftabletten nimmst dann sind wir Feinde und ich werde dich dafür bestrafen was für eine Scheiße das Ganze ist ein Traum Tyler ist eine Projektion er ist eine dissoziative Persönlichkeitsstörung ein seelisch bedingter sagt Tyler vielleicht bist du meine schizophrene Halluzination ich war zuerst da Tyler sagt ja ja wir werden ja sehen wer zuletzt da ist das Ganze ist nicht real es ist nur ein Traum und ich werde aufwachen dann wach doch auf und dann läutet das Telefon und Tyler ist verschwunden die Sonne dringt durch die Vorhänge es ist mein Weckruf um sieben Uhr und als ich ich fliege schnell nach Hause zu Marla und der Paper Street Soap Company noch immer ist alles in Auflösung begriffen zu Hause traue ich mich nicht in den Kühlschrank zu schauen stelle mir dutzende von kleinen Sandwich Tüten aus Plastik vor die mit Städten wie Las Vegas Chicago oder Milwaukee beschriftet sind wo Tyler seine Drohungen wahr machen musste um Ortsgruppen des Fight Clubs zu Weltraumaffe auf dem rissigen Linoleum und betrachtet sich in einem Handspiegel ich bin die stets singende stets tanzende Scheiße dieser Welt sagt der Weltraumaffe in den Spiegel ich bin das giftige Abfallprodukt von Gottes Schöpfung andere Weltraumaffen sind im Garten unterwegs heben etwas auf töten etwas eine Hand an der Tür des Gefrierschranks hole ich tief Luft und versuche meine erleuchtete göttliche Ganzheit zu zentrieren Regen auf Rosen glückliche Disney Tiere das macht mich so krank der Gefrierschrank ist gerade einen Spalt offen als Marla über meine Schulter lugt und sagt was gibt's zum Abendessen der Weltraumaffe betrachtet sich wie er in seinem Handspiegel kauert ich bin die Scheiße und der ansteckende menschliche Müll der Schöpfung der Kreis schließt sich vor etwa einem Monat hatte ich Angst davor Marla in den Kühlschrank sehen zu lassen jetzt fürchte ich mich selbst davor in den Kühlschrank zu schauen oh Gott Tyler Marla liebt mich Marla kennt den Unterschied nicht ich bin froh dass du wieder da bist sagt Marla wir müssen uns unterhalten oh ja sage ich wir müssen uns unterhalten ich kann mich nicht dazu überwinden den Kühlschrank zu öffnen ich bin Joes sich zusammenziehende Leisten Gegend rühre nichts in diesem Kühlschrank an sage ich zu Marla mach ihn nicht mal auf wenn du je etwas darin findest iss es nicht und gib es nicht der Katze oder so der Weltraumaffe mit dem Handspiegel beobachtet uns deshalb sage ich zu Marla wir müssen woanders hingehen wenn wir uns unterhalten wollen unten am Fuß der Kellertreppe liest ein Weltraumaffe den anderen Weltraumaffen vor die drei Arten Napalm herzustellen erstens man mischt zu gleichen teilen Benzin und gefrorenes Orangensaft Konzentrat liest der Weltraum affe im Keller zweitens man mischt zu gleichen teilen Benzin und Diät Cola drittens man löst zerbröselte Katzenstreu in Benzin auf bis die Mischung dickflüssig ist Marla und ich beamen uns von der Paper Street Soap Company in eine Fensternische auf dem Planeten Denny's dem orangefarbenen Planeten das war eine Sache von der Tyler einmal gesprochen hatte da die Engländer die Welt erforscht Kolonien gegründet und Karten gezeichnet haben tragen die meisten geografischen Orte diese englischen Namen aus zweiter Hand die Engländer haben alles benannt oder fast alles wie Irland New London Australien New London Indien New London Idaho New York New York mit Volldampf in die Zukunft Wenn man einmal die Weiten des Weltalls ausbeutet werden es wahrscheinlich die Megakonzerne sein die all die neuen Planeten entdecken und kartografisch erfassen der IBM Stern die Philip Morris Galaxy Planet Denny's Jeder Planet wird die Corporate Identity derer annehmen die ihn als erste plündern Budweiser Welt Unser Kellner hat eine gänseeigroße Beule auf der Stirn und steht steif wie ein Stock gerade die Hacken zusammengeschlagen Sir sagt unser Kellner Möchten Sie bestellen Sir sagt er Alles was Sie bestellen geht auf Kosten des Hauses Sir Man riecht förmlich den Urin in den Suppen der Leute Zwei Kaffee bitte Marla fragt Warum lässt er uns umsonst essen Der Kellner glaubt In diesem Fall bestellt Marla gebratene Muscheln Muschelsuppe eine Fischplatte Brathähnchen eine Ofenkartoffel mit allem und einen Schokoladenkuchen Drei Beiköche einer mit Stichen auf der Oberlippe beobachten Marla und mich durch die Durchreiche zur Küche Sie haben die verbeulten Köpfe zusammengesteckt und flüstern Ich sage zum Kellner er soll uns bitte sauberes Essen bringen Bitte machen Sie keinen Quatsch mit dem Zeug das wir bestellen In diesem Fall Sir sagt unser Kellner möchte ich der Dame davon abraten die Muschelsuppe zu essen Danke keine Muschelsuppe Marla sieht mich an und ich sage vertrau mir Der Kellner macht auf dem Absatz Kehrt und bringt unsere Bestellung zur Küche Durch die Küchendurchreiche zeigen mir die Drei Beiküche den erhobenen Daumen Marla sagt Du kriegst ein paar nette Vergünstigungen weil du Tyler Dörden bist Von nun an sage ich zu Marla muss sie mir in der Nacht überall hin folgen und aufschreiben wo ich hingehe wen ich treffe ob ich irgendeine wichtige Persönlichkeit kastriere solche Einzelheiten eben Ich hole meine Brieftasche heraus und zeige Marla den Führerschein mit meinem richtigen Namen Er ist nicht Tyler Dörden Aber jeder kennt dich als Tyler Dörden sagt Marla Jeder außer mir In der Arbeit nennt mich niemand Tyler Dörden Mein Chef ruft mich bei meinem richtigen Namen Meine Eltern wissen wer ich in Wirklichkeit bin Und warum fragt Marla bist du für manche Leute Tyler Dörden aber nicht für alle Als ich Tyler Dörden zum ersten Mal begegnet bin habe ich gerade geschlafen Ich war müde und durchgedreht und abgehetzt und jedes Mal wenn ich in ein Flugzeug stieg wünschte ich dass es abstürzte Ich beneidete Leute die an Krebs starben Ich hasste mein Leben Mein Job und meine Möbel ödeten mich an und ich sah keine Möglichkeit die Dinge zu ändern Ich sah nur die Möglichkeit sie zu beenden Ich fühlte mich in der Falle Ich war zu vollständig Ich war zu vollkommen Ich brauchte einen Ausweg aus meinem winzigen Leben Portionsbutter und enge Flugzeugsitze schwedische Möbel Kunsthandwerk Ich machte Urlaub Ich schlief am Strand ein und als ich aufwachte war Tyler Dörden da nackt, verschwitzt und voller Sand sein Haar war nass und strähnig und hing ihm ins Gesicht Tyler zog Treibholz aus der Brandung und schleift es an den Strand Was Tyler geschaffen hatte war der Schatten einer Riesenhand und Tyler saß in der Handfläche einer Vollkommenheit die er selbst erzeugt hatte Und ein Augenblick war das Äußerste was du an Vollkommenheit erwarten durftest Vielleicht bin ich an diesem Strand nie wirklich aufgewacht Vielleicht fing alles an als ich auf den Blarneystone pinkelte Wenn ich einschlafe schlafe ich nicht wirklich An anderen Tischen im Planet Denny's zähle ich ein, zwei, drei, vier, fünf Kerle mit blau geschlagenen Wangenknochen oder eingedrückten Nasen die mich anlächeln Nein, sagt Marla Du schläfst nicht Tyler Dörden ist eine separate Persönlichkeit die ich geschaffen habe und nun droht er die Gewalt über mein richtiges Leben zu übernehmen Genau wie Anthony Perkins Mutter in Psycho sagt Marla Das ist so stark Jeder hat so eine Meise Ich war einmal mit einem Typen zusammen der sich nicht genug Bodypiercings machen lassen konnte Worauf ich hinaus will sage ich ist, dass ich einschlafe und Tyler zieht mit meinem Körper und meinem ramponierten Gesicht los und begeht irgendein Verbrechen Am nächsten Morgen wache ich hundemüde und fertig auf und bin sicher dass ich überhaupt nicht geschlafen habe Am Abend darauf gehe ich früher zu Bett In dieser Nacht darauf ist Tyler ein bisschen länger am Zug Wenn ich jede Nacht noch ein bisschen früher zu Bett gehe ist Tyler noch ein bisschen länger am Zug Aber du bist Tyler sagt Marla Nein Nein bin ich nicht Ich mag alles an Tyler Durden Seinen Mut und seine Gewitztheit Seine Nerven Tyler ist witzig Charmant, stark und unabhängig Männer schauen zu ihm auf und erwarten dass er ihr Leben ändert Tyler ist tüchtig und frei und ich bin es nicht Ich bin nicht Tyler Durden Aber du bist Tyler sagt Marla Tyler und ich teilen uns denselben Körper und bis jetzt wusste ich es nicht Immer wenn Tyler Sex mit Marla hatte schlief ich gerade Tyler geisterte herum während ich glaubte ich schlief Im Fight Club und beim Projekt Chaos kannten mich alle als Tyler Durden und wenn ich jeden Abend ein wenig früher zu Bett ging und jeden Morgen ein wenig länger schlief würde ich schließlich ganz verschwinden Ich würde einfach schlafen gehen und nie mehr aufwachen Marla sagt Wie die Tiere im Tierheim Das Tal der Hunde Selbst wenn sie dich nicht umbringen Wenn dich jemand so liebt dass er dich mit nach Hause nimmt kastrieren sie dich immerhin noch Ich würde nie mehr aufwachen und Tyler würde das Kommando übernehmen Der Kellner bringt den Kaffee schlägt die Hacken zusammen und geht wieder Ich rieche an meinem Kaffee Er riecht nach Kaffee Mal angenommen ich glaube das alles sagt Marla Was soll ich tun? Ich brauche Marla damit sie mich wach hält damit Tyler nicht völlig die Herrschaft übernehmen kann rund um die Uhr Der Kreis schließt sich In der Nacht in der Tyler ihr das Leben rettete hat Marla ihn gebeten sie die ganze Nacht wach zu halten In der Sekunde in der ich einschlafe übernimmt Tyler das Kommando und etwas Schreckliches passiert Und wenn ich doch einschlafe muss Marla Tyler auf den Fersen bleiben wo er hingeht was er tut So kann ich tagsüber vielleicht herumhetzen und den Schaden wieder gut machen Sein Name ist Robert Paulson und er ist 48 Jahre alt Sein Name ist Robert Paulson und Robert Paulson wird vor immer 48 sein Auf einer Zeitskala die lang genug ist sinkt die Lebenserwartung von jedermann auf Null Big Bob Das große Käsebrot Der große Elch war auf einer vorschriftsmäßigen Kühlbohrhausaufgabe Auf diese Weise gelangte Tyler in meiner Eigentumswohnung um sie mit selbst hergestelltem Dynamit in die Luft zu jagen Du nimmst eine Spraydose mit Kühlmittel R12 wenn du es noch bekommst wegen des Ozonlochs und so oder R134A und sprühst es in den Zylinder des Schlosses bis alles gefroren ist Bei einer Kühlbohrhausaufgabe sprühst du in das Schloss eines Münztelefons einer Parkuhr oder eines Zeitungskastens Dann zertrümmerst du den gefrorenen Zylinder mit Hammer und Schrotmeißel Bei einer vorschriftsmäßigen Kühlbohrhausaufgabe bohrst du das Telefon oder den Bankautomaten an Dann schraubst du einen Schmiernippel in das Loch und pumpst dein Zielobjekt mit einer Schmierpresse voll Achsenfett Vanillepudding oder Plastikzement Nicht, dass das Projekt Chaos es nötig hatte eine Handvoll Kleingeld zu klauen Die Paper Street Soap Company kam mit den Aufträgen kaum nach Gott steh uns bei wenn die Feiertage kommen Die Hausaufgabe soll deine Nerven stärken Du brauchst ein wenig Geschicklichkeit und sie erhöht deine Beteiligung am Projekt Chaos Statt eines Schrotmeißels kannst du das gefrorene Zylinderschloss auch mit einem elektrischen Bohrer bearbeiten Das funktioniert genauso und es ist leiser Es war ein Akkubohrer den die Polizei für eine Pistole hielt als sie Big Bob wegbliesen Es gab nichts was auf eine Verbindung zwischen Big Bob und dem Projekt Chaos dem Fight Club und der Seife hinwies In seiner Tasche war ein Foto von ihm selbst groß und auf den ersten Blick nackt in dem Slip in dem er bei irgendeinem Wettbewerb posierte Es ist eine blödsinnige Art sein Leben zu verbringen hatte Big Bob gesagt Du bist blind von den Bühnenscheinwerfern und taub von den Rückkopplungen der Verstärkeranlagen bis der Kampfrichter befiehlt rechten Quadrizeps ausstrecken anspannen und halten Halten Sie Ihre Hände so dass wir sie sehen können Strecken Sie den linken Arm aus Lassen Sie den Bizeps spielen und halten Sie Keine Bewegung Lassen Sie die Waffe fallen Das war besser als das richtige Leben Auf seiner Hand war eine Narbe von meinem Kuss von Tylers Kuss Big Bob hatte sein skulpturiertes Haar wegrasiert und seine Fingerabdrücke mit Lauge weggeätzt Und es war besser verletzt als verhaftet zu werden denn wenn man dich verhaftete warst du raus aus dem Projekt Chaos keine Hausaufgaben mehr In der einen Minute war Robert Paulson die warme Mitte um die das ganze Leben kreiste und im nächsten Augenblick war Robert Paulson nur noch ein Objekt das unglaubliche Wunder des Todes nach dem die Polizei geschossen hatte In jedem Fight Club geht der Ortsgruppenleiter heute Nacht in der Dunkelheit außen um die Männer herum die einander über den leeren Platz in der Mitte von jedem Fight Club Keller hinweg ansehen und eine Stimme gelt sein Name ist Robert Paulson und die Männer schreien sein Name ist Robert Paulson die Leiter schreien er ist 48 Jahre alt und die Männer schreien er ist 48 Jahre alt er ist 48 Jahre alt und er gehörte zum Fight Club er ist 48 Jahre alt und er gehörte zum Projekt Chaos erst im Tod bekommen wir unsere eigenen Namen zurück denn erst im Tod sind wir nicht mehr Bestandteil der gemeinsamen Anstrengung im Tod werden wir zu Helden und die Männer brüllen Robert Paulson und die Männer brüllen Robert Paulson und die Männer brüllen Robert Paulson ich gehe heute Abend zum Fight Club um ihn für immer zu schließen ich stehe in dem einzigen Licht in der Mitte des Raums und der Club jubelt hier bin ich für alle Tyler Durden gescheit stark draufgängerisch ich hebe die Hand um Ruhe herzustellen und schlage vor dass wir alle einen ganz normalen Abend verbringen geht nach Hause und vergesst den Fight Club ich denke der Fight Club hat seinen Zweck erfüllt meint ihr nicht? das Projekt Chaos ist gestrichen es soll ein interessantes Footballspiel im Fernsehen geben 100 Männer starren mich an ein Mensch ist tot sage ich das Spiel ist vorbei das ist kein Spaß mehr dann ertönt aus der Dunkelheit jenseits der Menge die anonyme Stimme des Leiters Regel Nummer 1 beim Fight Club lautet man redet nicht darüber geht nach Hause brülle ich Regel Nummer 2 beim Fight Club lautet man redet nicht darüber der Fight Club ist aufgelöst das Projekt Chaos ist aufgelöst die dritte Regel lautet nur zwei Männer pro Kampf ich bin Tyler Durden brülle ich und ich befehle euch zu gehen und niemand sieht mich an die Männer blicken sich nur gegenseitig über den leeren Platz in der Mitte des Raumes hinweg an die Stimme des Leiters kreist langsam um den Raum zwei Männer pro Kampf keine Hemden keine Schuhe der Kampf geht weiter und weiter solange es sein muss stell dir vor wie das in 100 Städten passiert und in einem halben Dutzend Sprachen die Regeln sind zu Ende und ich stehe immer noch in der Mitte unter dem Licht Kampf Nummer 1 auf die Plätze ruft die Stimme aus dem Dunkeln machen Sie die Mitte des Clubs frei ich rühre mich nicht von der Stelle machen Sie die Mitte des Clubs frei ich rühre mich nicht von der Stelle das einzige Licht spiegelt sich in 100 Augenpaaren wieder alle sind auf mich gerichtet alle warten ich versuche jeden Mann so zu betrachten wie es Tyler tun würde die besten Kämpfer für das Training im Projekt Chaos auswählen wen würde Tyler dazu einladen bei der Paper Street Soap Company zu arbeiten machen Sie die Mitte des Clubs frei das gehört zum festgelegten Verfahren des Fight Clubs nach dreimaliger Aufforderung durch den Gruppenleiter werde ich aus dem Club entfernt aber ich bin Tyler Durden ich habe den Fight Club erfunden der Fight Club gehört mir ich habe diese Regeln geschrieben ohne mich wäre keiner von euch hier und ich sage die Sache endet hier vorbereiten zum Entfernen des Mitglieds in 3, 2, 1 der Kreis der Männer stürzt über mir zusammen und 200 Hände schließen sich um jeden Zentimeter meiner Arme und Beine und heben mich ausgestreckt zum Licht empor fertig machen zum Räumen der Seele in 5, 4, 3, 2, 1 und ich werde über den Köpfen von Hand zu Hand weitergereicht ich surfe auf der Menge Richtung Tür ich treibe ich fliege der Fight Club ist mein Eigentum brülle ich das Projekt Chaos war meine Idee ihr könnt mich nicht hinauswerfen ich habe hier das Sagen geht nach Hause die Stimme des Ortsgruppenvorsitzenden brüllt Kampf Nummer 1 bitte in die Mitte los ich gehe nicht ich gebe nicht auf ich lasse mich nicht unterkriegen ich habe hier das Sagen Fight Club Mitglied sofort entfernen Seele sofort räumen und ich schwebe langsam aus der Tür in die sternenklare Nacht und die kalte Luft und werde auf den Boden des Parkdecks niedergelassen die Hände ziehen sich zurück eine Tür fällt hinter mir zu und ein Schloss schnappt ein in 100 Städten geht der Fight Club ohne mich weiter jahrelang habe ich mir nun gewünscht einschlafen zu können die Art von Schlaf in den man langsam hinübergleitet sich fallen lässt auf einmal ist Schlafen das Letzte was ich will ich bin mit Marla im Zimmer 8G des Regent Hotels bei all den alten Leuten und Junkies die sich hier in ihren Zimmern einschließen wirkt meine rasende Verzweiflung irgendwie normal und erwartungsgemäß hier sagt Marla die im Schneidersitz auf ihrem Bett sitzt und ein halbes Dutzend Aufputschpillen aus der Verpackung drückt ich war mal mit einem Typen zusammen der schreckliche Albträume hatte der hasste es auch zu schlafen was ist aus dem Typen geworden ach er ist gestorben Herzinfarkt Überdosis ein paar Amphetamine zu viel sagt Marla er warst 19 danke für die Mitteilung als wir ins Hotel gekommen waren war ein Kerl am Empfang gewesen der die Hälfte seiner Haare mit der Wurzel ausgerissen hatte seine Kopfhaut war wund und schaufig und er salutierte vor mir die Senioren die in der Hotelhalle Fernsehen schauten wandten alle den Kopf um zu sehen wer ich war als er mich mit Sir anredete guten Abend Sir im Augenblick kann ich mir vorstellen wie er irgendein Hauptquartier des Projekts Chaos anruft und meinen Aufenthaltsort anzeigt sie werden einen Stadtplan an der Wand hängen haben und meine Bewegungen mit kleinen Stecknadeln verfolgen ich komme mir etikettiert vor wie eine Wandergans in Wild Kingdom sie spionieren mir alle nach und halten sich gegenseitig auf dem Laufenden du kannst alle sechs von denen hier nehmen ohne dass es deinen Magen angreift sagt Marla aber du musst sie dir in den Hintern stecken wie angenehm Marla sagt ich hab mir das jetzt nicht ausgedacht wir können nachher etwas Stärkeres holen ein paar richtige Drogen wie Crosstops oder Black Beauties oder Alligators ich stecke mir diese Pillen nicht in den Arsch dann nimm nur zwei wo gehen wir eigentlich hin Bowling es ist die ganze Nacht offen und sie lassen dich dort nicht schlafen wo wir auch hingehen sage ich halten mich irgendwelche Kerle auf der Straße für Tyler Durden hat uns der Busfahrer deshalb umsonst fahren lassen? ja und deshalb haben die zwei Typen im Bus uns ihre Plätze überlassen worauf willst du hinaus? ich glaube es reicht nicht sich einfach zu verstecken wir müssen etwas unternehmen um Tyler loszuwerden ich war mal mit einem Typen zusammen der es mochte meine Klamotten zu tragen sagt Marla du weißt schon Kleider, Hüte mit Schleier wir könnten dich herausputzen und unter die Leute schmuggeln ich tausche nicht die Kleidung und ich stecke mir keine Pillen in den Arsch es kommt noch schlimmer sagt Marla einmal war ich mit einem Typen zusammen der wollte dass ich eine lesbische Szene mit seiner aufblasbaren Puppe vortäusche ich konnte mir vorstellen wie ich selbst zu einer von Marlas Geschichten wurde ich war mal mit einem Typen zusammen der eine Persönlichkeitsspaltung hatte ich frage wie spät es ist vier Uhr morgens in drei Stunden muss ich in der Arbeit sein nimm deine Pillen sagt Marla da du Tyler Durden bist und so lassen sie uns wahrscheinlich umsonst Bowling spielen hey können wir nicht noch einkaufen gehen bevor wir Tyler loswerden? wir könnten uns ein nettes Auto anschaffen ein paar Klamotten ein paar CDs das ganze kostenlose Zeug hat doch auch seine gute Seite Marla schon gut vergiss es der alte Spruch dass man immer das tötet was man liebt der stimmt in beide Richtungen und er funktioniert in beide Richtungen heute Morgen fuhr ich zur Arbeit und zwischen dem Gebäude und dem Parkplatz waren drei Reihen Polizeisperren und Polizisten standen an den Eingangstüren und befragten die Leute mit denen ich arbeite alle rannten ziellos umher ich stieg erst gar nicht aus dem Bus ich bin Joes kalter Schweiß vom Bus aus sehe ich dass die raumhohen Fenster im dritten Stock meines Bürogebäudes herausgesprengt sind und drinnen schlägt ein Feuerwehrmann in einer verschmierten gelben Öljacke nach einem verkohlten Paneel in der Hängedecke ein schwelender Schreibtisch wird von zwei Feuerwehrleuten langsam aus dem herausgebrochenen Fenster geschoben dann kippt er über rutscht und fällt die drei kurzen Stockwerke auf den Gehsteig wo man seinen Aufprall mehr erahnt als hört er bricht auseinander und raucht immer noch ich bin Joes Magengrube es ist mein Schreibtisch ich weiß dass mein Chef tot ist die drei Arten Napalm herzustellen ich wusste dass Tyler vorhatte meinen Chef umzubringen in dem Augenblick da ich Benzin an meinen Händen roch als ich sagte ich möchte aus meinem Job raus gab ich ihm die Erlaubnis dazu bitte sehr bring meinen Chef um oh Tyler ich weiß dass ein Computer explodiert ist ich weiß das weil Tyler es weiß ich will das nicht wissen aber man bohrt mit einem Bohrer wie ihn Juweliere benutzen ein Loch in die Oberseite eines Computermonitors alle Weltraumaffen wissen das ich habe Tylers Aufzeichnungen abgetippt es handelt sich um eine neue Version der Glühbirnenbombe bei der man ein Loch in eine Glühbirne bohrt und sie mit Benzin füllt dann verschließt man das Loch mit Wachs oder Silikon schraubt die Birne in eine Fassung und wartet bis jemand ins Zimmer kommt und den Lichtschalter anmacht eine Computerröhre fasst sehr viel mehr Benzin als eine Glühbirne bei einer Branchenröhre entfernt man entweder das Plastikgehäuse um die Röhre herum was einfach genug ist oder man arbeitet durch die Entlüftungsabdeckung auf der Oberseite des Gehäuses vorher muss man den Monitor von der Stromquelle und vom Computer abstöpseln das Ganze würde auch bei einem Fernseher funktionieren damit das klar ist wenn es einen Funken gibt und sei es nur statische Elektrizität vom Teppich bist du tot du verbrennst schreiend bei lebendigem Leibe eine Branchenröhre kann 300 Volt passive Elektrizität speichern deshalb musst du erst einen schweren Schraubenzieher an den Hauptkondensator anlegen wenn du an diesem Punkt tot bist hast du keinen isolierten Schraubenzieher benutzt im Innern der Branchenröhre ist ein Vakuum und in dem Moment in dem du durchbohrst saugt die Röhre mit einem kleinen Pfeifen Luft an du erweiterst das kleine Loch mit einem größeren Bohrer dann mit einem noch größeren bis du die Spitze eines Trichters in das Loch einführen kannst dann füllst du die Röhre mit dem Sprengstoff deiner Wahl selbstgemachtes Napalm ist gut Benzin oder Benzin vermischt mit gefrorenem Orangensaftkonzentrat oder Katzenstreu ein witziger Sprengstoff ist Kaliumpermanganat vermischt mit Puderzucker die Idee dabei ist dass man eine Zutat die sehr schnell verbrennt mit einer zweiten mischt die genügend Sauerstoff für diese Verbrennung liefert das verbrennt dann so schnell dass es eine Explosion gibt Bariumperoxid und Zinkstaub Ammoniumnitrat und zerstäubtes Aluminium die Nouvelle Cuisine der Anarchie Bariumnitrat in einer Soße aus Schwefel garniert mit Holzkohle schon hast du dein elementares Schießpulver Bon Appetit Packt das alles in den Computermonitor und wenn jemand den Strom einschaltet fliegen ihm fünf oder sechs Pfund Schießpulver um die Ohren das Problem ist dass ich meinen Chef irgendwie mochte wenn du männlich bist Christ und in Amerika lebst ist dein Vater dein Modell für Gott und manchmal begegnet dir dein Vater in deiner Berufslaufbahn nur mochte leider Tyler meinen Chef nicht die Polizei würde nach mir suchen ich war die letzte Person die das Gebäude am Freitagabend verließ ich wachte an meinem Schreibtisch auf mein Atem schlug sich auf der Schreibtischplatte nieder und Tyler war am Telefon und sagte geh nach draußen wir haben einen Wagen bereitstehen einen Cadillac an meinen Händen war noch immer Benzin der Mechaniker aus dem Fight Club fragte was ich vor meinem Tod gern noch getan hätte ich wollte aus meinem Job raus ich gab Tyler die Erlaubnis bitte sehr bring ruhig meinen Chef um von meinem explodierten Büro fahre ich mit dem Bus bis zu dem gekiesten Wendeplatz am Ende der Linie das ist dort wo sich die letzten Bauparzellen in unbebaute Flächen und gepflügte Felder verlieren der Fahrer holt ein Lunchpaket und eine Thermosflasche heraus und beobachtet mich in seinem Rückspiegel an der Decke ich überlege wo ich hingehen kann ohne dass die Cops mich finden von meinem hinteren Platz sehe ich vielleicht 20 Leute zwischen mir und dem Fahrer sitzen ich zähle 20 Hinterköpfe 20 kahlgeschorene Köpfe der Fahrer dreht sich auf seinem Sitz herum und ruft zu mir auf die Rückbank Mr. Durden, Sir ich bewundere aufrichtig was sie tun die rasierten Köpfe drehen sich einer nach dem anderen um dann steht einer nach dem anderen auf einer hat einen Lappen in der Hand und ich rieche den Äther derjenige, der mir am nächsten steht hat ein Jagdmesser in der Hand es ist der Mechaniker aus dem Fight Club sie sind ein tapferer Mann sagt der Busfahrer dass sie sich selbst zu einer Hausaufgabe machen halt den Mund sagt der Mechaniker zum Busfahrer wer schmiere steht hält die Klappe du weißt, dass einer von den Weltraumaffen ein Gummiband dabei hat um es um deine Eier zu wickeln sie füllen den ganzen vorderen Teil des Busses aus der Mechaniker sagt sie wissen, wie streng es zugeht Mr. Durden sie haben es selbst gesagt sie sagten, wenn jemand schlapp macht und den Fight Club dicht machen will selbst wenn sie es sind dann müssen wir ihm an die Eier gehen stell dir dein bestes Stück tiefgefroren in einer Sandwich-Tüte in der Paper Street Soap Company vor sie wissen, dass es keinen Sinn hat gegen uns zu kämpfen sagt der Mechaniker der Busfahrer kaut an seinem Sandwich und beobachtet uns im Spiegel an der Decke das Heulen einer Polizeisirene kommt näher in der Ferne rattert ein Traktor über ein Feld Vögel hinten im Bus ist ein Fenster halb offen Wolken Unkraut wächst am Rand des Wendeplatzes Bienen oder Fliegen summen um das Unkraut herum wir wollen nur auf Nummer sicher gehen sagt der Mechaniker aus dem Fight Club das ist diesmal nicht nur eine Drohung Mr. Durden diesmal müssen wir sie abschneiden der Busfahrer sagt es sind die Bullen die Sirene taucht irgendwo vor dem Bus auf womit kann ich mich wehren ein Polizeiauto bremst vor dem Bus Lichter blinken rot und blau durch die Windschutzscheibe und draußen vor dem Bus ruft jemand Moment mal da drin und ich bin gerettet gewissermaßen ich kann den Cops von Tyler erzählen ich werde ihnen alles über den Fight Club erzählen und vielleicht komm ich ins Gefängnis und das Projekt Chaos ist dann ihr Problem und ich muss nicht auf ein Messer starren die Cops steigen in den Bus und der erste sagt habt ihr sie ihm schon abgeschnitten der zweite sagt macht schnell gegen ihn läuft ein Haftbefehl dann nimmt er seine Mütze ab und sagt zu mir es ist nicht persönlich gemeint Mr. Durden ich freue mich sie endlich kennenzulernen ihr macht alle einen großen Fehler sage ich der Mechaniker sagt sie haben uns schon darauf vorbereitet dass sie das wahrscheinlich sagen werden ich bin nicht Tyler Durden sie meinten auch das würden sie sagen ich ändere die Regeln ihr könnt den Fight Club behalten aber wir kastrieren niemanden mehr ja 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 sagt der Mechaniker er ist auf halber Höhe des Ganges und hält das Messer vor sich hin sie sagten das würden sie mit Sicherheit sagen gut dann bin ich also Tyler Durden ich bin es ich bin Tyler Durden und ich bestimme die Regeln und ich sage legen sie das Messer weg der Mechaniker ruft über die Schulter was ist unsere beste Zeit bis jetzt für einmal abschneiden und abhauen jemand ruft vier Minuten der Mechaniker schreit stoppt jemand die Zeit? beide Cops sind nun im Vorderteil des Buses und einer sieht auf die Uhr und sagt Moment noch wartet bis der Sekundenzeiger auf zwölf steht der Kopf sagt neun acht sieben ich hechte zu dem offenen Fenster mein Magen trifft auf den dünnen Metallrahmen des Fensters und hinter mir schreit der Mechaniker Mr. Durden sie versauen uns die Zeit halb aus dem Fenster hängend greife ich nach der schwarzen Gummiewand des Hinterreifens ich packe die Zierleiste des Kotflügels und ziehe jemand packt meine Beine und zieht ich brülle zu dem kleinen Traktor in der Ferne hey und hey ich hänge kopfüber mein Gesicht schwillt heiß an und ist voller Blut ich ziehe mich ein wenig nach draußen irgendwelche Hände um meine Knöchel ziehen mich wieder hinein meine Krawatte flattert mir ins Gesicht meine Gürtelschnalle verfängt sich im Fensterrahmen die Bienen und die Fliegen und das Unkraut sind nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt und ich schreie hey Hände haken sich hinten in meine Hose zerren mich hinein streifen mir die Hose und den Gürtel über den Hintern jemand im Bus schreit eine Minute die Schuhe gleiten mir von den Füßen die Hände bringen meine Beine zusammen der Fensterrahmen schneidet heiß von der Sonne in meinen Bauch mein weißes Hemd bläht sich und fällt mir über Kopf und Schultern meine Hände umklammern immer noch die Zierleiste des Kotflügels während ich weiterbrülle hey meine Beine sind hinter mir ausgestreckt und geschlossen die Hose gleitet an ihnen hinab und ist weg die Sonne scheint warm auf meinen Arsch das Blut hämmert in meinem Kopf die Augen treten wegen des Drucks aus den Höhlen und alles was ich sehe ist das weiße Hemd das vor meinem Gesicht hängt der Traktor rattert irgendwo die Bienen summen irgendwo alles ist eine Million Meilen entfernt irgendwo schreit jemand eine Million Meilen hinter mir zwei Minuten eine Hand gleitet zwischen meine Beine und greift nach mir tut ihm nicht weh sagt jemand die Hände um meine Knöchel sind eine Million Meilen entfernt stell sie dir am Ende einer langen, langen Straße vor geführte Meditation stell dir den Fensterrahmen nicht als stumpfes, heißes Messer vor das dir den Bauch aufschlitzt stell dir nicht einen Trupp Männer vor, die ein Tauziehen mit deinen Beinen veranstalten eine Million Meilen entfernt wickelt eine warme, raue Hand etwas um deine Genitalien zerrt und etwas schließt sich dicht und immer dichter um dich ein Gummiband du bist in Irland du bist im Fight Club du bist in der Arbeit du bist überall, nur nicht hier drei Minuten weit, weit weg schreit jemand sie kennen den Spruch, Mr. Durden Hände weg vom Fight Club die warme Hand ist unter dir gewolbt die kalte Spitze eines Messers therapeutischer Körperkontakt Zeit fuer die Umarmung und der Äther wird fest auf Mund und Nase gepresst dann nichts mehr weniger als nichts Vergessenheit Die ausgebrannte Hulle meiner explodierten Eigentumswohnung ist schwarz wie das Weltall und verwustet ueber den nächtlichen Lichtern der Stadt die Fenster sind nicht mehr da und ein gelbes Absperrband der Polizei flattert verdreht am Rand des fünfzehnstoeckigen Abgrunds Ich wache auf dem nackten Betonboden auf früher war hier Ahornparkett an den Wänden hingen vor der Explosion Kunstwerke es gab schwedische Moebel Vorteile Ich bin bekleidet ich stecke die Hand in die Hosentasche und fühle ich bin noch heil zu Tode erschrocken aber unversehrt geh an den Rand fünfzehn Stockwerke ueber dem Parkplatz und schaue auf die Lichter der Stadt und zu den Sternen und du bist weg wir haben alles hinter uns gelassen hier oben in den Meilen Nacht zwischen den Sternen und der Erde habe ich das Gefühl eines von diesen Tieren im Weltraum zu sein Hunde Affen Menschen du machst nur deinen kleinen Job einen Hebel betätigen auf einen Knopf druecken nichts davon begreifst du wirklich die Welt spielt verrueckt mein Chef ist tot mein Zuhause ist weg mein Job ist weg und ich bin verantwortlich fuer alles es ist nichts mehr uebrig mein Konto ist ueberzogen trete ueber den Rand das Polizeiband flattert zwischen mir und der Vergessenheit trete ueber den Rand was bleibt sonst noch trete ueber den Rand da ist noch Mala spring ueber den Rand da ist noch Mala und um die dreht sich die ganze Sache und sie weiss es nicht und sie liebt dich sie liebt Tyler sie kennt den Unterschied nicht jemand muss es ihr sagen hau ab, hau ab, hau ab, rette dich du fährst im Aufzug zur Eingangshalle hinunter und der Portier der dich frueher nie ausstehen konnte lächelt dich nun mit drei ausgeschlagenen Zaehnen im Mund an und sagt guten Abend Mr. Durden darf ich ihnen ein Taxi rufen geht es ihnen gut möchten sie das Telefon benutzen du rufst Mala im Regent Hotel an der Portier im Regent sagt sofort Mr. Durden dann ist Mala am Telefon der Portier hört dir ueber die Schulter zu der Angestellte im Regent hört wahrscheinlich auch zu Mala sagst du wir müssen reden Mala sagt du kannst mich am Arsch lecken sie ist möglicherweise in Gefahr sagst du sie hat ein Recht darauf zu wissen was vor sich geht sie muss dich treffen ihr müsst reden wo sie soll dorthin gehen wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind weist du noch denk nach die weiße heilbringende Kugel aus Licht der Palast der sieben Türen ich hab's sagt sie ich kann in zwanzig Minuten dort sein sei dort du hängst auf und der Portier sagt ich kann ihnen ein Taxi besorgen Mr. Durden kostenlos wohin sie wollen die Jungs aus dem Fight Club sind dir auf den Fersen nein sagst du es ist so eine angenehme Nacht ich glaube ich gehe lieber zu Fuß es ist Samstagabend Darmkrebsabend im Keller der First Methodist und Mala ist schon da als du eintriffst Mala Singer die ihre Zigarette raucht Mala Singer die die Augen verdreht Mala Singer mit einem blauen Auge du sitzt ihr im Meditationskreis auf dem Zörtelteppich gegenüber und versuchst dein energiespendendes Tier kommen zu lassen während Mala dich mit ihrem blauen Auge anfunkelt du schließt die Augen und meditierst zum Palast der sieben Türen und du spürst immer noch Malas wütenden Blick du hätschelst das Kind in dir Mala starrt wütend dann ist es Zeit für die Umarmung öffnet die Augen wir suchen uns alle einen Partner Mala durchquert mit drei raschen Schritten den Raum und schlägt mir hart ins Gesicht teilt euch vollständig mit du erbärmliches widerliches Stück Scheiße sagt Mala um uns herum stehen alle da und glotzen dann hageln Malas Fäuste von allen Seiten auf mich ein du hast jemanden umgebracht kreischt sie ich habe die Polizei gerufen sie müssten jede Minute hier sein ich packe ihre Handgelenke und sage kann sein, dass die Polizei kommt aber wahrscheinlich kommt sie nicht Mala wendet sich und sagt die Polizei rast hierher um mich an den elektrischen Stuhl anzuschließen dass es mir die Augen heraustreibt oder zumindest werden sie mir eine tödliche Spritze verpassen das fühlt sich bestimmt an wie der Stich einer Biene ein Schuss mit einer Überdosis Natriumphänobarbital und dann der große Schlaf wie im Tal der Hunde Mala sagt sie hat gesehen wie ich heute jemanden umgebracht habe falls sie meinen Chef meint sage ich ja 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 ich weiß die Polizei weiß es und alle suchen mich bereits um mir die Todesspritze zu geben aber es war Tyler der meinen Chef umgebracht hat Tyler und ich haben nur zufällig die gleichen Fingerabdrücke aber niemand begreift es du kannst mich am Arsch lecken sagt Mala und schiebt ihr blau geschlagenes Auge nahe an mein Gesicht nur weil du und deine kleinen Jünger euch gern verprügeln lasst wenn du mich noch einmal anfasst bist du tot ich habe gesehen wie du heute Abend einen Mann erschossen hast sagt Mala nein es war eine Bombe sage ich und es ist heute morgen passiert Tyler hat einen Computermonitor angebohrt und mit Benzin oder Schwarzpulver gefüllt all die Leute mit echtem Darmkrebs stehen herum und beobachten die Szene nein sagt Mala ich bin dir ins Pressman Hotel gefolgt und du hast als Kellner bei einer dieser Wer war der Mörder Partys gearbeitet bei den Wer war der Mörder Partys kommen reiche Leute zu einer großen Dinner Party ins Hotel und spielen eine Art Agatha Christie Story durch irgendwann zwischen den Lachs Würstchen und den Rehrücken gehen die Lichter für eine Minute aus und jemand tut so als würde er umgebracht es soll ein witzig vorgetäuschter Tod sein für den Rest des Mahles betrinken sich die Gäste löffeln ihr Madeira-Konsumé und versuchen Hinweise darauf zu finden wer unter ihnen ein geisteskranker Mörder war Mala schreit du hast den Sonderbevollmächtigten des Bürgermeisters für Recycling erschossen Tyler hat den Sonderbevollmächtigten des Bürgermeisters für was immer erschossen Mala sagt und du hast nicht mal Krebs es geht so schnell wie ein Fingerschnippen alle schauen du hast ja auch nicht Krebs schreie ich er kommt seit zwei Jahren hierher ruft Mala und ihm fehlt überhaupt nichts ich versuche dir das Leben zu retten was? wieso muss jemand mein Leben retten? weil du mir gefolgt bist weil du mir heute Abend gefolgt bist weil du gesehen hast wie Tyler jemanden umgebracht hat und Tyler wird jeden töten der das Projekt Chaos gefährdet alle im Raum sehen aus als wären sie aus ihrer eigenen kleinen Tragödie gepurzelt aus ihrer kleinen Krebsgeschichte selbst die Leute die unter Schmerzmitteln stehen sehen hellwach und gespannt aus es tut mir leid sage ich an die Umstehenden gerichtet ich wollte niemandem wehtun wir sollten gehen wir sollten draußen darüber reden alle legen los nein bleibt doch wie geht es weiter ich habe niemanden getötet ich bin nicht Tyler Durden es ist die andere Seite meiner gespaltenen Persönlichkeit hat irgendjemand hier sage ich den Film Sybil gesehen? Maler sagt also wer will mich nun umbringen? Tyler du? Tyler sage ich aber um Tyler kann ich mich kümmern du musst nur auf die Mitglieder des Projekts Chaos aufpassen Tyler könnte ihnen befohlen haben dir zu folgen oder dich zu entführen oder irgendwas warum sollte ich irgendetwas von dieser ganzen Geschichte glauben? es geht so schnell weil ich glaube sagte ich ich mag dich Maler sagt nicht du liebst mich? der Augenblick ist schon kitschig genug sage ich mach's nicht noch schlimmer alle Zuschauer lächeln ich muss gehen ich muss hier raus pass auf Typen mit rasierten Schädeln auf sage ich und auf Kerle die schwer verprügelt aussehen blaue Augen fehlende Zähne solches Zeug eben Maler sagt und wo gehst du hin? ich muss mich um Tyler Durden kümmern sein Name war Patrick Madden und er war der Sonderbevollmächtigte des Bürgermeisters für Recycling sein Name war Patrick Madden und er war ein Feind des Projekts Chaos ich trete aus der First Methodist in die Nacht hinaus und es fällt mir wieder alles ein all die Dinge die Tyler weiß fallen mir wieder ein Patrick Madden stellte eine Liste der Bars zusammen in denen sich der Fight Club traf mit einem Mal weiß ich wie man einen Filmprojektor bedient ich weiß wie man Schlösser aufbricht und wie Tyler das Haus an der Paper Street gemietet hat kurz bevor er sich mir am Strand offenbarte ich weiß wie es zu Tyler kam Tyler liebte Maler vom ersten Abend an an dem ich ihr begegnete hat Tyler oder ein Teil von mir einen Weg gesucht mit Maler zusammen sein zu können nicht dass das alles eine Rolle spielte jetzt nicht mehr aber alle Einzelheiten fallen mir wieder ein während ich durch die Nacht zum nächstgelegenen Fight Club gehe am Samstag Abend gibt es einen Fight Club im Keller der Armory Bar sie findet sich wahrscheinlich auf der Liste die Patrick Madden zusammengestellt hat der arme tote Patrick Madden heute Abend gehe ich in die Armory Bar und die Menge teilt sich wie ein Reißverschluss als ich hinein spaziere ich bin für alle hier Tyler Durden der Große und Mächtige Gott und Vater ringsum höre ich Guten Abend, Sir Willkommen im Fight Club, Sir Danke, dass Sie uns beehren, Sir Mein Monstergesicht fängt gerade an zu heilen das Loch in meinem Gesicht lächelt durch meine Wange ein Runzeln auf meinem richtigen Mund da ich Tyler Durden bin und ihr mich alle kreuzweise könnt melde ich mich heute Nacht zum Kampf gegen jeden einzelnen Kerl im Club fünfzig Kämpfe immer nur ein Kampf gleichzeitig keine Schuhe, keine Hemden die Kämpfe gehen so lange wie sie gehen müssen und wenn Tyler Marler liebt ich liebe Marler und was geschieht geschieht nicht in Worten ich möchte all die französischen Strände die ich nie sehen werde in Rauch ersticken stellt euch vor in den feuchten Wäldern der Schluchten um das Rockefeller Center auf Elchpirsch zu gehen im ersten Kampf den ich kriege nimmt mich der Kerl in den Schwitzkasten und rammt mein Gesicht rammt meine Wange rammt das Loch in meiner Wange in den Betonboden bis die Zähne in meinem Mund abbrechen und ihre gezackten Stümpfe sich in meine Zunge bohren jetzt kann ich mich wieder an Patrick Madden erinnern wie er tot auf dem Boden liegt und an seine statuettenhafte Frau ein kleines Mädchen mit einem Nackenknoten seine Frau kicherte und versuchte Champagner zwischen die Lippen ihres toten Gatten zu schütten die Frau sagte das Theaterblut sei entschieden zu rot Mrs. Patrick Madden steckte zwei Finger in die Blutlache neben ihrem Mann und dann steckte sie die Finger in ihren Mund als ich die Zähne in meine Zunge bohren schmecke ich das Blut Mrs. Patrick Madden schmeckte das Blut ich erinnere mich wie ich am Rand der Wer-war-der-Mörder-Party stand die Weltraumaffen als Leibwache um mich herum Marla in ihrem Kleid mit dem Tapetenmuster aus dunklen Rosen sah von der anderen Seite des Ballsaals zu in meinem zweiten Kampf setzt der Kerl ein Knie zwischen meine Schulterblätter er reißt mir die Arme hinter dem Rücken zusammen und knallt meine Brust in den Betonboden ich höre mein Schlüsselbein auf der einen Seite brechen ich würde die Elgin Marbles mit einem Vorschlaghammer zerlegen und mir mit der Mona Lisa den Arsch abwischen Mrs. Patrick Madden hielt ihre zwei blutigen Finger hoch das Blut sammelte sich in den Ritzen zwischen ihren Zähnen und das Blut lief an ihren Fingern hinab ihr Handgelenk hinunter über einen Diamantarm reif bis zu ihrem Ellbogen von wo es auf den Boden tropfte Kampf Nummer drei ich komme zu mir und das ist Zeit für Kampf Nummer drei im Fight Club gibt es keinen Namen mehr du bist nicht dein Name du bist nicht deine Familie Nummer drei scheint zu wissen was ich brauche und hält meinen Kopf in der Dunkelheit in der stickigen Luft fest es gibt einen Griff der dir gerade so viel Luft lässt dass du nicht ohnmächtig wirst Nummer drei hält meinen Kopf in seiner Armbeuge so wie er ein Baby oder ein Football halten würde in seiner Armbeuge und er hämmert mit der geballten Faust wie mit einem Mahlzahn in mein Gesicht bis meine Zähne durch die Innenseite meiner Wange beißen bis das Loch in meiner Wange meinen Mundwinkel trifft die zwei vereinen sich zu einem ausgefransten Grinsen das von unterhalb meiner Nase bis unter mein Ohr reicht Nummer drei hämmert bis seine Faust wund ist bis ich schreie dass alles was du liebst dich zurückweist oder stirbt alles was du je schaffst wird weggeworfen werden alles worauf du stolz bist wird als Müll enden ich bin Ramses der Dritte der König der Könige noch ein Schlag und meine Zähne klappen über der Zunge zusammen meine halbe Zunge fällt auf den Boden und wird weggekickt die Statuettenhafte Mrs. Patrick Madden kniete neben der Leiche ihres Mannes auf den Boden die reichen Leute die Leute die sie als ihre Freunde bezeichneten standen betrunken um sie herum und lachten die Frau sagte Patrick die Blutlache dehnt sich immer weiter aus bis sie ihr Kleid berührt sie sagt Patrick das reicht jetzt hör auf tot zu sein das Blut steigt am Saum ihres Kleides hoch Kapillareffekt Faden für Faden steigt es an ihrem Kleid hoch um mich herum schreien die Männer des Projekts Chaos dann schreit und im Keller der Armory Bar gleitet Tyler Durden als warmes Häufchen zu Boden Tyler Durden der Große der für einen Augenblick vollkommen war und der sagte dass ein Augenblick das Äußerste sei was man an Vollkommenheit erwarten könne und der Kampf geht weiter und weiter denn ich möchte tot sein denn nur im Tod haben wir einen Namen erst im Tod sind wir nicht länger Teil des Projekts Chaos Tyler steht vor mir einfach gut aussehend ein Engel in seiner durch und durch blonden Art mein Lebenswille erstaunt mich ich hingegen bin eine blutige Gewebeprobe die auf einer nackten Matratze in meinem Zimmer in der Paper Street Soap Company zum Trocknen ausliegt aus meinem Zimmer ist alles verschwunden der Spiegel mit dem Bild von meinem Fuß von damals als ich für zehn Minuten Krebs hatte schlimmer als Krebs der Spiegel ist fort die Schranktür steht offen und meine sechs weißen Hemden die schwarzen Hosen Unterwäsche Socken und Schuhe sind weg Tyler sagt steh auf unter hinter und in allem was ich für selbstverständlich hielt ist etwas schreckliches herangewachsen alles ist zusammengebrochen die Weltraumaffen haben das Haus geräumt alles ist umgesiedelt das Fettdepot die Etagenbetten das Geld vor allem das Geld nur der Garten ist noch da und das Haus Tyler sagt was jetzt noch zu tun bleibt ist deine Märtyrernummer deine große Todesnummer es sollte kein trauriger deprimierender Tod werden sondern ein fröhlicher kraftspendender Tod ach Tyler mir tut alles weh bring mich einfach hier um steh auf töte mich doch töte mich töte mich töte mich töte mich dein Tod muss Größe haben sagt Tyler stell dir Folgendes vor du auf dem Dach des höchsten Gebäudes der Welt das ganze Gebäude in der Hand des Projekts Chaos Rauch quillt aus den Fenstern Schreibtische fallen in die Menge auf der Straße eine wahre Oper von Tod sollst du bekommen nein sage ich du hast mich genug benutzt wenn du nicht mitziehst holen wir uns Maler geh voran sage ich jetzt steh verflucht nochmal auf sagt Tyler und schwing deinen Arsch in das verdammte Auto und so stehen Tyler und ich auf dem Parker Morris Building und die Pistole steckt in meinem Mund wir sind bei unseren letzten 10 Minuten angelangt in 10 Minuten gibt es das Parker Morris Building nicht mehr ich weiß das weil Tyler es weiß Tyler schiebt mir den Pistolenlauf tief in den Rachen und sagt wir werden nicht wirklich sterben ich schiebe den Lauf der Pistole mit der Zunge in meine übrig gebliebene Wange und sage Tyler du denkst an Vampire wir haben noch 8 Minuten die Pistole ist nur für den Fall dass die Polizeihubschrauber zu früh kommen für Gott sieht es aus wie ein Mann allein der sich eine Pistole in den Mund hält aber es ist Tyler der die Pistole hält und es ist mein Leben du nimmst du nimmst 98%ige rauchende Salpetersäure und gibst sie zur dreifachen Menge Schwefelsäure schon hast du Nitroglycerin 7 Minuten misch das Nitro mit Sägemehl und schon hast du einen netten Plastiksprengstoff viele der Weltraumaffen mischen ihr Nitro mit Baumwolle und geben Epsoma Bittersalz als Sulfat dazu das geht auch manche Affen nehmen Paraffin vermischt mit Nitro bei mir hat Paraffin kein einziges Mal funktioniert 4 Minuten Tyler und ich am Rand des Daches die Pistole in meinem Mund und ich frage mich wie sauber die Pistole ist 3 Minuten dann schreit jemand warte und es ist Marla die über das Dach auf uns zukommt Marla kommt auf mich zu nur auf mich denn Tyler ist verschwunden Puff Tyler ist meine Halluzination nicht ihre schnell wie ein Zaubertrick ist Tyler verschwunden und nun bin ich nur mehr ein Mann der sich eine Pistole in den Mund hält wir sind dir gefolgt ruft Marla alle Leute aus der Selbsthilfegruppe du musst das nicht tun leg die Pistole weg hinter Marla kommen die Darmkrebse die Gehirnparasiten die Leute mit Melanomie oder Tuberkulose auf mich zu sie gehen humpeln fahren im Rollstuhl sie sagen warte der kalte Wind trägt ihre Stimmen zu mir halt und wir können dir helfen lass dir helfen das Wop 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 von Polizeihubschraubern kommt näher geht schreie ich haut ab von hier das Gebäude wird gleich explodieren Marla schreit das wissen wir dies ist ein Augenblick der Epiphanie für mich ich töte mich selbst schreie ich ich töte Tyler ich bin Joes wilde Entschlossenheit ich erinnere mich an alles es ist nicht Liebe oder so ruft Marla aber ich glaube ich mag dich auch eine Minute Marla mag Tyler nein ich mag dich ruft Marla ich kenne den Unterschied und nichts nichts explodiert ich schiebe den Pistolenlauf in die noch vorhandene Wange und sage Tyler du hast das Nitro mit Paraffin gemischt stimmt's Paraffin funktioniert nie ich muss es tun die Polizeihubschrauber und ich drücke ab in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen natürlich starb ich als ich abdrückte Lügner und Tyler starb als die Hubschrauber auf uns zudonnerten und Marla und die Leute aus den Selbsthilfegruppen die sich selbst nicht retten konnten mich zu retten versuchten musste ich abdrücken das hier war besser als das richtige Leben und dein vollkommener Augenblick währt nicht ewig im Himmel ist alles weiß in weiß Schwindler im Himmel ist es ruhig alles bewegt sich auf Gummisohlen ich kann schlafen im Himmel Leute schreiben mir in den Himmel und lassen mich wissen dass man noch an mich denkt dass ich ihr Held bin und bald wird es mir wieder besser gehen die Engel hier sind von der alttestamentarischen Art Legionen und Heerführer ein himmlischer Gastgeber der in Schichten arbeitet Tagschicht, Spätschicht, Nachtschicht sie bringen einem das Essen auf einem Tablett zusammen mit Medikamenten in einem Pappbecher das Tal der Puppen ich habe Gott getroffen er saß hinter seinem breiten Walnuss Schreibtisch seine Diplome hingen an der Wand hinter ihm und Gott fragte mich warum warum habe ich so viel Leid verursacht begriff ich nicht dass jeder von uns eine geheiligte einzigartige Schneeflocke von ganz besonderer einzigartiger Besonderheit ist sah ich denn nicht dass wir alle Manifestationen der Liebe sind ich betrachte Gott hinter seinem Schreibtisch wie er sich auf einem Block Notizen macht aber Gott sieht das alles falsch wir sind nichts Besonderes wir sind aber auch nicht Scheiße oder Müll wir sind einfach wir sind einfach und was passiert das passiert und Gott sagt nein das stimmt nicht doch naja egal Gott lässt sich sowieso nichts sagen Gott fragt mich woran ich mich noch erinnere ich erinnere mich an alles die Kugel aus Tylers Pistole riss mir die andere Wange weg und verlieh mir ein ausgefranstes Grinsen von einem Ohr zum anderen wie ein zorniger Halloween Kürbis ein japanischer Dämon der Drache der Habsucht Marla ist noch unten auf der Erde und sie schreibt mir eines Tages schreibt sie bringen sie mich zurück und wenn es im Himmel ein Telefon gäbe würde ich Marla vom Himmel aus anrufen und wenn sie Hallo sagt würde ich nicht auflegen ich würde sagen Hallo was ist los bei euch erzähl mir jede Einzelheit aber ich will nicht zurück noch nicht weil nämlich weil mir nämlich dann und wann jemand ein Tablett mit meinen Medikamenten bringt und er hat ein blaues Auge oder seine Stirn ist von Stichen geschwollen und er sagt wir vermissen sie Mr. Durden oder jemand mit einer gebrochenen Nase schiebt einen Mob an mir vorbei und flüstert alles läuft nach Plan flüstert wir werden die Zivilisation zerstören damit wir etwas Besseres aus dieser Welt machen können flüstert wir freuen uns schon darauf sie wieder bei uns zu haben wir werden die Zivilisation zerstören die Zivilisation zerstören